Hey, ich bin Dominik vom Backcountry Exquisitions. Das ist der Eli. Der ist heute schon ein bisschen gelaufen. Aber es wird gleich noch ein bisschen wärmer werden, Eli. Und wir beide werden zusammen mit euch in jedem Fall eine kulturhistorische Führung meiner Heimat und Geburtsstadt Magdeburg machen. Bei dieser Führung werde ich mich, und deswegen habe ich mich auch schon genau so rausgeputzt, in die Lage eines typischen durchschnittlichen Tagestouristen versetzen, wie sie hier auch schon viele umherlaufen. Das heißt, ihr habt nicht besonders viel Zeit. In der Regel meistens maximal einen Tag. Unter dem möchtet ihr irgendwo so die Highlights der Stadt sehen. Das, was man meiner Meinung nach so auch irgendwo gesehen haben sollte. Im Gegensatz zu den vielleicht üblichen Führungen einer Stadt wird es bei mir allerdings auch noch ein paar Hintergrundinformationen geben, Das heißt, ich werde entsprechende Punkte, natürlich kritische irgendwo, auch nicht zu kurz kommen lassen. Und das Video werde ich zu beginnen, genauso wie wir hier auch angereist sind. Das ist ja Motto meines Kanals, dass man auch das Ganze irgendwo sieht. Der Weg ist das Ziel irgendwo. Das heißt, von dem Punkt, wo wir raus bei mir aus dem Wald, bis genau wo wir uns jetzt hier befinden, vor unserem Wahrzeichen der Stadt angekommen sind, das wir dann auch so gleich besichtigen werden. Auf dahin, wir freuen uns jetzt schon, Stadtführung Magdeburg. Magdeburg! Rod Miner Ich habe gerade mit der Kamera geredet, alles gut. Das gibt es doch nicht. Also ich stehe ja schon über 10 Minuten. Also falls Sie den Zug um halb bekommen möchten oder einen R, versuchen Sie es lieber online. Ja, aber ich bin schon dabei zur Sicher-Arbeit. Ansonsten mache ich hier ein Bild und gebe es der Schaffnerin. Ging so gut los. Der Kartenautomat ist direkt. Das heißt, der Touchscreen stand jetzt über 10 Minuten da vorn. Aber der Nats funktioniert jetzt, je nachdem du jede Taste 27 mal abbrechen musstest. Nun dann, kann nur besser werden. Ja. Ja. Also, es hat angefangen mit einem kaputten Fahrkartenautomaten. Und ist dann weiter übergegangen in einem kaputten Fahrkartenstempelautomaten. Wir hoffen, dass der Zug nicht kaputt ist und dann kann man auch ganz gut ankommen. Ja. Ja. Aber ich habe gesagt, es ist leider nicht leichter. Ja. 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 Also, stimmt. Es kam schon eine Wolke rein ins Fahrgastabteil. Ich bin mir nicht sicher ob es wirklich gesund ist für die Menschen die öfter die Bahn benutzen. Ja, da. Da müsste man einmal nachfragen. Aus was die Bremsbeläge eigentlich bestehen. Aber besonders gutes Gefühl hat man dabei nicht. Ja, wir sind angekommen. Am Nebeneingang oder am Hintereingang des Bahnhofs. Soll ich die Schilder wieder oben? Waffenverbotszone? Kennen wir im Wald nicht, aber wir sind ja jetzt aber in einer Zivilisation und da muss man sich auf einige Sachen vorbereiten. Deswegen lasse ich meinen Waffengürtel jetzt hier in jedem Fall drin, in dem Sprengstoff-Hochsack. Wir gucken, dass wir uns jetzt hier auf den Drahtesel schwingen und auf geht's. Leicht zu Beginn? Links geht's? Ja, so ist es fein. Das gibt's doch nicht, ist schon wieder rot. Also hier ist was los. Bist du, wie lange ich jetzt schon stehe? Naja, gut, lassen wir's. Der Damaschkeplatz. Der dritte, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's grünen, das war ja klar. Die wollten mich ein bisschen mal anhalten nötigen. Ähm, der dritt bekannteste, größte könnte man sagen, Platz in Magdeburg. Gerade vor kurzem, erst noch gar nicht so lange her, einmal alles neu gemacht wurden. Sieht man vielleicht auch schon? Ja, also sieht noch, sieht noch relativ sauber und geordnet aus hier. Äh, der Maschkeplatz ist der Sitz des zentralen Omnibusbahnhof, das heißt der Busbahnhof, ist direkt gelegen am Nebeneingang, hintereingang des Hauptbahnhofs der Deutschen Bahn. Und am Damaschkeplatz kreuzen viele Straßenbahnen in verschiedene Stadtbezirke. Und wir fahren jetzt sozusagen Richtung Stadt auswärts, direkt nach Osten. Wir haben mal gut abgepasst, es ist jetzt genau 21 Uhr, der, äh, sang und wummende Moment, wo in Magdeburg die Ampelanlagen, Punkt, ausgeschaltet werden. Wer das nicht kennt, ist eine ganz tolle Erfahrung, genau wenn man in diesem Moment nämlich an einer Kreuzungssicht befindet, und, äh, sozusagen gerade rot hatte, ja, jemand anders hatte auch gerade rot, irgendeine würde dann sozusagen gleich auf grün schalten, und in dem Moment fallen die Ampeln dann sozusagen aus, ohne Vorwarnung, es gibt keinen Blinken davor, einfach aus. Und so, was hätte das eben geführt? Ich hätte eigentlich grün gehabt jetzt, und dann kam allerdings ein Carrera. Das ist normalerweise eine 50-Zone, aber das hat den Porsche-Fahrer relativ wenig interessiert. Der hat sich gesagt, Ampel aus, gleich voll Burnout durch. Na, ähm, was will ich damit sagen, ähm, eine ganz tolle Erfahrung wäre schon mal bei einer in diesem Moment ausgeschalteten Ampel, der gerade zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ hoch, ja. Das, äh, aber ansonsten muss man sagen, ist das was Positives, finde ich, äh, denn nachts, äh, muss praktisch keine Ampel an sein, weil es ist ja nicht viel Verkehr, ja. Aber der Moment zum Ausschalten, der ist immer sehr interessant. O, o. O, o. O, o. O, o. O, 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 o. Was wir gestern Abend nicht gesehen haben, weil es natürlich dunkel war und ich natürlich von da kam. Das ist jetzt neu am Damaschenplatz, es gibt einen Unterführungstunnel für Kfz und die Straßenbahn, so wie es aussieht, fährt weiter oben lang um diese Brückenzüge, die hier über, da sind wir nämlich gestern vorbeigekommen bzw. die haben wir gestern benutzt bei der Anreise, um da drunter durchzuqueren, denn die Brücke ist schon sehr alt und naja, die ist vorher mal unter Denkmalschutz gewesen und sie hat nicht die Durchfahrtshöhen geboten, die man eigentlich haben musste, man durfte oder konnte sie nicht verändern, die genauen Hintergründe sind mir jetzt nicht bekannt, aber aus diesem Grund, um das Ganze um den Verkehr ein bisschen flüssiger zu machen, hat man da den Tunnel gebaut. Wie gesagt, es ist auch gerade erst gar nicht so lange her, dass er eröffnet wurde und vorher ist das Ganze hier halt ein riesengroßes Stauphänomen gewesen. Hier war immer zu Damaschenplatz, kann man sich vorstellen, es ist einspurig gewesen, beide Richtungen und das als Hauptverkehrsader ist natürlich nicht so prall. Das hat man jetzt gelöst und wir fahren jetzt wieder zum Bahnhof, da wo wir gestern angekommen sind. Der zentrale Omnibusbahnhof, hier sind wir gestern reingekommen, dahinter ist gleich der Bahnhof, da fahren wir jetzt durch und hier sieht man nochmal so einen Ausgang von dem Tunnel. Kommt. Kommt. Jaэ jean hier wieder lassen Das ist ein Weg Out This ist einfach so nie, euch,увати ja, die Augen sind jetzt nicht einfach. Unchwub-Yandabe sind einfach so sehrig. P OLSON Was mir jetzt nicht заметfrust. Und das ist da, wo wir gestern Abend angekommen sind, der Hintereingang vom Hauptbahnhof. Da fahren wir jetzt einmal durch und schalten euch wieder zu, wenn wir auf der anderen Seite rausgekommen sind. Der Hauptbahnhof, da wo wir jetzt gerade durchgelaufen sind, ist jetzt kein Highlight in dem Sinne. Also es gibt ältere, es gibt schönere Hauptbahnhöfe in Deutschland. Daher, das ist hier praktisch die schönste Ansicht, die man überhaupt haben kann. Aber er erfüllt sicherlich irgendwo den Zweck. Und natürlich eine ganze Menge Straßenbahn, die hier rumkreuzen. Und direkt, da wir jetzt in der City sind, natürlich hier die Einkaufszentren. Aber dazu später mehr. Wir beginnen unsere kleine Stadtführung mit einem der, ähm, unsere historische, mit einem der doch modernsten und außergewöhnlichsten Häuser, die ja auch praktisch bloß ein paar hundert Meter entfernt sind von hier. Nicht wahr, Eli? Auf dahin. Ah, hier vorne hinten ist Kino. Gibt's was zu essen. Und das Ganze nennt sich hier das City Carré. Das ist ein riesengroßes Einkaufszentrum. Eines mit der ersten, die damals, ähm, nach der Wende neu gebaut worden sind. Und da drüben haben wir Hotels auf beiden Seiten hier praktisch, ringsum. Und, äh, äh, lass mal los. Lass mal los. Lass mal los gehen. Lass mal los. Lass mal los. Lass mal los. Lass mal los. Ass protocols. Lass raus. Rassen Vorsorge. Lass mal... Das wäre sozusagen unser Adlon, wenn man das so sagen darf, ja, hat damit relativ wenig zu tun, aber von innen in jedem Fall etwas annehmlicher als von außen und das ist dann hier eine der bekanntesten Straßen grundsätzlich, wie wir nachher in jedem Fall des Videos später nochmal drauf eingehen, wie der ganze Baustil, den er jetzt hier die Straße runter sieht, so wie es dazu gekommen ist und jetzt wie gesagt erstmal zu einem Gebäude, was aus dem Ganzen hier sehr stark heraussticht. Das, was wahrscheinlich die meisten Touristen sich anschauen, wenn sie in Magdeburg sind, zumindest was mit eines der bekanntesten seit einigen Jahren ist, das sogenannte Hundertwasserhaus. Das ist das letzte Bauprojekt von Friedensreich Hundertwasser gewesen, hatte so ungefähr bis 2000 dran gearbeitet, also bis zu seinem Tod und fertiggestellt worden ist es hier im Jahr 2005, ist jetzt also sozusagen eines, kann man auch sagen, mit der neuesten Häuser, die hier errichtet wurden und hat ungefähr so eine Nutzfläche von, also es waren in jedem Fall über 10.000 Quadratmeter, vielleicht so Pima Daumen 11 in dem Dreh. Es gibt dort im Erdgeschoss ein paar Geschäfte, es gibt ein Restaurant, wir haben ein Hotel drin, in den etwas oberen Etagen habt ihr dann Büroräume und Wohnungen natürlich, so ungefähr gute 50 Stück. Und im Innenhof, da werden wir jetzt mal reinschauen, ist das Ganze, was man sich glaube ich am meisten anschauen sollte, wenn man das Friedensreich Hundertwasserhaus mal sehen möchte. Es ist halt sehr typischerweise natürlich sehr extravagant, designt und ja, die Sache ist nicht ganz unkritisch. Das Haus an sich ist, also ich persönlich finde das jetzt nicht schlecht, wie viele Projekte von dem Designer, Architekten, Maler, aber die Problematik ist hier gewesen, der Standort, muss man dazu wissen, Hier stand vorher die Nikolai-Kirche, das war eines der bekanntesten Kirchen in Magdeburg mit, die ist allerdings dann, wir haben wir später im Virus nochmal drauf hinkommen, wenn wir in die DDR-Geschichte reingehen, abgerissen worden in den 50er Jahren, leider muss man sagen. Und ja, dieser Platz war dann seitdem, sozusagen über 50 Jahre lang, stand der leer. Und man hatte sich immer gefragt, weil natürlich, ihr seht das vielleicht im Hintergrund dort schon, lugt der Dom noch aus dem Nebel raus. Es ist also sehr stark an dem aktuellen Wahrzeichen von Magdeburg dran und es war mal die große Spekulation, was kommt denn hier hin, was integriert sich irgendwo am besten natürlich in die alte Innenstadt hinein. Und natürlich auch mit dem Zusammenhang, was es sonst hier noch im Umfeld gibt. Naja, und da kann man jetzt drüber streiten, ob dieses Haus hier wunderbar auch entsprechend hinpasst, denn es ist natürlich ein Touristenmagnet, keine Frage. Und gerade wenn man jetzt dazu hingeht, die Projekte, die ich sonst so kenne, viele davon haben irgendwo einen eigenen Charakter, das heißt, man lässt sie auch nicht selten irgendwo freistehen, und auch vielleicht ein bisschen in die grüne Landschaft sich integrieren, denn es ist natürlich ohne Frage auch ein Fotomotiv. Naja, und wenn ich so alles in einen Topf werfe, das ist meine persönliche Meinung, das kann man sehen, wie man möchte, hätte es zumindest in Magdeburg bessere Standorte für dieses Haus gekommen, wo es a, das Haus besser zur Geltung kommt, b, wo es sich besser integriert und wo man c, auf möglicherweise ein historisch geeigneteres Gebäude gefunden hätte, für diesen ehemaligen Standort einer sehr großen Wahrzeichen, wie gesagt. Aber das ist eine persönliche Meinung, da bin ich ein bisschen vorbelastet als ehemaliger Einwohner natürlich. Und dann schauen wir uns jetzt das ganze, das Friedensreich Hundertwasserhausen mal von innen an, soweit wie man sich das anschauen kann. Auf der Rückseite ist übrigens noch ein Kindergarten. Und wir warten noch ein bisschen, bis es ja nebel verzogen hat. Ja, es ist noch ein bisschen frisch hier. Aber zumindestens heute, das sieht man auch, das ist hier die bekannteste. Werden wir nochmal drauf hinkommen im Laufe des Videos, wir werden diesen Weg auch noch ein paar Mal kreuzen, der nennt sich hier der breite Weg, die sozusagen ehemalige Flaniermeile der Stadt, die praktisch durch die ganze Innenstadt läuft. Das ist hier sozusagen der Mittelpunkt der Stadt. Und dafür sind wir jetzt noch relativ früh dran, es ist noch relativ leer. Ansonsten ist hier richtig viel Verkehr. Wir sind, so ein bisschen kann man vergleichen unter den Linden in Berlin. Das ist jetzt, ne, für wer die zumindestens eher kennt, zumindest ist ein paar Kassanien stehen da hier. Auf der Hebel, Seitenwechsel. Wir haben jetzt hier einen Stadtplan, aber ich kann euch mal kurz zeigen, wo das ist. Ja, ich, ähm, der Plan ist jetzt, muss man leider sagen, für Touristen eher weniger geeignet. Ja, da haben wir schon mal den ersten Kritikpunkt gefunden, bin ich der Meinung zumindest. Der erschlägt einen Fass und es ist eigentlich nicht zu sehen. Es ist nichts bunt markiert, was natürlich vor allem fehlt, der Standort, wo sind wir gerade. Also, das möchte man ja, glaube ich, mit zuerst wissen, als Nicht-Einheimischer. Und ich weiß es glücklicherweise, wir sind hier angekommen am Bahnhof. Also, den hat ich euch gezeigt. Das hier ist der Damaschkeplatz, ja, von hier kommend. Die neue Unterführung, die jetzt hier gebaut wurde. Hier, das ist noch grauschhaft hier. Das sieht noch aus, als ob das in jedem Fall eine altere Karte ist. Und wir sind jetzt hier rausgekommen aus dem Bahnhof, sind dann hier einmal durchgegangen und sind jetzt hier sozusagen nur ein paar Meter durchgefahren. Bei der Nummer 8 befinden wir uns. Und wenn man jetzt hier ganz unten schaut, dann steht hier unter 8 auch genau die grüne Zitadelle. Und hier sehen wir, dann ist auch schon der Dom, hier ist der Landtag. Das schauen wir uns jetzt hier alles an. Und diesen Bereich jetzt vom Bahnhof bis zum Hundertwasserhaus, das sind praktisch keine 500 Meter. Also, es ist jetzt zu Fuß innerhalb von 10 Minuten zu erreichen. Und wir werden uns am heutigen Tag, das kann ich so schon mal sagen, auch uns genau in diesem Bereich hier bewegen. Das heißt, das ist hier die komplette historische Altstadt von Magdeburg. Hier geht die alte Stadtmauer lang an der Elbe. Das hier ist die Stromelbe. Die kommt vom, beziehungsweise fließt hier vom Süden hoch. Zweigt den hier ab. Das ist die alte Elbe. Ich gehe nochmal später auf die Geschichte und die Elbe so ein bisschen mehr ein. Das ist hier der Stadtpark. Und das ist dann sozusagen die Altstadt. Und das ist dann komplett Magdeburg. Wir werden nur in diesem Bereich heute der Altstadt hier bleiben. Und ich denke jetzt zum Hundertwasserhaus. Die Rückseite des Hundertwassershaus. Von dort sind wir gekommen. Also da drüben auf der anderen Straßenseite standen wir gerade. Um nicht zu sagen, es ist also von da aus gesehen, es ist eine Seitenansicht. Die Rückseite wäre dann da. Wir gehen natürlich einmal rum. Und ihr seht auch schon, es steht hier direkt in der bebauten Umgebung. Und wenn man es von hier entsprechend gut ablichten möchte, dann braucht ihr schon ein super Weitwinkelobjektiv, damit es hier drauf passt. Es ist gerade eine Führung im Gang, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, es sind 20 Leute gerade durch das Treppenhaus geführt worden. Und ja, gucken wir uns. Ile, du wartest es schön da? Ja, alles gut, Ile. Schauen wir uns die Seite mal kurz an. In die Richtung möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht näher gehen, weil da fängt es schon an. Das geht in meinen Augen gar nicht. Hier wird sozusagen ganz aktiv eine Attraktion, wenn man das so nennen möchte, als Werbeort missbraucht. Und das auch noch für Elektrofahrzeuge. Da riecht so ein Hals. Geht gar nicht. Und diese Glaubung möchte ich hier auch absolut nicht unterstützen. Deswegen schauen wir uns lieber mal eine andere Fassadenseite an, in der Hoffnung, dass da gerade keine Werbung betrieben wird. Nichts. Charakter des Hundertwasserhauses ist natürlich das entsprechende Grün, was auch der Gründer bzw. Erfinder, Denker auch so haben wollte. Das heißt, es ist nicht nur von außen grün gewachsen, sondern auch von innen und ganz wichtig auch noch von oben. Würde man das Ganze aus der Luftperspektive anschauen, dann sieht es praktisch aus wie ein Stadtpark. Man würde gar nicht denken, dass es ein Haus ist, direkt von oben gesehen. Dementsprechend kriegt das natürlich auch nicht abgelistet, weil es hier jemand Fotos machen möchte. Es steht meistens, außer wo wir jetzt mal gesehen haben, irgendwer etwas Grünes im Weg. Aber wie gesagt, es ist beabsichtigt. Wo wir hier schon mal stehen an der Stelle, gleich auf der anderen Seite, das ist sozusagen die Hauptpost von Magdeburg. Eines der wenigen alten historischen Gebäude, die hier auf diesem breiten Weg noch so erhalten sind. Mehr oder weniger, wie sie mal waren. Und Fahrrad, wir gehen noch einmal rüber. Und dann schauen wir uns jetzt mal eine, bevor wir reingehen. Ich mache es ganz besonders spannend. Wir gehen ruhig einmal rum um das ganze Haus, damit auch mal ein bisschen so den Eindruck von dem Grün, das heißt von der Fassade sieht. Denn oft wird das Ganze natürlich von der Sicht aufgenommen, wie wir gerade anfangs auch reingekommen sind, sozusagen. Das heißt von der Straßenseite. Das ist eigentlich die meist belichtete oder bekannteste Perspektive. Aber die, ja, die bülle tatsächlich eigentlich eher den unwesentlichsten, unwesentlichsten Teil des Hauses ab. Denn den Charakter, wie man sieht, ist ja meistens so, ist, wenn man mal genauer hinguckt, das heißt einmal rum geht. Hier haben wir den, seht das schon, wunderschön bewachsen das Ganze hier. Und der Architekt hat es auch so gedacht, dass das Grün gepflegt werden muss von den Bewohnern. Das heißt, wenn du hier eine Mietswohnung hast, bist du verpflichtet, wenn du zum Beispiel irgendeinen Baum dazu, oder irgendeinen Strauch, irgendwas verweichst, bist du verpflichtet, dieses Grün auch entsprechend zu pflegen. Was du allerdings machen darfst tatsächlich ist, dass du deine Fassade so weit wie dein Fensterbereich, so weit wie dein Arm reicht, und man sagt auch, der Pinselstrich geführt werden kann. Das heißt, wenn du das Fenster aufmachst, irgendwo oben, darfst du das selbstständig bemalen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Das steht wohl, glaube ich, auch so irgendwo im Mietvertrag drin. Ich habe keinen gesehen, aber das sagt man wohl so. Und von den über 50 Mietern hat er aber wahrscheinlich nur bislang, ich weiß es von einem, der Gebrauch gemacht hat tatsächlich davon, das mit so ein paar Ornamenten zu verschönen. Das durfte man also auch machen, ist eine schöne, schöne Sache. Da kann man mal das Kind ordentlich austoben lassen irgendwie. Es sollte natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen schön aussehen. Das wäre jetzt sozusagen die andere hintere Schrägseite. Und bei der anderen Hinterseite komplett wird es jetzt schwierig, wenn wir da hingehen. Denn dann gehen wir noch näher ans Haus ran. Ich weiß nicht, wie viel da noch auf dem Weitwinkel jetzt hier da drauf ist, der Goku. Das ist jetzt die komplette Rückansicht sozusagen. Und da gehen wir jetzt auch gleich zu dem Kindergarten hin. Und bevor wir, wie gesagt, einmal reingehen, müssen wir einmal rumgehen. Die meisten Leute stürmen erstmal rein, aber wir schauen uns das Ganze erstmal einmal ringsrum an. Ich versuche mal von hier ein Bild zu machen. Das könnte schwierig werden. Denn wie gesagt, hier stehen wir schon an der nächsten Fassade. Das ist das, was ich sagte. Es ist alles ziemlich eingebaut. Das ist schade. Du kriegst, wenn man davon vernünftige Bilder machen möchte, die Perspektive leidet hier enorm. Aber ihr seht gerade das, was ich angesprochen hatte, von der anderen Seite die Führung. Dort ganz oben auf der Aussichtsplattform am Türmchen könnt ihr sozusagen, das sind die, die gerade hochgelaufen sind, die Treppe. Kann man sich also das Ganze auch noch ganz offiziell anschauen. Und hier auf der Rückseite ist dann jetzt hier ein bisschen versteckt, auch natürlich entsprechend im Grün der Kindergarten, den ich erwähnt habe. Denn da passenderweise auch den Landwirt des Friedensreichs geht da hoch. Das können wir uns, das können wir uns mal kurz angucken. Kleinen Moment, Eli, du musst mal schön bleiben. Ne, bleib Eli. Schön da bleiben wir da. Alles gut. So weit können wir gehen. Also, sieht er, dürfen wir offiziell nicht hochgehen. Aber da oben ist sozusagen der Auslaufbereich. Aber da oben ist schon. Da sind wir in einem der Innenhöfe des Hauses. Seht ihr das schon? Sehr grün, alles sehr eng, bunt entsprechend und überall entsprechend auch rund. Ich habe euch mal ein paar Bilder gemacht, das ist ja wirklich nicht einfach, da kann man einige Objektive wechseln, aber es wird auch nicht besser, denn natürlich mit Architektur Perspektive, die man sonst gewohnt ist, das heißt irgendwelche geraden fallenden Seiten und das könnt ihr natürlich vergessen. Es sieht immer schräger aus auf dem Bild und so ist es dann natürlich in echt auch. Und hinzu kommt natürlich, dass es auch ja so gewollt ist, die unterschiedlichen Einfallswege vom Licht. Das heißt, du hast hier so viel Licht und Schatten, vor allen Dingen auch durch die Bäume. Also für den, der hier wohnt und jetzt hier mal durchgeht, ist das sehr interessant. Fotografisch gesehen ist es eine kleine Katastrophe. Schauen wir uns den nächsten Hinterhof an. Das ist jetzt hier der Größte. Und hier sieht es schon, habt ihr ein paar Shops, wir müssen sich dinken machen gelangt. Wir sind so super Hundenfreundlich hier. Seht ihr das schon? Da hat man leider nicht dran gedacht. Der Hund hat so offensichtlich keinen Hund gehabt, die Kante ist zu hoch und die ist zu tief. Wir haben natürlich sehr mit Kante ist zu hoch und die Kante ist zu hoch. Komm her! Komm her! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, dass ich so halbwegs noch zu sehen bin, denn mir war es erstmal wichtig, dass der Dom hauptsächliche Bild abgebildet wird. Und bevor wir jetzt zu dem kommen, das heißt ich da die Geschichte erzähle, muss ich natürlich erstmal erklären, den Zeitpunkt vor dem Dom, das heißt der eigentlichen Stadtgründung selbst. Und da ist es laut der Magdeburger Schöppenchronik, die ist aus dem 14. Jahrhundert, soll wohl angeblich die Stadt gegründet worden sein von Julius Cäsar. Das ist allerdings weder belegbar, zudem auch fraglich, da man ja sagte, die Grenze damals des Römischen Reiches, das wäre möglich gewesen, theoretisch, aber eher bekannt sind die weiter im Süden des Landes. Von daher ist das natürlich, wie gesagt, das steht irgendwo geschrieben, aber es gibt keinen hundertprozentigen Beweis. Was zumindest nachweislich ist, ist, dass die Stadt erstmals erwähnt wurde im Jahr 805 und zwar vom Karl dem Großen. Der gelebt von 748 bis 814 und ist genau im Jahr 800 zum Kaiser gekrönt worden. Und unter dem bestand ja dann das Fränkische Reich bekanntermaßen, 5. bis 19. Jahrhundert hat dieses Fränkische Reich grundsätzlich existiert, bestand das von der Elbe, das heißt von hier bis an die Nordsee, beziehungsweise bis zur Adria. Das heißt man kann also sagen, dem heutigen kompletten West- und Mitteleuropa. Da ist, wie gesagt, Karl I. des erstmals erwähnt in diesem Zusammenhang und dann dürfte das jetzt hier die wohl bedeutendste Persönlichkeit der Stadt überhaupt sein, die wir hier das eine oder andere Mal noch erwähnen werden. Und zwar war es hier Otto I. beziehungsweise Otto der Große, gelebt von 912 bis 973. Der war ab 936 König und nachdem er dann die einfallenden Ungarn bei der Schlacht auf dem Lechfeld 955 zurückgedrängt hat und dann in der Folge auch noch die slawischen Stämme und dann auch noch das Königreich Italien erobert hatte, wurde er den 962 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Und der Otto der Große hat es nicht ganz einfach gehabt, denn er hatte praktisch lebenslange Machtrivalitäten, auch vor allen Dingen Familienintern auszufechten. Und dieses heilige römische Reich deutscher Nation, das bestand unter ihm bereits auch schon unter sehr vielen Herzogtümern, ohne das Königreich Frankreich übrigens, im Gegensatz zum Karl dem Großen, wie gesagt, denn vorher noch. Und später ist es dann auch so eh nicht zerfallen, das Königreich Frankreich, so wie dann praktisch auch das Reich von Otto dem Großen oder Otto dem Ersten. Und Otto der Erste hat dann im Jahr 950 genau hier, also wirklich exakt wo ich jetzt hier sitze, denn das worauf ich sitze, sind die Nachbildungen jener alten Fundamentreste der ehemals größten Kaiserpfalz Europas, die hier errichtet wurde. Und im Jahr 968 ist dann offiziell das Erzbistum Magdeburg gegründet worden. Das ist hier sozusagen die offizielle Zahl, auf der sich alles beruft. Und seitdem hat dann die Stadt einen nochmals höheren Aufschwung genossen. Sie ist vorher schon nicht ganz unbekannt gewesen. Und seitdem, bis inklusive einschließlich heute, ist die Stadt Magdeburg mit dem Namen Otto verknüpft wie praktisch keine Zweite. Und wenn wir hier über Otto den Ersten reden, dann müssen wir hier auch über die Editha reden oder Edith. Gelebt von 910 bis 946. Sie war Tochter Eduards des Älteren von Wessex, dem König der Angelsachsen. Oder man kann es auch sagen, vielleicht ein bisschen bekannter, die Enkelin von Alfred dem Großen, ebenfalls König der Angelsachsen. Das heißt, keine ganz Unbekannte im heutigen England. Und mit ihr ist damals sozusagen, wie das so üblich war, eine Art politische Zwangsheirat, könnte man fast schon sagen, zustande gekommen. Das hat man ausgewählt. Aus dem fränkischen Königshaus wurde jemand losgeschickt und hat gesagt, gucken wir mal, was sie am Angelsächschen zu finden haben, um sozusagen die Macht zu festigen. Und damit hat man dann ausgewählt. Es gab auch noch eine Alternative. Das heißt, die Editha hatte nur eine Schwester, aber der Otto hat sich dann für die Editha entschieden. Und 929 sind die beiden dann vermehlt worden. Damit wurde dann natürlich auch die Edith indirekt die Königin. Und Otto hat ihr sozusagen zur Hochzeit die Stadt Magdeburg hier als Morgengabe geschenkt. Und man sagt dem Königspaar nach, dass der Otto wohl sehr vernarrt in seine Edith gewesen sein soll. Das klingt natürlich schön, das kann ich nachvollziehen, aber ehrlich gesagt wissen tun wir das nicht. Denn Aufzeichnungen gibt es darüber keine wirklichen. Allerdings gibt es auch keine Aufzeichnung über genau jenen Zeitraum. Von 929 bis 936, was ich ganz interessant finde, sind keine Herrschaftsaktivitäten von Otto I. irgendwo niedergeschrieben, die ich zumindest beweisfrei gefunden habe. Da kann man jetzt auch spekulieren, was ist da. Und vielleicht ist das irgendwo ein Zusammenhang, wo man sagen könnte, die haben vielleicht eine lange Hochzeitsreise gemacht. Das ist so ähnlich, ja, man weiß es nicht. Leider, muss man dann allerdings auch sagen, ist ähnlich wie ihre Schwester, die Editha oder Schwesterin, die sind mit 36 Jahren relativ früh gestorben. Man muss sagen relativ, weil natürlich zu damaliger Zeit, wenn man daran denkt, sind die Menschen auch mit 20 oder noch früher natürlich viele Kinder sind auch schon gestorben. Andererseits sind aber auch andere Leute älter als 60 geworden. Aber nichtsdestotrotz war es wohl angeblich ein relativ plötzlicher Tod, so wie das heute zumindest überliefert ist. Und sie wurde beigesetzt, damals im Mauritiuskloster, anfangs. Und 1510 hat man sie dann in den Magdeburger Dom umgebettet. Aus jener Ehe entstanden auch zwei Kinder. Das ist einmal der Ludolf, der hat gelebt von 930 bis 957. Und die Lydgaard, der hat von 931 bis 953 gelebt. Und man sieht hier auch an den Geburtstaben, ebenfalls nicht besonders alt geworden, leider. Sind beide beigesetzt worden, dann in Mainz. Und nach einigen Jahren Single-Leben, würde man heute sagen, hat sich dann der König Otto im Jahr 951 seine zweite Frau genommen. Und zwar war das die Adelheit von Burgund. Wird gelebt von 931 bis 999. Sieht man also, deutlich älter geworden als die Editha. Und aus dieser Ehe gingen dann vier Kinder hervor. Darunter übrigens auch der spätere Kaiser Otto II. Lebt 955 bis 983. Als auch die Mathilde, das heißt, war die Äbtissen, die ist auch nicht ganz unbekannt später dann. Die Äbtissen von Quedlinburg, 954 bis 999. Und auch noch zwei andere, die allerdings mehr oder weniger praktisch nach der Geburt direkt schon verstorben sind. Was, wie gesagt, nicht ganz unüblich gewesen ist. Und zur ersten Frau, zur Editha. Das ist die, die hier natürlich ebenfalls mit der Stadt in Verbindung gebracht wird. Aufgrund der Schenkung als Morgengabe und weil sie hier auch karitativ, sagt man ihr wohl nach, relativ beliebt gewesen sein soll. Sie wurde hier im Jahr 2008 im Magdeburger Dom wiederentdeckt. Und zwar interessanterweise, das schauen wir uns dann nachher an, steht dort eine Art Schmucksack aus Sandstein. Ein riesengroßes Gebilde. Und den hat man dann sich mal endlich gedacht, machen wir doch einfach mal auf und gucken mal, was drin ist. Nach mehreren hundert Jahren. Und da hat man dann genau 2008 einen circa 70 Zentimeter großen Bleisarg entdeckt mit den Überresten von. War eine Sensation gewesen. Man musste es erstmal nachweisen. Das heißt, der Fund ist von Magdeburg nach Halle sozusagen entführt worden. Und gibt es da eine kleine Rivalität zwischen den Städten. Magdeburg versus Halle, die ist auch schon mehrere hundert Jahre alt. Da sind die Magdeburger nicht besonders amused darüber gewesen, dass man plötzlich die Königin sozusagen aus ihrer Stadt hier entführt, um sie in Halle zu untersuchen. Die Hintergründe, sei mal, in den Raum gestellt, was es damit auf sich hatte. Jedenfalls hat man zweifelsfrei nachgewiesen aufgrund genetischer Proben, dass es dann tatsächlich die mit 99er-prozentiger Wahrscheinlichkeit, die Edith gewesen ist oder ist. Und die hat man dann im Jahr 2010 nach der Untersuchung dann wieder neu bestattet. An genau der gleichen Stelle, in genau dem gleichen Schmucksarg. Allerdings war die alte Büchse aus Blei nicht mehr wirklich verwertbar. Und man hat sie in einen wunderschönen, versilberten Titansarg gebettet. Und das schauen wir uns dann, wie gesagt, nachher nochmal an im Dom. Und dann würde ich jetzt mal genau zu jenem übergehen, dem Magdeburger Dom, beziehungsweise unter dem Namen auch Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg. Das ist unser Wahrzeichen. Ist früher mal ein anderes gewesen, also vor dem, aber da kommen wir nochmal drauf. Und wie ist es jetzt zu dem Dom gekommen? Ich hatte ja schon gesagt, ich sitze hier auf etwas. Am 21. September, das kann man nachweisen, 937 ist hier das Mauritius-Kloster, das heißt ein Benediktiner-Kloster gegründet worden, was denn im Jahr 955 erweitert wurde. Und ab 968, genau wie wir gesagt haben, das Gründung des Erzbistums, ist es dann zur Kathedrale erhoben worden. Und das nennt sich dann, oder unter diesem Begriff ist es bekannt, und zwar war das der sogenannte Ottonische Dom, der damals noch im romanischen Stil erbaut war, mit diesem, kennen wir ja, romanisch-typisch, das sind diese Rundbögen, mit diesen schönen, dicken, breiten, festungsartigen Mauern. Ja, und dann komme ich mal zu jenem Magdeburger Dom hier im Hintergrund. Oder offiziell ist es der Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, dem heutigen Wahrzeichen. Wie ist es zu dem gekommen? Am 21. September im Jahr 937 ist hier das Mauritius-Kloster gegründet worden, von den Benediktiner-Mönchen. Und jenes ist dann erweitert worden im Jahr 955 und dann zur Gründung des Erzbistums im Jahr 968 zur Kathedrale erhoben worden. Und das war der sogenannte Ottonische Dom, im romanischen Stil gebaut. Gut, wer mehr zur Romanik wissen möchte, es gibt im Land Sachsen-Anhalt eine Straße der Romanik, die geht so quer durch das Land in so einem leichten Zickzack. Und entlang derer stehen 88 romanische Bauten, das heißt jene, die in diesem Stil mit den großen, schönen Rundbögen und den dicken, fetten, festungsartigen Mauern. Und diese Straße der Romanik ist dann übrigens auch ein Teil der europäischen Transromanika. Ja, und dieser Ottonische Dom ist dann leider nicht besonders alt geworden. Dann im Jahr 1207, an einem 20. April, das war ein Karfreitag, hat es hier in Magdeburg einen verheerenden Stadtbrand gegeben, an dem durch den dann der hölzerne Dachstuhl des Doms als auch die Glockentürme abgebrannt sind. Die Fundamente sind, ist dann praktisch genau das, jener Kathedrale, wo wir hier sitzen, was ich anfangs gesagt habe. Also wo man hier Grabung gemacht hat und gesagt hatte, hier hat das ursprünglich mal gestanden. Und das Interessante daran ist, dass jener Stadtbrand exakt fünf Tage nur ausgebrochen ist, nachdem der Albrecht I. von Käfernburg zum 18. Erzbischof von Magdeburg ernannt wurde. Und obwohl dieser Dom hätte man durchaus wieder aufbauen können, denn wie gesagt, Dachstuhl, Glockentürme und so weiter, hat ihn gegen den Protest der Bevölkerung auch jener Erzbischof Albrecht komplett abreißen lassen. Und begann dann auch gleich im Jahr 1207 mit der Grundsteinlegung des heutigen Doms nach einem entsprechenden französischen Vorbild, wo er übrigens in Frankreich, heutigen Frankreich, auch studiert hatte. Und wofür denn auch Steine und einige Säulen des alten spätromanischen Doms wiederverwendet wurden. Und dieser Brand kam dem Erzbischof doch sehr entgegen, um nichts zu sagen, war ihm sehr gelegen. Und ich habe da mal ein bisschen weiter recherchiert über das, was man sonst so hört hinaus. Bin ich der Meinung, nach meinem Kenntnis und Wissensstand, dass dieser Erzbischof da möglicherweise selbst drin verstrickt gewesen ist, um nicht zu sagen, er hat ihn eventuell persönlich in Auftrag gegeben. Denn, was ja offensichtlich war, der Entwurf des neuen Doms stand bereits fest zu dem Zeitpunkt, sonst hätte man gar nicht so schnell mit dem Neubau anfangen können. Dann hat der Erzbischof in Frankreich studiert, wo er die Entwürfe, das heißt, wo das zum damaligen Zeitpunkt sozusagen, das war ja die Mode, die die romanischen Dome nach dem Vorbild aus dem Fränkischen Reich hier mit hergebracht hat. Das heißt, er war also auch ein reiner Fan dazu. Dann wurde der neue Dom finanziert durch König Friedrich II., den zuvor, der Albrecht, selbst an dessen Erhebung sozusagen beteiligt war. Und zwar auch erst, nachdem der König Philipp von Schwarm im Jahr 1208 von Verschwörern ermordet wurde. Von deren Verschwörern praktisch auch nur der Mörder selbst bekannt ist. Also die Nummer, das ist eine persönliche Meinung. Für mich zumindest. Stinkt das ein bisschen zum Himmel irgendwie? Denn, dazu muss man auch noch wissen, es gab eine europaweite Verstrickung von Brandkatastrophen an genau jenen Sakralbauten, wo dann später nach französischem Vorbild neue entstanden wurden, die dann halt natürlich, das ist ja der Grund, warum damals der Herrscher oder hier der Erzbischof so ein Ding gebaut hat, um natürlich jener Stadt seinen persönlichen Stempel aufzudrücken und damit seinen Machtbereich ja irgendwo zu festigen. Der Demonstration des Machts, der Macht gewesen. Und ja, bei so vielen durch das ganze Reich überstreckend bin ich der Meinung, da kann es also, da noch an Zufälle zu glauben, da muss man schon ziemlich naiv sein. Das haben sozusagen mehrere veranstaltet, diese Nummer. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, haben wir hier im Jahr 1248 haben wir Köln, im 1273 haben wir Regensburg, 1275 gibt es Essen. Und auch noch, wie gesagt, viele weitere hinaus, ganz besonders natürlich im Urspruchsland, wo die Mode herkam, im Fränkischen Reich selbst. Das ist natürlich, darf jeder glauben, was er möchte, denn logischerweise sowas schreibt keiner nieder und Ermittlungen wird damals auch keiner angestellt haben, denn natürlich, es war ja wichtig eigentlich, dass man sich halt über den neuen Bau in jedem Fall, dass man den in den Vordergrund hängt und nicht sozusagen dem Alten hinterher trauert. Es ist allerdings vom Alten Dom auch tatsächlich noch was übrig geblieben, wie wir uns dann auch ansehen werden, hier im Aktuellen, und zwar die Krypta unten, wo man dann reingeht, die ist bei Grabung im Jahr 927 entdeckt worden, ist ein relativ kleiner Raum, ungefähr so 7 mal 8 Meter groß. Und auch im Südflügel, das werden wir auch noch sehen, im heutigen Dom Kreuzgang, das heißt also, wenn wir in den Innenhof des Doms reingehen, der stammt auch noch so ungefähr aus der Zeit um 1160. Im Spätmittelalter, um 1350 rum, gab es ja hier die Pestepidemie, das heißt den Schwarzen Tod, an der ja europaweit ungefähr 25 Millionen Menschen gestorben sind. Das entsprach damals übrigens ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Und dadurch gab es ja natürlich eine entsprechende Unterbrechung an den Bauarbeiten des Doms. Und dann erst im Jahr 1363 hat man dann das Langhaus, also was hinter den Turmen ist, erst eingeweiht und auch ungefähr die Hälfte des Nordturmes, ungefähr bis 50 Meter. Das heißt, es wäre sozusagen das dritte Geschoss, wenn man das von hier aus sehen würde, und ungefähr ein Viertel des Südturms, der dahinter liegt, von dem ungefähr 25 Meter der Gesamthöhe. Und nach ungefähr, nach weiteren 100 Jahren Bauunterbrechung, das ist natürlich auch irgendwo eine finanzielle Sache gewesen, und einer Gesamtbauzeit von über 300 Jahren, erfolgte dann im Jahr 1520 die Fertigstellung. Wobei, wie gesagt, wegen der ganzen Kostengeschichte, der Südturm, der hintere Turm von den beiden, etwas leichter gebaut ist und nur über eine relativ schmale Wendeltreppe im Inneren verfügt. Und bezüglich der unterschiedlichen Turmstärken, das heißt von Nord- und Südturm, gab es die Spekulation, dass das wohl aufgrund des Untergründes angeblich zustande gekommen wäre. Denn dazu muss man wissen, der Dom steht hier auf dem sogenannten Domfelsen. Der reicht vom kulturhistorisch, vom heutigen Museum in Magdeburg, das ist ungefähr von hier, so wie mein Daumen, 250 Meter weit, einmal hier quer lang und geht einmal durch bis zur Elbe. Hatte man vermutet, dass der Dom halt genau auf jenem steht. Tatsächlich hat man dann allerdings herausgefunden, dass selbst das 5 Meter tiefe Fundament des ungefähr 27.000 Tonnen schweren Nord-Turms tatsächlich gar nicht den Domfelsen berührt, sondern auf einer ungefähr 12 Meter starken Schicht aus Grünsand steht. Naja, und diese Sedimente, kann man sich vorstellen, führen natürlich unter entsprechendem Druck auch zu einer fließenden Bewegung. Was dazu führen kann natürlich, dass das Gebäude, was darauf errichtet ist, möglicherweise in Bewegung gerät. Und genau das ist dann auch beim Dom tatsächlich passiert. Man sieht es vielleicht, genau zwischen jenem Nordturm und dem Turmzwischenbau gibt es, das ist jetzt von hier aus gesehen sozusagen, das dritte Geschoss, also man sieht eins, zwei, drei, gibt es dort oben einen Riss, der tatsächlich geflickt worden musste. Und zwar hat man da die besonders langen Steine eingesetzt, um da wieder die Verbindung zu machen. Blendet euch dazu mal das entsprechende Bild ein. Und ja, würde ich vorschlagen, vielleicht guckt ihr euch den Dom nochmal an, wenn wir eines Tages zum Schiebedom von Magdeburg kam. Aber momentan gibt es jetzt keine Anzeichen dafür, man möchte ja keine Panik machen, aber das war so zum Hintergrund, aufgrund dieser beiden verschiedenen Türme, dass es nicht unbedingt jetzt aufgrund der Tatsache des Fundaments wohl angeblich zu tun hat, sondern es wohl eher eine Kostensache gewesen ist. Ein paar weitere Meilensteine in der Geschichte des Doms und damit auch der Geschichte Magdeburg ist, dass der Erzbischof Albrecht von Brandenburg, denn etwas später, einen relativ regen Ablasshandel betrieben hat, das heißt, sich finanziell ordentlich bereichert hat, womit er natürlich auch den Zorn der Bevölkerung auf sich gezogen hat, woraus dann zu schließen ist, dass sie dann übergegangen sind, war ja Zeitalter von Martin Luther gewesen, dann denken, 95 Thesen, was dann dazu führte, dass Magdeburg hier denn die Hochburg des Protestantismus geworden ist. Kann man sich denn sozusagen aus der Historie auch einige Geschehnisse daraus ableiten? Und im Jahr 1521 hat denn hier im Dom ein Dominikanermönch, nach genau jener lutherischen Predigt wurde er hier der Ketzerei verwiesen aus dem Dom. Allerdings hat es dann auch nicht mehr lange gedauert, bis dann im Jahr 1567 der Dom offiziell auch protestantisch geworden ist. Dann haben wir so den Bereich des Dreißigjährigen Krieges, der von 1616 bis 1648 gedauert hat und den würde ich hier mal ausgliedern. Das heißt, da kommen wir in einem späteren Bereich des Videos nochmal sehr detailliert zurück, denn da gibt es ein Ereignis zur Stadtgeschichte Magdeburg, das prägend wie praktisch kein anderes ist im gesamten heutigen Deutschland, wenn man das so nennen darf. Bleiben wir mal hier wieder beim Dom. Nachdem der denn im Jahr zwischen den Jahren 1806 bis 1814 unter der napoleonischen Besetzung hier sehr stark missbraucht wurde, das heißt, man hat ihn als Lager und als Pferdestall benutzt, befand er sich in einem relativ miserablen Zustand. Er war nahezu abbruchreif. Weshalb ihn dann zwischen den Jahren 1826 und 1834 der preußische König Friedrich Wilhelm III. restaurieren ließ und zwar unter der Leitung, das dürfte vielleicht ein Begriff sein, ist zumindest hier in Magdeburg mit diesem Hintergrund relativ bekannt, unter dem Baumeister Karl Friedrich Schinkel. Zwischen 1847 und 1907 sind dann alle 89 Fensterverglasungen, das waren damals ungefähr 2300 Quadratmeter Glas durch Farbglasfenster ersetzt worden, was natürlich einen sehr prunkvollen Bau gab. Allerdings gibt es davon heute praktisch nichts mehr, weil die denn durch den Krieg leider zerstört wurden. Ab dem Jahr 1901 wurde dann zusätzlich auch noch im Dom eine Dampfheizung eingebaut, mit welcher man den 75.000 Kubikmeter großen Innenraum des kompletten Doms nach ungefähr einer Woche verfeuern von einer Güterwagenladung Kohle tatsächlich im Winter auf ungefähr 14 Grad erheizen konnte. Das ist nach heutigen Maßstäben alles andere als nachhaltig, aber man muss natürlich sagen, es ist ziemlich kalt in dem Gebäude. Nicht nur ist es kühl, wenn man im Sommer reingeht, denn vor allen Dingen im Winter. Da friert sozusagen das Taufbecken ein. Naja, und während des Zweiten Weltkrieges diente dann vor allen Dingen der Nordturm, weil er ja auch massiver in seiner Art gebaut wurde, den Anwohnern auch als Luftschutzraum, als auch das hier wertvolle Domausstattung dann sichergestellt wurde, neben dem Elbbunker, den man dazu auch benutzt hat. Und ebenfalls den Zweiten Weltkrieg, die Zeit, genau wie den Dreißigjährigen Krieg, würde ich auch nochmal auslagern, weil da sozusagen das zweite essentielle, große Ereignis stattgefunden hat. Tragische Geschehnisse, die die Stadt halt sehr stark und nachhaltig auch geprägt haben. Was man in jedem Fall wissen sollte, um die heutige Mentalität auch so ein bisschen zu verstehen. Also diese beiden Punkte, Dreißigjähriger Krieg und Zweite Weltkrieg, behandeln wir nochmal separat. Bleiben wir hier nochmal beim Dom. Warum? Nach der Restauration von den Kriegsschäden, die dann natürlich entstanden sind, erfolgte dann im Jahr 1900, also ab 1955, so ungefähr, wie ich es auch anfangs des Videos gesagt hatte, wo dann zum Beispiel natürlich hier eine Kirche abgerissen wurde, erfolgte dann im Jahr 1955 nach den Restaurationen die Wiedereröffnung des Doms. Und danach wurde dann aber auch tatsächlich immer wieder weiterhin entstandgesetzt. Und ich denke, das kann man heute auch noch ganz gut sehen, dass wir selbst hier heute jetzt wieder ein Gerüst haben. Das ist nie lange, es war mal eine Zeit lang ohne ein Gerüst, das heißt, wo man dann auch die Türme befreit hatte. Die sind jetzt glücklicherweise mal ohne, aber es wird immer ringsherum wieder gebastelt. Der Dom ist sozusagen, kann man sagen, seit seinem Beginn eigentlich im frühen Mittelalter eine permanente Endlust-Baustelle, wie man das heute so schön sagt. Und im Jahr 2005 ist dann auch tatsächlich erst wieder der Nordturm für Besteigungen zugänglich gemacht worden. Das heißt, im Rahmen einer Führung könnt ihr da tatsächlich auf die Aussichtsplattform hochkrabbeln. Da müsste es so ungefähr um die 85 Meter sein, wenn ich mich da recht entsinne. Das ist in sehr luftiger Höhe. Das ist auch möglicherweise nicht für jeden etwas, denn die Mauer ringsherum ist nicht 100% massiv, wie man das von hier unten schon sieht. Ja, ihr könnt sozusagen durchgucken. Da sollte man in jedem Fall schwindelfrei sein und im Rahmen einer Führung könnt ihr da hoch. Genauso wie man auch auf den Südturm kann, also nicht bis oben, sondern nur bis zu einem gewissen Bereich, ist der sozusagen mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Ansonsten müsste auf den Nordturm, wie gesagt, mit entsprechend vielen, das sind, glaube ich, weit über 400 Treppenstufen. Man sollte also auch fit sein, um diese Ersteigung zu machen. Und dann hatte ich es ja bereits erwähnt gehabt, im Jahr 2080, um bei der Chronologie zu bleiben, im Jahr 2008 ist dann die Königin Editha hier im Dom entdeckt worden. Parallel hat man auch eine neue Orgel eingebaut, da der Dom lange keine Hauptorgel, große mehr hatte. Und nach aktueller Planung, was als nächstes kommen sollte, ist ein neues, großes Geläut in Auftragstellung gegeben, mit zwölf großen Glocken. Das ist allerdings nicht erwartet vor 2028 in der Fertigstellung. Noch ein paar Zahlen, wo ich gerade schon so ein bisschen begonnen habe, mit den technischen Daten zum Dom, die Innenlänge beträgt 118 Meter, die Innenbreite 33 Meter und die Deckenhöhe 32 Meter. Der Nordturm ist mit, das ist der vorne, wie gesagt, mit der Rose ist ein klein wenig höher, 101 Meter, und der Südturm ist ungefähr 99 Meter hoch. Und der jährliche Unterhalt des Magdeburger Doms kostet ungefähr eine Million Euro und hat im Dom, Pi mal Daumen, 100.000 Besucher. Der Eintritt ist übrigens frei, bis auf wer fotografieren möchte, der muss für die Fotoerlaubnis und natürlich darf man gerne immer etwas in die Kollekte legen. Um mal hier einen Vergleich zu ziehen, denn der eine oder andere durfte wahrscheinlich schon darauf warten, mit einem ganz, nicht ganz anders unbekannten Dombau in Deutschland, und zwar der Kölner Dom. Um auch hier mal ein paar Zahlen zu nennen, ist ja Bauzeit gewesen im Jahr 1248 bis 1880. Das heißt, deutlich später als der Magdeburger Dom und auch deutlich länger, um nicht zu sagen praktisch doppelt so lange Bauzeit. Die Innenbreite des Kölner Doms beträgt 45 Meter, das heißt, es sind zwölf mehr. Die Innenhöhe 43 Meter, das ist elf Meter höher. Und die Turmhöhe vom Kölner Dom bekanntlicherweise über 150, ich glaube, es war 155, 157 Meter müssen es sein. Damit ist er natürlich um ein Drittel höher als der Magdeburger Dom, das heißt plus 55, 56 Meter. Allerdings auch ein ganz großer Unterschied natürlich. Der Kölner Dom kostet im Jahr ungefähr 12 Millionen Euro Unterhalt, hat allerdings dafür aber auch 6 Millionen Besucher, wobei der Eintritt dementsprechend nicht kostenfrei ist, dürfte, wenn ich mich recht entsinne, dass ich letztmalig 6 Euro bezahle. Man kann also sagen, so viele Besucher wie im Kölner Dom in einer Woche kommen, kommen im Magdeburger Dom das ganze Jahr über. Das ist ein toller Vergleich und ich glaube, das seht ihr jetzt hier auch ganz gut. Ich sitze jetzt die ganze Zeit an diesem Video und uns haben keine Millionen Menschenmassen überrumpelt. Und ich muss natürlich auch sagen, das ist jetzt hier wochentags. Es ist jetzt genau mittags und wir haben das auch schon im 100-Wasserhaus gesehen. Für die, die jetzt am Wochenende hierher fahren, bitte nicht täuschen lassen. Da ist es natürlich deutlich voller, da kommen deutlich mehr Menschen. Ich habe ganz bewusst, damit wir jetzt hier auch mal irgendwo reden können, ohne dass mir die Ohren abfallen oder euch das Mikro eine Zeit werktags gewählt. Ja, ansonsten ist schon etwas mehr los. Also es ist nicht ganz so ausgestorben, wie es gerade den Eindruck macht. Und dann schauen wir uns jetzt mal den Dom von innen an. Das heißt, ich packe meine Sachen wieder ein und wir gehen einmal ringsrum, dass ich euch natürlich auch noch die Frontansicht ganz wichtig natürlich zeige, bevor wir uns dann aus der Sonne hier endlich raus entfernen und ein paar kühle, mittelalterliche Mauern mal von innen bestaune. Hier diese einzelnen Klötze an der Mitte, dieses ehemaligen Fundamentnachbaus. Das ist nochmal die entsprechenden Zahlen, die ich euch gerade genannt habe. Und nehmen wir hier mal einen als Anhaltspunkt. Ja, sieht man, 968, Gründung Erzbistum. Hier ist sozusagen die ganze Magdeburger Geschichte, um diesen Zeitraum des ehemaligen Dombaus, des Ottonischen sozusagen, in diesen ehemaligen Grundmauern sozusagen festgehalten. Und ja, das ist der Domplatz. Seht ihr ja auch. Das Einzige, was es hier praktisch gibt, ist diesen schönen, tollen Springbrunn. Hier finden dann immer mal wieder irgendwelche Kundgebungen statt. Das heißt, Tribünen werden aufgebaut. Das ist ein beliebter Startpunkt für Demonstrationen. Und das, was ihr dann hier im Hintergrund sieht dort, das Gebäude in gelb, das ist unser Landtag. Da werden wir nachher nochmal vorbeigehen. Nur für alle, die sich jetzt schon gefragt haben. Und wir schauen uns jetzt mal den Dom von der Frontalansicht an. Das heißt, die sogenannte Westseite. Und das ist da wohl sozusagen die beiden Türme mit dem, das ist hier an der Seite, ist jetzt natürlich der Haupteingang. Aber der eigentliche, der etwas deutlich imposantere Anblick ist sozusagen das, wenn man es jetzt mit dem Kölner Dom vergleichen würde, geht also sozusagen hier nicht über die Front rein, sondern der Magdebauer Dom geht da über die Seite rein. Ja, das wäre dann die frontale Ansicht über die beiden Türme vom Westen aus gesehen. Und hier vorne haben wir dann auch die offizielle Höhenmarke der Stadt mit 56 Metern über den Meeresspiegel. Ja, ein ganz schön interessantes Ding, wie ich finde. Und wie gesagt, dass das jetzt so menschenleer ist, das ist jetzt wirklich nur der Zeit geschuldet. Ah, ansonsten ist es natürlich nicht so schlimm wie in Köln, wo ja praktisch es unmöglich ist, ein Foto ohne Menschen zu bekommen. Das kriegen wir hier hin. Ich versuche das auch gleich mal. Ansonsten für alle Fotografen müsste halt irgendwo ein Tausender Grauverlaufsfilter und dann sind die Menschen aufwägt. Ich habe dennoch Zeit, Platz ab, ein Stativ aufzubauen. Ich gucke mal, was ich hier mit meinen bescheidenen Mitteln hinbekomme. Ich habe ein paar gute Bilder machen können, denke ich. mit etwas körperlichem Einsatz und Nase im Dreck. Es ist schon sehr imposant, wenn man davor steht. Das sollte man mal genossen haben, in jedem Fall. Ja, ja. Ich passe schon das Fahrrad auf, da hast du trinken. Trinken, da hast du es trinken, ja. Und dann machst du diesen Platz hier. Wir gucken uns, gucken Sie uns jetzt mal von innen an. Wir gucken uns jetzt mal von innen. Die Fotos mache ich nachher, wir machen erstmal einen kleinen Videoaufgang, selbstverständlich habe ich dafür bezahlt. Und hier haben wir das Geläut, was ich erzählt hatte, was in Planung ist. Glocken, darf man sich hier schon mal anschauen, bevor sie denn eines Tages oben hängen. Ganz schöne Schlachtschiffe. Sechseinhalb Tonnen, der Glatz hier. 900. 470. Da vorne wiegt das mehr als das Zehnfache. Wahnsinn, ne? Riesen-Krawenz-Männer. Das ist auch für mich neu. Da ist gerade was drin. Los! Wir müssen mal kurz einen Moment warten. Das ist nur ein kleiner Raum, die Paradieshalle wollte ich euch zeigen. Da warten wir jetzt nicht. Da gehen wir erstmal eine Runde weiter und versuchen es nachher nochmal. Zum Highlight. Plötzlich zuerst. Zuerst. SUMK Das ist er, unsere Yeti-Dame. Die Königin. Ist das jetzt affig? Das habe ich meines auch schon gemacht. Das ist das Schöne, ich muss nur ganz selten wegblenden, wenn wir Menschen ins Bild laufen, weil es halt so gut leer ist, aber es ist dennoch was los. Es gibt hier momentan, glaube ich, wieder drei Führungen drin, die nächsten eben in zwei Stunden. Es geht noch näher. Jetzt geht es zum Innenhof des Doms. Der äußere Rundgang. Was ich gesagt hatte, kommen wir nach Reste des alten Flusses. Wir gehen mal rechts rum. Oder wir gehen erstmal in die Mitte. Oh, die Sonne, ne? Guckt euch das an, Frau. Guckt euch das an. Das ist sowas, oder? Das ist was. Wahnsinn, ne? Jetzt muss man sich das vorstellen, alles noch mit diesen wunderschönen Buntglasfenstern. Das wäre der Oberhammer, ne? Ja. Das haben wir dem Krieg zu verdanken, dass das nicht mehr so ist. Aber wenigstens steht der Rest noch, ne? Das ist hier der evangelische, das evangelische Pfarrhaus, bin ich der Meinung. Und, wie man sieht, überall Baustelle, ne? Und hier sieht man aber auch schön noch das, was ich sagte, die alten Reste, ne? Der Romanischen. Ist eindeutig zu erkennen, ne? Und da haben wir gleich dann die Gotik. Oder auch Spätgotik. Ein bisschen aus der Sonne raus und gehen wir mal wieder zurück ins Dunkel. Und da war ich mit meinen Tüten normal. Und beide Nacht im Morgen. Und auch noch nicht zu essen. Ja, genau. Da war auch ein Brot im Hotel. Da sollte man auch so schön sein mit der Arm und sowas. War schön. War schön zusammen gefrühstückt. Ja. Mit Grünen. Ja, hier kommt das raus. Wie sieht das aus? Wird schön. Ja, hier ist es. Wie ist es? Ja, hier ist auch glücklich. Wie ist es? Die Anbieterin. Was ist es? Ja. War schön. Ist noch nicht? Ich bin echtes range. Ich bin echtes range. Ich bin echtes. Ich bin echtes, das ist echtes. Oh, guck, das war eigentlich schon leer, Alter, das ist, ne? Oh, das ist traurig. Wahnsinn, muss ich gleich mal ein Foto machen, so, da krieg ich das nicht nochmal hin. Das ist ein paar schöne Ausbläcke hier, ne? Die begehrte Steak. Ich bin jetzt in der Form, um den Dom mit den romanischen Säulen vorne drauf zu haben. Da muss allerdings das Licht passen, ist heute überbelichtet, aber der Fotograf weiß Bescheid, wann er herzukommen hat. Ich habe ein paar schöne Bilder gemacht. Und hier nebenan ist übrigens der kleine Konzerttag. Das ist hier auch nochmal eine Orgel. Und, äh, ja, das ist sozusagen der musische Bereich des Doms. Hier finden auch Veranstaltungen statt, bin ich der Meinung. Ich war noch nicht drin, deswegen gesagt, ich bin nicht der Meinung und ich wahrscheinlich dürfte auch zu sein. Ja, da wollen wir jetzt auch nicht reingehen, aber wo wir, oh, guck, da gehen wir mal einen schönen Blick. Gut aus, ne? Aber wo wir in Ihrem Fall reingehen, hatte ich ja gesagt, die Krypta, ne? Den kleinen Bereich des Demans-Ottonischen Doms, das Einzige, was noch erhalten ist, das schauen wir uns jetzt mal unter der Erde an. Das sind sozusagen die Risse des alten ersten Doms. Das ist jetzt nicht von Kaiser-Otto persönlich gelegt, ne? Das, du, aber, wisst ihr, was ich meine? Das ist schon mal, ja. Hier ist immer so ein kleines Schaubild. Ich mache auch hier mal ein Bild, aber das, das sieht aus wie auf einer Baustelle, wenn man das, aber ich mache das jetzt zur Vollständigkeit. Ich mache ein kleines Schaubild. Das sind keine Highlights, aber grundsätzlich, um mich zu loben, sind all meine Bilder besser als die, die ihr leider im Dom kaufen könnt. Die Postkartenbrüder, die wir da vorne verkaufen, als Ansichtskarten, sind natürlich älter. Das hat damit nichts zu tun, das möchte ich auch nicht bemängeln, aber grundsätzlich, der, der das fotografiert hat, ich weiß nicht, was für einen Blick hatte. Das ist nicht so meins, aber das ist ja eine Sache. Das war die Kurve da. Und jetzt? Wir haben Glück, dass wirklich kein Mensch da ist. Das ist eine schöne Sache. Das waren jetzt die Einzigen. Jetzt sind wir alleine mit der Restaurateurin dorthin. Es ist kein anderer wie hier. Wahnsinn, ne? Kann man auch ein Bild in der Sonne machen? Ah, nee, das war die nächsten. Man kann sich hier natürlich sicher noch viel länger aufhalten. Aber ich darf Eli natürlich nicht vergessen, der arme Junge. Die ganzen Touristen, die da draußen ihn jetzt beeilen. bis jetzt. Dschau' 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 Das war's für heute. Da wird's sehen können, ganz unanfällig. Ich sag ja, hier wird immer gebuddet. Man denkt immer, man kann ja auch etwas finden, natürlich. Und da geht's ja dann hier auch um Tourismus. Damit man dann wieder jemanden anlocken kann, wenn's neue Sensationen gibt. Ich denke, wir fahren bei uns jetzt hier. Aber nochmal ein Blick. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist die Paradieshalle. Die Vorhalle sind Paradies, sozusagen. Das sind die törichten Jungfrauen. Und das sind, glaube ich, die klugen oder weisen Jungfrauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sonst gibt es Jungfrauen, wie auch immer. Gibt's ein paar schöne Geschichten dazu? Wer das nachschauen möchte. Die Figuren sind sehr alt. Ich kann euch jetzt tatsächlich nicht sagen, wie alt ist es. Ich glaube, es war das 13. Jahrhundert. Manchmal verwechselt sich Zahlen. Tut mir leid. Ich bin auch mal ein Mensch, Zehnte oder Dreizehnte. Aber zumindest sollen wir sehr alt sein. Und vielleicht schauen wir mal, ob hier was drinsteht. Hier könnt ihr ja irgendwo. Das steht dann wahrscheinlich vorne. Wir schauen noch mal an. Aber erstmal guckt euch das an. Ich muss mich ein bisschen beeilen, dass so ein bisschen windig gleich wieder jemand durch die Tür geschneit kommt. Und dann kann ich nämlich nichts mehr filmen. Das sind die Kluge, sozusagen. Ich muss schnell noch ein Bild machen. Was ihr da drin seht. Ich zeig dir gleich mal durch die Platte, die auf dem Boden steht. Das ist der Kaiser. Wir gucken noch mal, ob wir es von der anderen Seite ein bisschen offener haben. Das ist gerade geschlossene Gesellschaft. Das war vorhin ein bisschen mehr los. Deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Aber von hier kann man... Ihr lugt mal mit der Kamera ganz langsam drüber. Ich versteck mich mal. Ja, diee sogar sehen. So. Die wirkliche Konkurrenten. Es ist ja hier. Wir haben die klarkfolischen Farben. Und dann ist es über die Blatt. Und dann ist es grün und weiß. Das kommt noch dabei. Und ja, es hat dann ein ganzes Herrschluss. Das kommt noch dabei. Die kommen zu. Und dann ist hier. Die sind da. Ihr konntet bestimmt ein bisschen was sehen. Und dann gehen wir jetzt wieder raus zum Eli. Der dürfte schon auf uns warten, wenn er dann noch da ist. Vor allem mit dem Fahrrad. Da muss man aufpassen. Ich hab nicht umsonst so viele Schlösser belastet. Es wird immer gebuddelt und gebastelt. Und hier gibt es immer so einen Spenden-Marathon für die Glocke. Für alle, die es beteiligen möchten. Also, seht ihr da? Läppische halbe Million, 460.000. Wollen wir das machen? Das machen wir, weil wir nett sind. Aber ansonsten weiß ich nicht. Jetzt muss ich mal was Portemonnaie flüssig. Weil im Gegensatz zu den meisten anderen, habe ich ja schon von vornherein für die Fotoerlaubes bezahlt. Zwei Euro. Das ist jetzt nicht viel, ich weiß. Ach, also für die Verhältnisse. Was soll ich euch noch zeigen? Pass auf. Nicht, dass mir nachher einer nachsagt. Ich hab das nur erzählt oder so. Ja, hier. Die meisten anderen Menschen ganz unter uns, die knipsen ja mit dem Telefon. Aber ich hab mal beobachtet, kein Mensch geht vorne an den Tisch und legt die zwei Euro rein. Dann brauchen wir sich natürlich auch nicht wundern, warum das hier so lange dauert, oder? Sehe ich zumindest so. Und ich hatte es ja erzählt. So ganz fair ist die Nummer nicht. Ohne jetzt hier Partei ergreifen zu wollen. Aber wisst ihr, was ich meine. Guck mir was umsonst an. Dann mach ich auch noch Fotos. Und dann geh ich auch noch an der Blocke vorbei. Und was machen wir? Wir machen hier das Förderprogramm. Für alle sozusagen. Dafür hab ich nachher kein Mittagessen. So. Das machen wir mal da. Ich hab das Zweier und Einer. Aber immerhin. Das heißt nichts. Hier. Und den hab ich nicht in einer Schnur angebunden. Weg ist er. Zwei Euro. Den nehmen wir hier aus der Kasse des Vereins. Ich hoffe ihr seid bei mir. Für die Glocken. Einen noch. Das Taufbecken. Jenes hier. Das soll wohl eigentlich noch aus der Römerzeit stammen. Das heißt das hat man aus Italien tatsächlich über die Alten. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ding. Das wiegt eine Nummer. Wahrscheinlich. Hat man hier rüber transportiert. Damals schon. Hat man wohl aufgrund der Gesteinsart festgestellt. Dieses Porphyr oder irgend so was soll das sein. Diese rote Platte hier. Ist natürlich schon ein bisschen in der Mitleidenschaft gezogen worden. Aber man hatte spekuliert, dass das damals schon beim Transport kaputt gegangen ist. Muss man sich vorstellen. Damals gab es noch keine Autobahn. An welcher Autobahn fast dieser Straße überhaupt? Ja. Das über das Gebirge. Da können ein paar Leute was tragen. Kann man sich vorstellen. Ich würde es nicht machen wollen. Gut. Da sind wir jetzt durch. Mit dem Wahrzeichen Magdeburgs. Da haben wir Schuss zum Dom. Und weil wir jetzt vier Euro hin gelassen haben. Da muss ich mir mal sagen. Das ist in jedem Fall weniger, als man hätte beim Kölner bezahlt. Ja. Aber dafür konnten wir ja auch nochmal Fotos machen. Und Ila ist noch da. Na Rikki? Wie sieht es aus? Na Rikki? Wie sieht es aus? Na ja. 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 Hast du schon auf die Kasseline? Was? Auf die Kasseline? Was? Und dann einfachst du da? Ja. Hast du mir Touristen erzählt? Auf die Kasseline? Ah ja. Du musst wieder. Ja, hey. Wir müssen sehen. Du hast die Fahrene aufs Fahrrad auf. Du warst alles noch da. Du hast die Fahrene gemacht. Wir müssen uns jetzt ein bißchen zusammen rappeln. Und dann gehts weiter. Bis bald. So, verabschieden wir uns vom Dom, dem Wahrzeichen, dem wichtigsten, den wir begonnen hatten. Und ja, was soll ich sagen, es hat alles deutlich länger gedauert, als ich gesagt hätte, aufgrund der Filmerei. Normalerweise geht eine Stadtführung schneller, vor allen Dingen, wenn er es alleine macht, aber da ich ja filme und noch fotografiere gleichzeitig, sind wir jetzt mit dem Terminplan ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, so war der Plan, dass wir es jetzt erst Mittag haben. Aber wir haben es jetzt schon Nachmittag. Dadurch muss ich den ganzen Tagesrhythmus jetzt ein wenig verschieben, wie wir es machen. Aber nichtsdestotrotz werden wir erst mal zu einem bekannten Platz fahren, das heißt auch in der Verlängerung des breiten Weges, weil da wären wir jetzt sowieso hingefahren, denn ich brauche grundsätzlich dringend was zu trinken. Ich habe heute weder etwa, für Eli haben wir genug mit und der ist die ganze Zeit, aber wisst ihr, er ist immer das Gleiche. Wenn Eli was im Rucksack hat, dann kann ich nichts mehr mitnehmen. Das ist halt, dass ich was wieder dringend was zu trinken besorgen und eigentlich war eigentlich auch Essen hier tatsächlich geplant. Jetzt habe ich dem Dom was für die Glocke gegeben und das soll ich sagen, ich habe mich wieder selbst dabei vergessen. Scheiße. Nun gut, Entschuldigung, das haben wir nie gesagt, aber wir gucken, dass wir jetzt wohin kommen, wo es, Eli, vorsichtig, wo wir, wir nehmen die Hauptstraße, wir nehmen ruhig die Hauptstraße, das ist kein Problem. Das heißt, wir fahren jetzt wieder auf den breiten Weg und dann gucken wir mal, dass wir da was zu futtern und zum Essen vor allem bekommen. Links. Das ist einmal gewesen, damals der bekannteste, also es ist praktisch die Hauptstraße schlechthin und es war mal eine der größten, Eli, links hier, es war mal eine der größten Einkaufsstraßen Europas, damals Ende 18. Mitte, Anfang, ja doch so, Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert und viele der alten Gebäude stehen leider gar nicht mehr, auch durch den Krieg entsprechend, aber wir schauen uns jetzt mal genau den bekanntesten Platz an, wo man noch am meisten dieser Gebäude sieht. Da hatte ich eigentlich geplant, dass man da eventuell was zu, was zu trinken und essen, werden wir in jedem Fall finden, keine Frage, aber eigentlich hatte ich geplant, dass ich da was essen gehe, ausnahmsweise mal, habe ich schon sehr lange nicht gemacht, schon fast ein Jahr nicht, aber, Eli, halt, rechts, bitte, da sind wir noch nett, aber Eli, jetzt ab hier, und, äh, ja, jetzt schauen wir mal. Ich war gerade im Nagelstudio. Nein, hier wollte ich eigentlich mittags essen gehen, hatte ich geplant, und ich habe mal eben gerade gefragt, ob Eli mit rein darf, und die haben gesagt, natürlich, bei so einem tollen Hunden muss er. So, jetzt müssen wir ein bisschen umplanen, natürlich. Ähm, nach nichtsdestotrotz, wir fahren jetzt zu dem bekannten Platz, den ich gerade gesagt hatte, in Verlängerung des Breitenwegs, mit den schönen alten Häusern, das schauen wir uns an, da muss ich ganz dringend was trinken, ich habe einen trockenen Hals, und dann werden wir hier in jedem Fall zum Abendessen wieder herkommen, und ich werde den ganzen Plan, den ich jetzt eigentlich vorher im Kopf hatte, gerade komplett nach Hause schmeißen, und neu ausdenken, aber das ist kein Problem, wir sind ja spontan, aber wichtig ist erstmal, was zu, äh, Flüssigkeit, sonst wird's blutdick, ach, und dann, äh, ach, das lassen wir ruhig mal laufen jetzt, ist die Kamera halt, ja, schön, wir sind nämlich, habe ich gerade gar nicht fest, ähm, habe ich gerade mitbekommen, als wir, als ich gefilmt hatte, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wir sind am Polizeirovier vorbeigefahren, und das haben gerade drei, drei Polizisten haben ja ziemlich, und eine Polizistin, haben wir ziemlich aufmerksam hinterhergeschaut, wenn ich es so gemacht habe, im öffentlichen Straßenverkehr. Ich weiß nicht, also ich habe hier nicht telefoniert, ne, gibt's ein Gesetz, das es, äh, verbietet, die Kamera laufen zu lassen, und mit sich selbst zu reden, ich weiß es nicht, aber ich war nicht abgelenkt, das habt ihr auch gesehen, ich habe den Radfahrer hinter mir, der mit dem Hänger sogar, gemerkt, das ist ein Gespür, das ist irgendwie Sinn, ich habe ein Auge im Hinterkopf, und habe den vorbeigelassen, ne, also kann mir keiner vorwerfen, ich hätte noch nicht auf meine Umgebung geachtet, gut, jetzt haben wir nur so ein paar Meter, das ist jetzt übrigens nicht der breite Weg, ich fahre mal gleich zurück, das ist die Parallelschlaße dazu, aber hier sehen wir auch schon so ein paar Häuser, ja, ich lasse es ruhig mal ein bisschen laufen, weil das ist jetzt, wie gesagt, der bekannteste Platz in Magdeburg, wir haben es nur noch 250 Meter, und dann sind wir auch schon da, und hier ist so ein bisschen, naja, Kneipe, Szene, man könnte sagen, der Kiez von Magdeburg, jetzt, ja, ähm, und, äh, sieht man links und rechts, Erdgeschoss, überall gleich, wer hat das sehen, ähm, sind entsprechende, Bars, und hier ist ordentlich was los, abends, nachts, am Wochenende vor allen Dingen, und zwar so viel, dass mittlerweile alles videoüberwacht ist, das war mal nicht so, äh, gerade in dem einen hier rechts, ist schon mal jemand mit der Spritflinte, über den Haufen geschossen worden, nachts, 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 wir machen jetzt hier mal eine Ehrenrunde, willkommen, das ist der Hasselbachplatz, nennt er sich, sieht aus wie ein Kreisverkehr, ist aber tatsächlich keiner, Link nicht vergessen, ganz wichtig, von Gila, links, 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 wir fahren lieber oben, dann machen wir Platz, hier in der Mitte, Stand mal, ähm, Hasselbach ist damals ein Bürgermeister gewesen, ähm, Mitte, äh, 19. Jahrhundert, das heißt 1850 oder so, jedenfalls 19, 100, 1890 hat man, das habe ich, ist mal ein Grund gebaut worden, der hier stand in der Mitte, der ist dann aber später abgerissen worden, äh, ich müsste so in den 20ern gewesen sein, 1900, so Pi mal Daumen, ich weiche die Daten sonst nach, ähm, war ein riesengroßes Bollberg, war, war sehr interessant, schön hoch, sah gut aus, und, äh, im Zuge, das ist der breite Weg, von da, wir sind gerade von da gekommen, und, ähm, im Zuge der Eingemeinung von, wir müssen hier mal ein bisschen aus dem, aus dem Bereich hier raus, nicht das hier, aber ich stehe gerade auf dem Radweg, ich weiß, Ila, links halt, und im Zuge der Eingemeinung von den, damals waren es ja sozusagen, Vorstädte, beziehungsweise Dörfer, Gemeinden, wie man auch immer das, äh, damals genannt hatte, schon sehr lange her, und zwar geht es in diese Richtung nach Sudenburg, und in diese Richtung nach Bukau, und im Zuge der Eingemeinung Jena, hat man den, den Haselbachplatz, beziehungsweise hier, den breiten Weg bis hier verlängert, und musste dann, es kam hier auch mehr Verkehr auf, Straßenbahnen natürlich, äh, musste man denn leider diesen Sprunen wegnehmen, der ist schon länger nicht mehr, und wer weiß, ob man Krieg überhaupt überlebt hätte. Und wie gesagt, hier ist eine ganze Menge zu Bruch gegangen, und das, was wir jetzt hier sehen, und deswegen, das ist ja das, ähm, das Bekannte, das Entscheidende, hier haben wir also überhaupt, dass, diese, Bauten, so ein bisschen Renaissance mit drin, Wunderzeit in jedem Fall, ne, das ist eigentlich das, äh, das Charakteristische, vom, vom breiten Weg, so sah Magdeburg in der Stadt, alles mal komplett aus, ja, und kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das, äh, deswegen wollte ich das zumindest mal zeigen, so hätten wir sonst, sieht ja in einigen anderen deutschen Großstädten, sieht es ja noch so aus, ja, aber hier habt ihr praktisch bloß noch genau jenen Punkt hier, am Haselbachplatz, das heißt, die, die, die Verlängerung vom breiten Weg aus, äh, wo man sich noch mal so ein bisschen zurückversetzen kann, ansonsten ist es relativ modern, wie man ja sieht, ne, da ist eine ganze Menge los, äh, dafür, wie das eigentlich leer ist, ja, immer dran denken, ich hab mir jetzt gerade in dem Biolan, ne, Flasche, Kombuka, reingezogen, besonders viel ist es nicht gewesen, aber zumindest, ähm, erst mal besser als gar nichts, und, äh, da müssen wir nachher nochmal Nachschub holen, in jedem Fall, aber jetzt haben wir es zeitlich ziemlich eng, und dann müssen wir erst mal weiterkommen, ne, ich hab nämlich nicht noch ein Ziel, tatsächlich, ich hatte aber nur zwei Ziele auf der, auf der Liste, die eine Öffnungszeit haben, und dieses eine, müssen wir jetzt in jedem Fall noch schaffen, bevor die Laden zumacht, ne, auf der Eni-Line, auf der Eni-Line, Man sieht das schon, von den alten Gebäuden aus der Gründerzeit, ist nichts mehr übrig geblieben, ja, ist schade, aber dieses Thema, wenn wir später noch zu sprechen kommen, deswegen geht es nicht verkehrt, dass, äh, dass ich hier schon mal ein bisschen was davon gesehen habe, weil sozusagen, das moderne Magdeburg, immer daran denken, wir sind in der Innenstadt, ja, also das ist hier City City, innerer geht es nicht, und wir fahren jetzt auf den, innersten, mittlersten Punkt drauf zu, den es in Magdeburg überhaupt gibt, zu genau, jener, ja, Attraktion, die man da noch besichtigen kann, hier sind wir vollständig schon gewesen, kommen wir jetzt wieder aufs 100-Wasser-Haus, links die Post, rechts der Friedensreich, und da seht ihr schon, man kann das praktisch alles, was ich euch heute zeige, bequem per Fuß ablaufen, wenn man jetzt keine Videos drehen würde, zwischenzeitlich und Bilder machen, so aktiv wie ich, dann ist das in einem Bruchteil der Zeit zu schaffen, und jetzt sieht man auch schon, es ist deutlich voller, am 100-Wasser-Haus, hier lassen wir kurz jemand vorbei, so, und jetzt geht es hier auf den, auf den mittlersten Punkt, sind wir gleich da, das wird jetzt richtig voll werden, und jetzt kommt der Fußverkehr, sozusagen, und jetzt kommt die da links vorbei, so muss sie fallen, wir fahren den kleinen Bogen, da vorne ist die Ramme voll gerade, das wird mit Eli sonst, ein bisschen dramatisch mit der Kamera hier, ja, oh, die laufen hier rein, oh, 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 das ist gut. So, es ist halt. Oh, es ist halt. Da sieht es auch voll aus, da sieht es auch voll aus, aber das nützt als nichts, da müssen wir jetzt durch, denn der macht hier in einer halben Stunde ist sozusagen die letzte Besteigung. Ich wollte euch hier von oben, das ist die Johannes-Korsche, ich sag ja, mein Plan ist jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, leider, denn ich hatte das so vorgehabt, dass wir hier zeitlich eine Chronologie abfahren, sozusagen, mehr in die Neuzeit rein, also von der Otto-Gründung, frühes Mittelalter, spätes Mittelalter und dann 16. Jahrhundert, 19. und so weiter und dann werden wir irgendwann hier gelandet, so, von dieser Chronologie, das hat jetzt leider nicht ganz gepasst, aber das spielt praktisch keine Rolle, weil die meisten Menschen ist das sowieso egal, muss ich ehrlich sagen, das wäre jetzt so schön gewesen. Und daher werden wir jetzt hier mal auf diese Kirche, denn das ist hier der einzige Ausblick, den er über Magdburg haben könnte, außer noch dem Dom. Aber der Dom, wie gesagt, da hoch, auf diese Kanzlei, über die 80 Meter geht es nur mit Führung, das ist Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, es sind viel zu viele Leute da, da kann ich mir gar nichts filmen. Und Punkt Nummer 3, es dauert auch zu lange, Ila müsste zu lange warten. Also, ich spreche eine ganze Menge Gründe, warum ich jetzt mit euch nicht auf den Dom gegangen bin und ganz ehrlich, ihr müsst natürlich auch noch was machen, wenn ihr Magdburg wollt, ja, also Dombesichtigung mit Treppenaufstieg, die 400, was weiß ich, 42 Stufen oder so, ja, in dem Dreh, da könnt ihr euch mal anziehen. Das ist hier deutlich weniger, das sind nur knappe 60 Meter Höhe und da geht es fix hoch. Jetzt müssen wir natürlich nur schauen, ob ich jetzt hier auch hoch kann, weil es hier ziemlich voll ist gerade. Normalerweise war das mit Ila nie ein Problem, den mitzunehmen. Ich mache das hier ja regelmäßig, auch mit anderen, wenn ich Stadtführung mache. Aber jetzt? Ich war noch nie hier, wo es so voll war. Tatsache. Schauen wir mal. Wenn ich fragen darf, um was geht es hier eigentlich heute? Um Pumor und Krebs. Oh, okay. Ja, also es ist eine wichtige Sache. Ja, in jedem Fall, keine Frage. Hätte ich jetzt auch einen Betroffenen, aber das bringt mir jetzt leider gar nichts. Okay, gut. Ich bin sofort wieder draußen. Ja, meine lieben Freunde, seht dann, heute in jedem Fall eine geschlossene Veranstaltung. Wäre schön gewesen. Nächstes Mal. Umplan kurzzeitig. Die ist auch ein gutes Beispiel. Die Kirche ist eine Veranstaltungshalle, ein Konzertsaal. Gibt es natürlich genau für sowas auch prädestiniert. Dafür will ich ja auch nichts sagen. Es wäre jetzt nur schön gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Gut, aber so wie ich habe gerade mit der einen Dame gesprochen, ist das jetzt auch nicht so super lange angekündigt gewesen. Und die Menschen kommen ja auch von weiter her heute. Nun gut, dann planen wir das um. Das ist kein Problem. Dann gehen wir wieder zurück zu dem, wo ich eigentlich gerade herkomme. Dann machen wir genau eigentlich den Plan weiter, würde ich sagen. Ich lasse mir gerade noch mal ein bisschen was einfallen. Ich hatte jetzt gerade noch gedacht, wir können das auf morgen verschieben. Werde ich jetzt hier noch einmal irgendwo im Park geschlafen? Aber das funktioniert leider auch nicht. Denn die geschlossene Veranstaltung geht noch bis Ende der Woche. Das ist finster, oder? Habe ich auch nichts online zugefunden. Und mit der Dame, die ich gerade gesprochen habe, die ist nur dafür angestellt, damit es hier genau solche Leute wie mich sozusagen fernhält für den Rest der Woche. Das hätte man, bin ich der Meinung, auch irgendwo ankündigen können, oder? Das ist für Leute wie ich, die hier nicht kosten müssen. Schade eigentlich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie gesagt. Einmal auf dem Dom und dann hier die Johanniskirche. Also für alle, die das machen wollen, jetzt habt ihr mal live gesehen, man sollte in jedem Fall ein bisschen einen Tag vorher anrufen, oder ich weiß nicht wie viele Wochen vorher, um das mal abzufragen. Aber es sind wohl offensichtlich auch mehrere Menschen, die heute hierher wollten. Und sonst hätte man ja nicht da jemanden extra für angestellt, der da positioniert wird. Naja gut, ist kein Problem. Ich werde das jetzt einfach, also schon ein Problem. Ja, aber wir sind ja operativ spontan. Wir werden es jetzt einfach so machen, dass wir zu dem Punkt zurückfahren, wo wir gerade herkommen. Das heißt, wir gehen wieder in der Geschichte zurück. Ich wollte es ja eigentlich mit der Chronologie so machen. Jetzt muss ich mir aber zudenken. Das heißt, wir sind gerade aus dem Dom raus, müssen wir uns jetzt vorstellen. Und ich hatte ja gesagt, das nächste größere geschichtliche Ereignis. Oh, da haben wir wenigstens noch mal die Glocke. Wenigstens eins mitgenommen. Das nächste größere geschichtliche Ereignis wäre ja dann gewesen, wo ich sagte, da wollte ich etwas zu sagen, wäre dann der 30-jährige Krieg gewesen in Magdeburg. Als zumindest für die Stadt sehr ausschlaggebendes. Und da würde ich jetzt wieder einen Ort anfahren, damit wir ein bisschen reinkommen. So vom Feeling her. Ja, denn wir waren hier vorhin im Dom. Da waren wir sozusagen im Frühmittelalter. Und jetzt muss ich noch mal einen Ort nehmen, dass wir so ein bisschen danach wieder reinkommen. Ist kein Problem, ist ja ein sonniger Tag. Und getrunken habe ich ja auch gerade. Kommt ihr da hin? Ich fühle mich ruhig mal so eine kleine Rundfahrt. Eli, geht nach links. Dass ihr mal ein bisschen was von Magdeburg gesehen habt. Das war jetzt eigentlich so nicht der Plan. Aber ich sage ja, wir müssen uns danach richten, was gerade möglich ist. Und wir fahren jetzt sozusagen wieder zurück in Richtung Dom, wo wir gerade hergekommen sind. Aber einen anderen Weg. Damit es A, nicht langweilig wird. Und B, wobei, ich hatte was vorhin von der Romanik erzählt. Ja? Dann nehmen wir das doch mit. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wir haben hier, da wo die Sonne steht. Warte, direkt vor hier. Auf 11 Uhr. Das Kloster unserer lieben Frauen. Da kann ich jetzt noch mal kurz was zu sagen, wenn wir da sind. Wir fahren erstmal hin. Das ist auch eine Konzerthalle, beziehungsweise eine Kunstgalerie ist es eher. Und ja, die wollen wir uns nicht anschauen. Von daher ist es jetzt egal, wenn heute jetzt was stattfinden würde. Eli, links rüber. Komm hier, links. Und am Amabi-Pass. Aber, ihr seht da auch schon die Spiegel, die draußen an der Fassade hängen hier oben. Diese sehr extravaganten. Das ist Kunst. Heute ist sowas Kunst. Und das ist aber auch schon ein bisschen was los, zumindest. Und jetzt, hier vorne, das Kloster. Da haben wir einmal... Ja, Vorsicht. Da ist ein Feiner links. So ist der Feiner. So ist die Leine auf der falschen Seite. Ist egal. So ist die Leine. Oh no, oh no, oh no. Alles gut, dieser Leine. Alles gut. Ich wollte mal nicht in der Sonne stehen, deswegen ein bisschen Schatten gesucht hier für Eli. Ich sage gleich ein paar Worte zum Kloster. Das ist auch der Klostergarten. Das Kloster ist auch so eine Kunstgalerie angrenzend. Da habt ihr im Klostergarten natürlich auch einige Kunstgegenstände, wie solche interessanten Figuren hier. Und wenn ihr hier hinten durchlugt, dann seht ihr natürlich auch, da wo wir herkamen, der Dom. Ist alles sehr kompakt beieinander. Das war dann hier der Landtag. Und jetzt zeigen wir nochmal das Kloster kurz von der Nebenansicht. Was gibt es für ein Kloster zu sagen? Eigentlich nur die Höhe weiß ich. 44 Meter bis zur Turmspitze rum und eines der bekanntesten romanischen Gebäude in Deutschland mit. Und natürlich Teil der Straße der Romanik. Logisch. Und zum Gründungsjahr. Das heißt Grundsteinlegung. Da ist man sich nicht ganz so sicher. Gibt es verschiedene Angaben. Es ist nichts wirklich dokumentiert. Also nicht sicher dokumentiert. Entweder 1016 oder 1043, wenn ich mich recht entsinne. In diesem Dreh. Also sagen wir mal Anfang 11. Jahrhundert. Da machen wir wahrscheinlich nichts falsch. Legen wir uns drauf fest. Ich schaue mal, dass ich vielleicht noch ein Bild hinbekomme. Hier. Da hinten kommen schon wieder eine ganze Menge Touristen. Heute ist ordentlich was los. Wahrscheinlich dem guten Wetter geschuldet. Foto macht gerade keinen Sinn. Es ist alles überbelichtet. Ihr seht das so wahrscheinlich schon. Die Sonne strahlt voll auf den hellen Stein drauf. Und damit sieht nicht schön aus. Natürlich. Wenn man jetzt Bilder bearbeiten würde, dann kann man das. Ich weiß. Ja, aber das wisst ihr ja. Kennt meine Mentalität. Mach ich nicht. Wenn ich sehe, dass es ein natürliches Abbild, wenn ich das hinbekomme. Denn ja. Aber das brauche ich gar nicht versuchen. Aber dafür haben wir jetzt auch geschafft, dass Ila sich ein bisschen im Schatten mal kurz ausruhen kann. Und dann werden wir jetzt mal zu einem Stück Geschichte von Magdeburg fahren. Was mindestens eigentlich noch älter als das dort ist. Damit wir wieder ein bisschen reinkommen in das Thema, was ich gesagt hatte. Wo dann ein entscheidendes Ereignis die Stadt leider heimgesucht hat. Und wer sonst noch daran Interesse hat hier. Kloster. Wie gesagt, kann man mitnehmen. Alles nah beieinander. Öffnungszeitenfeuerfragen in jedem Fall. Macht Sinn. Und dann kann man hier hinten in dem Klostergarten schön verweilen. Und da unten ist, das schauen wir uns gleich an, denke ich, die Elbe. So, schon langsam, Ila. Die fahren ruhig nochmal den Platz, den ihr vielleicht auch gehen würdet. Also den Weg, dass ihr das besser zuordnen könnt. Das heißt, dass ihr wisst, wo das ist, was ich euch jetzt zeige. Ich möchte ja, dass sie das auch findet. Ist ein bisschen versteckt nämlich. Das heißt, wir fahren jetzt wieder zurück. Ila, rüber. Rüber, komm, links hier. Links. Ja, kannst ruhig mal ein bisschen leiden. Das gibt's doch nicht, ey. Die... Na, also einige... Das ist ja eigentlich ein ruhiger Bereich. Sollte es eigentlich sein. War mal so gedacht, weil es ja natürlich der Innenstadtplatz ist. Aber am meisten Heizen und Rasen, das tun hier tatsächlich die... Ist ja der Landtag, ja. Mit den dicksten Autos. Also bei einigen, da fasse ich mich in meinen Kopf. Wir sind ein paar Mal überfahren worden hier. Das ist mal ziemlich peinlich. Mit fremden Menschen in der Stadt. Muss ich feststellen, ja. Gut, also das ist der Landtag. Und habt ihr auch schon gesehen, hier ist nichts abgesperrt oder so. Relativ ungewöhnlich für Deutschland. Ihr könnt praktisch bis rangehen. Wer es möchte. Und hier gleich nebenan... Für die, die denn überfahren werden, wurden... Die können sich ja gleich beschweren hier. Beim Justizministerium. Das ist das Gebäude links von mir. Und dann sind wir jetzt wieder am Domplatz. Am Dom. Und jetzt kommen wir... Ja. Da haben wir schon eine unserer Schutzpatronen. Abschnittsbevoll mich vielleicht fast gesagt. Wie ist das damals mal? Fangen wir jetzt einmal um den Dom rum rum. Denn der Eingang ist ein bisschen versteckt. Seht da so auch nochmal den Dom von der Rückseite. Das finde ich, ist gar nicht so verkehrt. Ich guck mal, dass wir das mal so ein bisschen... Oh! Sonniger! Sonniger! Nehmen wir nochmal den schönen Bau. So und hier fährt in jedem Fall kein Auto lang. Hier ist nämlich Verkehrsfutterbereich. Aber hier gibt es einen schönen Käutergarten hinten hier. Halt mal ihn. Halt, 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 halt. Halt, ich drück. Ich drück die halt. Sieht ihr jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Aber es ist jetzt gerade auch ein bisschen doll Wildwuchs. Wie ich finde. Sah schon mal aufgeräumter aus. Aber gut, vielleicht muss das so sein. Man weiß es nicht. Aber das ist sozusagen der Dom von hinten. Es gibt viele kleine Ecken, wenn man hier rum geht. Kann man einiges entdecken. Und wir entdecken jetzt mal etwas. Und zwar ein Tor. Nicht das, wo ich gerade durchgefahren bin. Sondern ein anderes. Wie lange? Jetzt geht's auf Torsuche. Oh die hohe. Hier sind wir schon richtig. Links rum. Links rum. Oh yes. Jetzt wird's top secret. Das ist die Möllnvuchtzeit. Wo wir jetzt hinfahren. Und ihr seht schon. Hier ist gar nichts mehr mit Menschen oder so. Hier ist tote Hose quasi. Aber nichtsdestotrotz. Wenn wir wahrscheinlich gleich ein paar Menschen sehen. Denn das ist nicht ganz unbekannt. Wo wir jetzt durchrauschen werden. Oh. Wir haben gerade geschlossen Veranstaltung. Das passt gerade ganz gut. Aber gut. Dann warten wir das mal ab. Komm einmal rum. Das ist kein Problem. Wir sind ja flexibel. Wir sind ja flexibel. Würden die jetzt sehen. Dass ich hier wahrscheinlich auch ein paar hundert Menschen hinter mir. Vielleicht sogar tausend habe. Die das anschauen. Würden die Menschen vielleicht vielleicht Platz machen. Aber so bin ich immer nur eins. Und da muss ich jetzt leider zurückstecken. Aber wir gehen jetzt mal zum Ziel. Schön aufpassen. Zurück Eli. Nee. Aber zurück Eli. Du bist am Fahrrad. Bleib Eli. Wenn es nach oben geht. Und es ist auch was zum Klettern. In Treppen und so weiter. Da muss er natürlich unbedingt hin. Ja. Wir kriegen gerade Beifall. Das passt ja. Das passt ja wunderbar. Und da sind wir dann auch schön. Das passt auch nochmal doppelt. Da jetzt praktisch die ganze Horde sich offensichtlich hier verflüchtigt. Und dann haben wir Platz gemacht für uns hier. Wir sehen hinten noch mal den Dom. Oh. Jetzt wollen die ja die Leiter holen. Ach der große Gott. Jetzt steht der Leiter am Weg. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen schon wieder runter drücken. Wo ist das? Der Dom nochmal. Wahrscheinlich haben wir noch ein paar Mal sehen heute. Denn überstrahlt ja Magdeburg. Das heißt von unserer von unserem einzigen ehemaligen alten Stadttor Festungsanlage. Gehen wir jetzt hier einmal rüber. Zunächst in Festungsanlage. Das heißt immer noch die gleiche die Stadtmauer. Und hinter der Stadtmauer haben wir das was man wahrscheinlich auf der Landkarte von Magdeburg schon gesehen hat. Die Elbe. Da ist er. Der Turm an dem wir hier gerade stehen. Es gibt so einige. Keek in die Köken ist das. Ein Werbefestigungsstrom. Auch so Pima Garmisch gesagt hatte. Anfang 15. Jahrhundert. Und es sind später im Laufe nochmal etwas verfestigt worden. Denn wir werden ja jetzt genau zu dem Ereignis kommen was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt hatte. Wo das in jedem Fall alles eine Rolle spielt. Und zum Elbe. Strom abwärts. Und Elbe. Strom aufwärts. Hier sieht man das glaube ich jetzt auch so ansatzweise ganz schön. Wir haben einen normalen Pegel. Nichts ungewöhnlich. Ist aber nichtsdestotrotz. Könnt ihr hier vorne rausgucken sehen. Den Felsen. Hier ganz unten gibt es auch eine Treppe. Die kann man runter gehen. Weil vielleicht sieht ihr da hinten. Da sitzen Menschen. Auf dem Felsen. So eine Treppe runter gegangen. Relativ eine sehr breite Treppe. Geht bis ins Wasser rein. Und das ist der Domfelsen. Das massiv. Und wie man schon sieht. Und das ist dann auch der Bereich wo hier die Strömungsgeschwindigkeit der Elbe am höchsten ist. Die meisten Wellen sieht man ja richtig wie es da auch schäumt. Wie ist es hier also wirklich nicht besonders tief. Und der Domfelsen ist natürlich auch der Schifffahrt. Ein Dorn im Auge. Es gab deswegen wahrscheinlich. Es ist eine Vermutung von mir. Hat man ja diese Wohre gemacht. Am Dom. Warum man. Beziehungsweise stand im Raum. Dass man den Domfelsen doch weg springen wollte. Man wollte die Schifffahrtslinie der Elbe hier verbreitern. Damit nicht mehr dieses Nadelöhr existiert. Denen haben sie aber gesagt. Nee halt das können wir nicht machen. Dann fällt der Dom zusammen. Und dann kam aber raus hinterher. Ach das ist gar kein Problem. Der Dom der hat noch so viel Luft nach unten. Und der steht gar nicht auf dem Felsen. Man weiß es nicht. Ja. Und das Interessante ist aber. Das ist schon länger her. Sie haben ihn trotzdem nicht weggebombt. Hahaha. Jetzt wurde es damit gerechtfertigt oder begründet. Soweit ich das mitbekommen habe. Dass es da um die Flusslandschaft. Die Auen der Elbe geht. Das heißt Elb bauen weiter Strom aufwärts. Haben wir. Ist ja ein relativ. Naja wie soll man sagen. Doch das. Also man kann schon sagen. Es ist ein relativ empfindlicher Bereich. Der ja gekennzeichnet ist durch den Wasserstand der Elbe. Das trifft in jedem Fall zu. Und wenn jetzt der Wasserstand der Elbe verändert. Das heißt sowohl in der Höhe. Der Pegel geht hier anders. Als auch natürlich die Breite des Flusses wahrscheinlich. Kann ich denn sich auch verändern. Denn würde das in jedem Fall. Zu Ungunsten der Elbauen. Sich entwickeln. Und die stehen ja bekanntlicherweise unter Schutz. Ob das jetzt der Grund ist. Das weiß ich nicht. Weil man ist ja auch relativ fix dabei. Schutzgebiete zu canceln. Oder vielleicht auch den Denkmalschutz zu canceln. Wenn es wirtschaftlichen Interessen widerstrebt. Das kennen wir ja schon. Ja. Von daher. Warum man den Domfels noch nicht weggenommen hat. Ich weiß es. Ihr könnt ihn mir aber. Der ehrliche Grund. Ist eine Vermutung von mir. Sie haben dennoch Angst um den Dom. Denn also ich muss ja sagen. Ähm. Ich hatte ja damals auch mal. Ich hatte ja schon mal gesagt vorhin. Dass wenn sich jemand so ein schweres Gebäude irgendwo hinstellt. Und das auch im frühen Mittelalter gewesen ist. Dürfte man wahrscheinlich so klug gewesen sein. Dass man sich vorher einen Kopf gemacht hat. Ob das der Boden überhaupt hält. Ja. Zumindest in dieser Zeit. Baut auch keiner so ein schweres großes Teil. Um es dann hinterher wieviel Millionen. Das muss man also Milliarden. Da umgerechnet das wahrscheinlich gekostet hat. Damit das dann wieder zusammenfällt. Das wäre unlogisch. Ich denke schon. Dass man den Domfels mit eingeplant hat. Denn der wie gesagt. Existiert schon so lange wie die Stadt auch existiert. Haben wir jetzt also nochmal gesehen. Hier die Stadtmauer. Und wer das ganze. Wer sich richtig viel Zeit nehmen möchte. Kann ich also nur empfehlen. Das heißt mehr als das wir jetzt heute haben. Der kann diese ganze Stadtmauer. Das nennt sich hier das Schleinufer. Die Straße die ihr hier unten seht. Das ist das Schleinufer. Die führt praktisch die ganze Zeit. Also ein sehr langes Stück zumindest. Immer parallel zur Elbe lang. Und da vorne ist dann übrigens der Haselbachplatz. Diese Hubbrücke die ihr da im Hintergrund seht. Die läuft dann in Verlängerung. Kommt dann so ungefähr am Haselbachplatz wieder raus. Wenn er da jetzt sozusagen durchgehen würde. Und man kann das hier. Man kann ja oben und so nicht direkt an der Elbe lang gehen. Habt ihr aber so ein bisschen Straßenflair. Oder aber wie gesagt. Ihr könnt ja mehr oder weniger oben entlang der Stadtmauer. Und da gibt es dann wieder so ab und zu ein paar ruhige befriedete Bereiche. So wie ihr das hier auch seht. Und überall natürlich auch so ein paar Orte wo auch über die Historie der Stadt aufgeklärt werden. Wie hier zum Beispiel. Dann haben wir hier 1430 ist der offensichtlich erbaut worden. Und 1530 etwas erneuert. Beziehungsweise verstärkt. Und warum verstärkt? Dazu kommen wir jetzt. Eli wartet schon. Da möchte ich ein paar Meter weiter fahren. Und das werden wir jetzt in jedem Fall auch tun. Wir gucken mal. Also ich habe das Gefühl heute wird es offensichtlich schwer. Warum auch immer. Das Wetter ist zu gut. Daran wird es in jedem Fall liegen. Die nächste Stadtführung machen wir im Regen. Wir schauen trotzdem mal. Das war ein halbwegs ruhiger Ort finden für das. Und da machen wir uns wieder ein Sit-in. So wie am Dom. Also ein ruhiges Örtchen wo ich euch ein bisschen was zum 30-jährigen Krieg erzählen möchte. Und ich habe schon einen Ort im Sinn wo ich jetzt hinfahre. Was ganz gut passt dazu. Wir sind ja jetzt wieder so im Mittelalter drin. Ich hoffe ich habe euch ein bisschen reingebracht. Und ich hoffe das da nicht so voll ist. Jetzt schauen wir mal. Ja wir haben uns hier eingefunden an einem. Ihr seht das schon im Hintergrund. Es ist noch sonniges Wetter. Und es ist auch schön dass die Menschen hier mal sitzen können. Das war nicht immer so. Dass man jetzt auch an den Elbterrassen. So ein bisschen ähnlich wie Dresden wer das kennt. Dass die Menschen sich da mal ein bisschen abseits der Großstadt. Das heißt dem Stress mit den ganzen Autos, Straßen und großen Häusern. Da ein bisschen entspannen können. Da habt ihr so ein paar einige Plätze hier. Und da sehen wir wieder unseren Freund, den Dom. Hier. Und kommen jetzt zu dem etwas ernsteren Thema. Was ich euch ja schon ein paar Mal jetzt drauf vorbereitet habe. Was meiner Meinung nach zumindest die Stadt sehr stark geprägt hat. Und was aber leider umso mehr unter den Teppich der Geschichte gekehrt wird. Das ist das mir einzig bekannte Kriegsdenkmal. Was hier aufgestellt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wohlgemerkt. Also von der Zeitrechnung her. Und zwar handelt es sich hier um ein Denkmal. Das heißt doch direkt Magdeburger Kriegsdenkmal oder Kriegerdenkmal. Für die Opfer der gefallenen Kriege im deutschen Krieg 1866 und dem deutsch-französischen Krieg 1877. Und wir sehen es auch schon. Hier steht es sogar dran. Erbaut bzw. errichtet 1877. Nach den beiden Kriegen den Gefallenen zum Gedenken. Und man sieht auf allen vier Seiten des Denkmals hier. Bismarck ist in jedem Fall zu erkennen. Ja das dürfte klar sein mit der Pickelhaube hier. Die zeitgeschichtlichen Meilensteine würde ich mal sagen. Und die Handlung. Es geht hier los. So wie das aussieht würde ich mal sagen. Dieses Bildblende. Sonneblende ich hier ein bisschen. Ich kann schlecht sehen gerade. Es sieht aus wie Verabschiedung der Soldaten. Weil die reichen sich hier die Hände. Die eine weint auch. So wie das aussieht. Jetzt müssen wir nachschauen. Das war hier auch die richtige. Das sieht aus wie der Friedensschluss. Da müssen wir die andere Seite. Uhrzeigersinn würde es so machen. Dann gehen wir hier rum. Und ja das ist der eine. Hier geht es zum Angriff. Da ist das Bajonett nach vorne gestreckt. Beziehungsweise der Degen. Und hier wird gekämpft sozusagen. Das sieht mir so aus wie der Sieg. Das heißt die möglicherweise Unterwerfung. Das sieht hier in Kasien. Wir haben da den Reichsadler. Also das ist ja das Preußische Reich. Was denn daraus entstanden ist. Die Krone vormals wie gesagt. Und das könnte hier der Friedensschluss sein. Ja. Also so ungefähr die. Das wollte ich damit sagen. Ist hier dargestellt. Und deswegen haben wir uns jetzt hier eingefunden. Weil das der einzige Platz ist. Der meiner Meinung nach der ganzen Sache so etwas angemessen erscheint. Und zwar soll es jetzt gehen um den 30-jährigen Krieg. Der natürlich etwas früher gewesen ist. In dem Fall 1631 ist das Ereignis für Max gebraucht gewesen. Wir bringen uns mal wieder zurück zum Eli. Und dann werden wir uns an diesen schönen sonnigen Plätzen da mal ein bisschen Ruhe gönnen. Und den anderen Akku der Kamera bestrabazieren. Und so wie es aussieht. Haben sich jetzt auch die Menschen. Eli hat sie alle verstrault. Das ist jetzt deutlich angenehmer. Eben gerade noch ein Haufen Kinder hier am Losrennen. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen das Bild trügen. Also zumindest den einen oder anderen vielleicht nicht. Ich habe ja versucht so ein bisschen mit der Stimmung jetzt rein zu kommen. Das heißt hier die alte Stadtmauer. Genau denn die Reste. Es geht um eine Belagerung logischerweise. Und jetzt haben wir hier das Kriegsdenkmal. Und dann kommen wir jetzt zum 30-jährigen Krieg. Ein Ereignis wie ich sagte. Das Magdeburg geprägt hat. Wie tatsächlich ohne zu übertreiben. Keine andere Stadt im heutigen Deutschland. Und dann setzen wir jetzt hier hin. Ihr kennt das wie immer. Hinter den Kulissen ist vor den Kulissen. Und dann machen wir jetzt hier so einen kleinen geschichtlichen Abriss. So. Da sind wir. Ich hoffe das müsste eigentlich ganz gut im Fokus sein. Ich habe jetzt hier auf einen Meter gestellt. Scharf. Das müsste ein Meter sein. Ich bin leicht möglicherweise etwas irritiert. Da mir Menschen gegenüber sitzen die gerade ihre Eistüte lecken. Und mich zu viert alle gerade anstarren. Während ich jetzt hier sozusagen einen Abriss vom Krieg gebe. Aber. So wie ich auch den Eindruck habe. Das spiegelt auch tatsächlich die Mentalität wieder. Das soll keine Kritik sein. Und das ist jetzt ganz neutrale Feststellung. Wenn ich beobachte. Ich bin ja nicht zum ersten Mal jetzt hier. Äh. Die Menschen die sich dann mit dem Kriegerdenkmal beschäftigen. Die sind eher älterer Natur. Um nicht zu sagen. Die haben eigentlich schon alle weiße Haare und gehen am Stock. Ähm. Ähm. Wahrscheinlich irgendwo eine Historie aus dem Verwandtschaftskreis daran erinnert hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn ich. Ich habe mich mal auch mit anderen unterhalten. Vor allen Dingen noch mit Menschen die noch jünger sind als ich. Ähm. 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 Aber tatsächlich. Selbst meine äh. Generation hat dazu keinen Bezug in dem Sinne, dass sie wissen worum es da geht. Das fand ich ganz schön erschreckend. Und dann brauche ich eigentlich alle die die später kommen auch nicht. Ich weiß nämlich. Das ist äh. Auch ohne Frage. Dass es bei mir zumindestens aus dem Geschichtsunterricht praktisch äh. Nicht stattgefunden hat. In dem Sinne. Dass man näher drauf eingegangen ist. Außer dass man nüchtern kurz die Fakten heruntergerasselt hat. Das was man so angeblich wissen müsste. Ne. Zu diesem Thema. Ähm. Aber halt sehr allgemein gehalten. Und äh. In dem Zusammenhang. Dass es ja hier gerade die Stadt Magdeburg betrifft. Dazu wurde praktisch gar nichts erwähnt. Diese. Was ich euch jetzt hier erzählen werde. Hatte ich weder im Geschichtsunterricht. Noch weiß das jemand. Wenn du großartig in der Bevölkerung fragst. Die meine Generation und jünger sind. Meine Eltern selbst hatten. Wissen davon etwas. Aber da muss ich sagen auch. Mein Vater hat sich grundsätzlich bemüht sich selbst weiterzubilden. Das heißt ich kann also nicht sagen wie es damals in den DDR-Zeiten unterrichtet wurde. Aber gut. Wir beginnen sozusagen mal mit dem Dreißigjährigen Krieg. Wer davon schon mal gehört hat. Also deutlich weit vorher. Bevor diese beiden Kriege dort stattgefunden haben. Ich missbrauche sozusagen das Denkmal. Mangels Alternativen anderer. Die dort dazu gepasst hätten. Der Dreißigjährige Krieg lief von 1618. Wie der Name sagt 30 Jahre bis 1648. Und hat ungefähr 10 Millionen Menschen das Leben gekostet. Wenn man bedenkt. Dass die. Also Pi mal Daumen. Das sind Zahlen die. Man war ja nicht selbst dabei. Und da muss ich nochmal einen kleinen Disclaimer bringen. Das was ich euch jetzt erzähle. Ist aufgrund lang mehrjähriger Recherche. Weil das erzähle ich zum ersten Mal. Sondern das habe ich immer mal wieder. Und jedes Mal kommt ein bisschen was dazu. Ich überprüfe da nochmal Fakten. Aber hier muss man dazu sagen. Wir waren alle nicht dabei. Und man kann eine Quelle lesen. Und man kann eine andere lesen. Und dann bilden sich daraus natürlich unterschiedliche Meinungen. Und Menschen streiten nicht selten auch über diese Meinungen. Ich hatte das beispielsweise vorhin am Dom erlebt. Das habe ich euch bisher noch nicht erzählt. Habe ich mich länger fast. Na gut. 20 Minuten mit einer älteren Dame unterhalten. Aus der Touristengruppe. Während ich gerade die Westfront fotografiert habe. Und die hat sich als Studentin geoutet. In einem zarten Alter von 72 Jahren. Ja. Fand ich aber ganz interessant. Und die hatte mir erzählt. Über einige geschichtliche Sachen. Dass da sich sozusagen die Gelehrten streiten. Wie es denn nun tatsächlich gewesen ist. Verschiedene Lager. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja. So was nichts Unübliches bei Menschen. Aber was ich ganz besonders paradox finde. Ist, dass man sich über die Geschichte streitet. wird. Denn die waren alle nicht dabei. Äh. Das muss man einfach dazu sagen. Man weiß tatsächlich nicht, wer Recht hat. Und hier jetzt mein üblicher Disclaimer zu diesem Thema. Oder üblich ist der ja nicht. Aber möchte ich trotzdem darauf hinweisen. Dass das was ich hier vortrage aus verschiedenen Quellen. Möglichst meiner Meinung nach seriös zusammengesucht ist. Und auch wenn ich jetzt Magdeburger bin ursprünglich. Betreibe ich hier keine Verherrlichung der Stadt. Und das dürfte glaube ich auch der eine oder andere auf meinem Kanal schon mitbekommen haben. Selbst wenn es mich selbst betrifft. Hebe ich die Dinge nicht übermäßig positiv in den Vordergrund. Ähm. Im Vergleich zu anderen. Ja. Also es ist. Das ist bei mir. Die Objektivität ist für mich wichtig. Ähm. Und äh. Wenn jemand etwas meint. Der wüsste es besser. Oder etwas anderes. Na dann darf man der Überzeugung sein. Aber das ist das gleiche was ich damals. Äh. Was ich vorhin auch der älteren Dame gesagt habe. Ähm. Wir waren alle nicht dabei. Wir können uns kein Urteil erlauben. Was richtig oder falsch ist. Ne. Von daher sind die Standpunkte denn sozusagen verhärtet. Es gibt praktisch keinen der sagt. Du hast recht oder du nicht. Ja. Das ist. Du wirst das selber. Fragst du drei Menschen. Kriegst du vier Meinungen. Und wenn wir jetzt über Sachen reden. Die vier, fünf, fünf Jahre zurückliegen. Oder wie beim Dom. Da ging es ja um Sachen. Die liegen tausend Jahre zurück. Ja. Weit über tausend sogar noch. Haha. Das äh. Habe ich ihr auch gesagt. Das ist. Mag ganz interessant sein. Aber solchen Diskussionen möchte ich mich nicht beteiligen. Weil sie führen zu nichts. Ne. Ganz einfach. So. Und die ähm. Das was ich jetzt hier recherchiert habe. Zum 30-jährigen Krieg. Krieg ist äh. Das was ich halt gefunden habe. Aus mehreren Jahren. Beschäftigung mit diesem Thema. Und äh. Ich übernehme dazu keine Haftung zu dem. Was ich euch jetzt sage. Ja. Nur viel dazu. Gut. Also ich habe schon mal begonnen. Ähm. Wie viele Opfer das Ganze gehabt hat. Sozusagen. Die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Dem heutigen Deutschland. Und das ist damit der Krieg. Der den äh. Fatalsten Schaden tatsächlich angerichtet hat. Liegt. Wenn man das mal genau betrachtet. Sogar noch über dem vom Zweiten Weltkrieg. Ähm. Ähm. Und der ist bekanntlich schon nicht ohne. Äh. Ähm. Begonnen hat der 30-jährige Krieg. Mit dem äh. Prager Fenstersturz. Eigentlich als ein Religionskrieg. Äh. Zwischen einmal. Auf der einen Seite gab es ja die katholische Liga. Des Heiligen Römischen Reiches. Das hat nach wie vor zu diesem Zeitpunkt nach existiert. Das heißt. Die Sache die sozusagen bei Otto schon drin gewesen ist. Äh. Immer jetzt. Äh. Ach. Ja. Noch weiter. Sechs. Siebenhundert Jahre später alt. Immer noch. Ähm. Und das ähm. Heilige Römische Reich. Hatte sich dort äh. Verbunden mit Österreich und Spanien. Und auf der anderen Seite stand ähm. 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 Diese Entwicklung ähm. Ähm. Die Abspaltung der beiden Religionen. Durch die ähm. 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 Durch die lutheranischen Thesen, wenn man das so nennen darf. Und die andere Glaubensrichtung, die sich daraus entwickelt hat. Mit dem ähm. Ähm. Protestantismus. Und auf der Seite von den Protestanten standen noch Sachsen, Dänemark und auch die Verbindung mit äh. Schweden und Frankreich. Und so wie es denn als Religionskrieg eigentlich angefangen hatte, ging das Ganze denn mit vielen einzelnen Kriegen, deswegen hat es halt so lange gedauert. Eigentlich in einen Territorialkrieg über. Ähm. 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 Das Ganze dann mit dem westfälischen Frieden. Ähm. Ähm. Hansestadt war damals Hochburg des Protestantismus. Halt natürlich durch die ganze Geschichte mit Luther, der er auch gepredigt hat in der Johanniskirche. Das, was ich eigentlich euch erzählen wollte, nachdem der Dom denn wie gesagt auch protestantisch war. Durch halt genau jene Verbreitung Luthers hier im Land Sachsen-Anhalt ist ja Lutherstadt Wittenberg, glaube ich, ganz bekannt. Und natürlich aufgrund des Bistums, Erzgroßbistum Magdeburg dürfte das dann natürlich, ähm, sehr vermutlich auch natürlich die, die größte Stadt sozusagen, die bekannteste betroffen haben. Ja, und da kann man sich dann natürlich auch schon vorstellen, dass, ähm, das heilige Römische Reich, das heißt sozusagen die Regio nach heutiger Zeit, nicht besonders, äh, darüber amüsiert gewesen ist, dass sich hier sozusagen eine Hochburg des Protestantismus, äh, ähm, das Zentrum sozusagen hier eingegliedert hat und, äh, hat Magdeburg die Stadt, damals man vermutet, dass es auch der Hanse angehört hat, also sagen wir mal vielleicht vorsichtig, Hansestadt Magdeburg, das weiß man nicht, es gibt keine hundertprozentigen Belege nach meiner Recherche zumindest, ähm, hatte die Stadt unter Reichsacht gestellt. Das ist sozusagen die, ja, mit eine sehr hohe Strafe, wo man sagen kann, hat praktisch sämtliches Recht verloren, um es mal kurz auszudrücken. Und da war dann Magdeburg natürlich irgendwo im Zugzwang, wo man dann sagte, okay, wir haben praktisch keine Rechte, wir sind praktisch schon zum Abschluss freigegeben vom Heiligen Römischen Reich und, ähm, ja, was blieb da nichts anderes übrig, kann man sich heute vielleicht nachvollziehen, man musste sich Verbündete suchen. Und das ist das, was ich gesagt hatte, ne, sie haben sich in dem Fall, denn, ähm, Magdeburg ganz speziell, also neben der, ähm, protestantischen Union hat sich Magdeburg ganz speziell mit dem Königreich Schweden verbündet. Und das war da, wenn wir jetzt mal in die Personen reingehen, ich glaube, das ist das, was, äh, somit am wichtigsten ist, was vielleicht auch der eine schon mal gehört hat, wenn wir jetzt mal bei den Protestanten sind und bei den Schweden bleiben, dann haben wir da den König Gustav II., das ist König Adolf von Schweden und, ähm, der hatte einen Oberst, das war der Dietrich von Falkenberg. Auf der anderen Seite, das heißt die von der katholischen Liga, ähm, das sind sozusagen die Reichstruppen, die Armee der Regierung würde man heute sagen, äh, standen drei wichtige Persönlichkeiten, das war einmal der General Albrecht Wenzel von Wallstein oder auch einfach Wallenstein, ich denke, das dürfte dem einen oder anderen Begriff sein, dann haben wir da den General Gottfried Heinrich von Pappenheim oder zu Pappenheim, das dürfte auch relativ bekannt sein, da er ja mit einer dieser Sprüche mit den Pappenheimern, ne, schon mal gehört, und dann haben wir als drittes den Generalleutnant von Tilli. Von den Personen komme ich mal zur Handlung, wie es sich zugetragen hat, Jena Wallenstein hat ab August 1629 die Stadt belagert, weil sie sich geweigert hat, einen Tribut von 150.000 Talern zu zahlen, aufgrund natürlich des Protestantismus, ähm, und zum Schutz der Stadt ungefähr ein Jahr später, im Herbst 1630, das heißt für die Vorbereitung der Verteidigung, weil die Belagerung natürlich stärker wurde, wurde dann Jena, äh, Oberst von Falkenberg, von schwedischem König, nach Magdeburg gesandt, der den Auftrag hatte, hier ein entsprechendes Heer aufzubauen. Das Problem beim Falkenberg war allerdings, dass er mit finanziellen Mitteln nicht besonders gut bestückt gewesen ist und grundsätzlich, ähm, es gab nicht viele Menschen und man sah der Sache auch irgendwo ein bisschen skeptisch gegenüber. Naja, ähm, Herbst, ähm, im März 31 kam dann auch noch der Tilli hinzu, der die Stadt ebenfalls belagert hat und, äh, im Rahmen der, äh, Belagerungs, äh, Kämpfe, das, weil, anderes ist es ja nicht, ne, wenn eine Belagerung anfängt, muss sie natürlich die Stadt irgendwo entsprechend verteidigen, gab es denn, das ist ein festes Datum dotiert, am 21. April 1631 ließ Jena Falkenberg die Vorstädte Neustadt und Südenburg, was ich, ähm, wo wir vorhin gewesen sind, am Haselbachplatz, Richtung Südenburg, wenn ich noch erinnere, wo es nach rechts abging, das waren damals Vorstädte, die ließ ja zu stören, weil die praktisch nicht mehr haltbar gewesen sind. Das heißt, man hat sie aktiv, ähm, angezündet, so steht es wohl da, ähm, hat allerdings nicht viel gebracht, denn natürlich die, ähm, die belagernden Truppen haben denn diese Trümmerteile auch als Deckung irgendwo benutzt, ne, ähm, und der Falkenberg hatte halt gehofft, dass der schwedische König Gustav Adolf auf dem Vormarsch ist, war er zu diesem Zeitpunkt auch, aber tatsächlich ist er erst auf der Höhe von Frankfurt gewesen, Frankfurt-Oder, und, äh, konnte damit nicht mehr rechtzeitig eintreffen. Das wusste der Falkenberg allerdings nicht, die haben halt sozusagen gewartet und gesagt, naja, der König, der kommt ja irgendwann zur Verstärkung. Tja, leider ist das dann nicht mehr passiert, denn am 10. bzw. 20. Mai 1631 um Punkt 9 Uhr, so steht es zumindest geschrieben, äh, erfolgte dann der Angriff. Äh, ich sagte 10. bzw. 20., denn es gibt natürlich einen Unterschied in der Zeitrechnung. Der 10. Mai ist der nach dem Julianischen Kalender, das heißt die protestantische Zeitzählung, die auch in Magdeburg hier, äh, geschrieben steht, wenn man jetzt da mit Geschichte beschäftigt, allerdings das, was üblicherweise jetzt in den deutschen Geschichtsbüchern steht, dürfte da wahrscheinlich mehr der 20. Mai zu finden sein, weil das nach dem gregorianischen Kalender gewesen ist, das heißt die katholische Zeitrechnung. Im Rahmen des Angriffs hat dann der Tilli, und das ist eigentlich jetzt die haupt-, die federführende Person bei diesen, ähm, Angriffshandlungen, seinen Soldaten, die übrigens zu dem Zeitpunkt, weil sie ja schon länger belagert waren, schlecht, äh, äh, versorgt wurden auch noch und auch schon eine relativ mürrische Stimmung hatten und zudem bestand, ähm, dieses Soldatenkorps, die militärische Armee überwiegend aus kroatischen Söldnertruppen. Der hat denen praktisch versprochen, dass die, äh, dass sie drei Tage freies Geleit haben, das heißt, sie können machen, was sie wollen in dieser Stadt, wenn sie eingenommen sind, die können wüten, ohne Ende, denn alle Magdeburger sind zu Vogelfreien erklärt worden. Wohlwissentlich natürlich der Konsequenzen, was denn passiert, denn, so ist es zumindest überliefert, der Tilli wollte hier ein Exempel an der Stadt statuieren, als Abschreckung für alle anderen Städte, die sich weiterhin weigern, ähm, dem Heiligen Königinnen Reich, dass sie sich abzusplitten, ne. Der Falkenberg konnte die Angreifer anfangs, ne, kurzzeitig, ähm, in die Flucht zurückschlagen, kamen dann dadurch aber leider selber ums Leben und damit war dann sozusagen der Anführer hinfällig, ne. Und dann, ähm, gibt es einen Punkt, über den sich die Geschichts- oder die Gelehrten streiten. Ich sag dir, das ist in so einem Klassiker, ja, weil der eine hat eine Ansicht und der andere hat eine andere. Und zwar, wer hat angefangen, die Brände zu legen. Auf der einen Seite gibt's die, die sagen, das sind natürlich die Verteidiger der Stadt gewesen, so wie es vorher praktisch auch mit den Vorstädten passiert ist, ähm, und auf der anderen Seite gibt's aber die, das sind die, die meinen, es wäre eindeutig durch die Belagerung passiert, denn man muss natürlich auch, äh, dürfte auch logisch sein, wenn man sich mit den Belagerungswaffen ein bisschen beschäftigt, das heißt, mit den Geschossen, die dort verfeuert werden, dann dürfte klar sein, dass es da auch natürlich um Brandgeschosse gehandelt hat, ne. Ähm, aus meiner, wenn ich das mal objektiv versuche zu deuten, ich hab mich ein bisschen damit beschäftigt, er macht es aus militärstrategischer Sinn, und das muss man ja sagen, es sind ja Strategien gewesen, ja, zwei verschiedene Lager, aber nichtsdestotrotz geht's ja um eine Strategie, macht es für mich keinen Sinn, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass ich noch eine gute Chance habe, beziehungsweise auf Warten, auf Truppen warte und gleichzeitig auch eingekesselt bin, in einer Stadt mit Mauern umgeben, mich selbst anzuzünden, weil das gleicht einem Suizid, und das dürfte meiner Meinung nach zumindest keinem Magdeburger gelegen kommen, weil dann bräuchten sie sich gar nicht mehr verteilen, hätten sie gar nicht mehr anfangen können, ne. Also, was will ich damit sagen? Ich würde eher sagen, dass es halt durch die Belagerungszustand, das heißt, die Angreifer zustande gekommen ist. Aber darüber, ich sagte ja, kann man sich streiten, denn das hat jetzt folgenden Hintergrund, dass jene Brände, die am Vormittag angefangen haben, sich bis zum Nachmittag halt verheerend ausgebreitet haben. Das war ein nahezu schon Flächenbrand über die ganze Stadt und dann kamen in diesem Zug natürlich die Angreifer in die Stadt. Durch das ganze Panik kann man sich vorstellen, es sind Häuser geplündert worden, es sind Menschen gefoltert worden, sie sind auch lebendig verbrannt, einmal durch die Angreifer, das heißt, durch die angreifenden Truppen ins Feuer geworfen worden, als auch natürlich grundsätzlich sind sie verbrannt, erstickt bei lebendigem Leibe, weil sie sich natürlich schützen wollten in ihren eigenen Häusern. Kinder, Mädchen, Frauen sind vergewaltigt worden. Jungen und Männer, jeden Alters hat man totgeschlagen, schwangere Frauen hat man mit Bayonetten aufgeschlitzt, Babys wurden aufgespießt, ins Feuer geworfen, selbst Tiere haben sie abgeschlachtet. Sie haben das wirklich, also kann man sagen, wörtlich genommen und ich hatte es ja vorher erklärt, die Verfassung der Soldaten schon so ein Halt sozusagen. Sie haben sich komplett ausgetobt. Vier Tage lang hat das Wüten in dieser Stadt sozusagen alles, so gut wie alles Leben gekostet und erst am vierten Tag hat Tilli denn tatsächlich offiziell den Befehl zum Einstellen der Plünderung, des Plünderns gegeben. Einige Wohlhabende konnten sich wohl freikaufen. Nicht alle, aber bei einigen soll das wohl stattgefunden haben und ungefähr, die Zahlen schwanken, auch 2.000 bis 3.000 sollen sich wohl im Dom erfolgreich verbarrikadiert haben und in dem Zusammenhang hatte Tilli natürlich, durfte die Kirche, das heißt in dem Fall die größte in der Stadt, nicht anrühren. Sagt man zumindest, das sei der Grund, warum die Überlebenden im Dom überhaupt danach nur freies Geleit hatten. Und da gibt es auch eine Geschichte dazu, das ist vielleicht eine Anekdote oder eine Sage, dass der Prediger damals, Bischof oder wer es auch immer gewesen ist, kann ich gar nicht mehr sagen, wohl vor dem Kriegsherrn Tilli einen Kniefall gemacht haben soll und dadurch konnte er denn verschont bitte die Schutzsuchenden hier. Und dadurch hatten die dann wohl angeblich freies Geleit. Aber das ist auch nur, naja, mit Vorsicht zu genießen, solche Geschichten. Fakt ist jedenfalls, von den 35.000 Einwohnern, die Magdeburg damals mal hatte, waren 1639, das ist die nächste Zahl, die man irgendwo festgesetzt hat, also ein paar Jahre später, tatsächlich nur noch 450 am Leben. In diesem Zeitraum dürfte natürlich durch die Masse an Toten, das heißt mehrere Tausend, wie viele es sind, kann man nicht sagen, es gibt Zahlen, die gehen 20.000, 25.000, die Quellen sind verschieden, aber zumindest die Zahl 35.000 vorher und 35.000 und 450 hinterher. Das ist, kann man die Quote ausrechnen, so gut wie praktisch fast alles. Und durch die Seuchen sind halt weitere Todesopfer entstanden. Normalerweise würden diese Verbrechen, das war auch damals schon so, unter Todesstrafe stehen tatsächlich, das heißt Übergriffe auf die Zivilbevölkerung durch Kriegshandlung. Aber wie gesagt, daher A, Magdeburg hatte die Reichsacht und Tilly hat gesagt, die Magdeburger sind alle vogelfrei. Ist praktisch niemand da, musste keine, hatte keine Konsequenzen zu tragen für das, was damals passiert ist. Und der Papst Urban, der siebte oder achte, achte war es, glaube ich, hat tatsächlich sogar noch das siegreiche Heer beglückwünscht, die erfolgreichen Feldherren zum, da gibt es, ich zitiere hier, so war wohl der Spruch, zur Vernächtung, zur erfolgreichen Vernichtung des Ketzernetzes Magdeburg. Diese Gräueltaten, die damals stattgefunden haben, die waren wohl so entsetzlich, dass selbst die Angehörigen der kaiserlichen Armee selbst, als auch natürlich weitere, weite Teile des Landes darüber hinaus, extrem schockiert waren. Und dieses Massaker von Magdeburg ist damals bekannt geworden, vielleicht hat es schon mal jemand gehört, den Begriff, unter der Magdeburger Hochzeit. Er hat gesagt, Bluthochzeit im Sinne, dass sich Tilly, die Magd, das hat ja, setzt sich der Name Magdeburg zusammen, aus der, die Magdeburg ist sozusagen die Magd, wenn man das als personifizierte Frau bezeichnen möchte, mit Gewalt zur Hochzeit sozusagen gezwungen hat. Das ist also eine, ja, mit Sarkasmus hat es auch schon nichts mehr zu tun. Meiner Meinung nach ist es ein extrem perverser Begriff, weil es die Sache natürlich enorm verschönert irgendwo. Und auch wenn ich eine ziemlich sarkastische Rade irgendwo habe, mag ich diesen Begriff absolut gar nicht in diesem zusammenzubringen, zu brauchen, weil es die Ereignisse völlig banalisiert eigentlich. Und Menschen, die damit nichts zu tun haben, die davon nicht gehört haben, die würden davon etwas wahrscheinlich komplett anderes verstehen. Wenn ich zum Beispiel den vier Hongs, die da gerade vor mir auf der, fünf sind sie jetzt schon, auf der Parkbank rumkrabbeln und gleich wahrscheinlich anfangen zu randalieren erzählen würde, die würden mich noch auslachen, wenn ich den Begriff nennen würde. Jedenfalls ging dieser Begriff in die Geschichte ein als das größte und schlimmste Massaker des Dreißigjährigen Krieges. Und das ist der Grund, warum ich sagte, Magdeburg entscheidendes, einschneidendes Erlebnis. Nichts ist jemals schlimmer gewesen als dieses Massaker von Tilly und seinen Truppen, weil es praktisch die gesamte Stadt ausgelöscht hat. Aus dieser Zerstörung ging dann tatsächlich auch ein Begriff vor, das sogenannte Magdeburgisieren war der offizielle, oder ist es tatsächlich immer noch, wenn man mal ins Lexikon schaut, der offizielle Wortlaut für völliges Zerstören, das heißt unter größtmöglichen Schrecken auslöschen. Und nach der Auslöschung hat tatsächlich Magdeburg seinen Stand, beziehungsweise seine Zahl der Bevölkerung erst wieder ungefähr 300 Jahre später erreicht. Das heißt, wir sind dann bereits im 19. Jahrhundert. So weit hat das die Stadt, man kann sagen, ohne Probleme mehrere hundert Jahre, um nicht zu sagen, bis ins Mittelalter wieder zurück katapultiert. Was ist weiter passiert? Der Tilly kam dann im April 1632 bei der Schlacht bei Rhein am Lech, gegen König Adolfs Truppen ums Leben. Der Pappenheim im November 1632 bei der Schlacht bei Lützen und bei dieser allerdings dann auch der König Gustav Adolf selbst. Heute sieht es so aus, dass jene Kriegsherren, das heißt Tilly, Pappenheim und Wallenstein, zumindest weiß ich das, weil ich da auch längere Zeit aktiv tätig gewesen bin, in katholischen Teilen Bayerns unten verehrt werden. Und das reicht dann so weit, dass es nicht nur Statuen und Gedenktafeln für diese Personen gibt, sondern tatsächlich auch jährliche Volksfeste, die dort zur Huldigung abgehalten werden. Und da frage ich mich natürlich, ob die tatsächlich wissen, zu wem sie da tanzen und was sie angerichtet haben. Das, was ich weiß, was mir da unten auch erzählt wurde, ja, ihr Magdeburg seid ja die Ketzer. Das musste ich mir damals anhören, tatsächlich. Dass aber praktisch eine ganze Stadt nicht einfach nur ausgelöscht wurde, sondern auf die brutalste Art und Weise. Das möchte keiner wissen. Auch hier in Magdeburg übrigens kriegt er das so, überhaupt so gut wie gar nicht erzählt. Und nach heutigem Stand Magdeburg haben wir ungefähr 8 Prozent, ist Magdeburg der Bischofssitz, sowohl evangelisch als auch katholisch und wir haben ungefähr 8 Prozent evangelischer Religion und 4 Prozent katholischer. Über 85 Prozent der Einwohner von Magdeburg heute sind konfessionslos. Und wer jetzt zumindest diesen Hintergrund verstanden hat, deswegen sagte ich das nicht ohne Grund, Prägung der Stadt und auch der Mentalität der Bevölkerung, der weiß auch warum. Da ich das immer gern mal irgendwo zu hören bekomme, ja warum, du was, du bist nicht getauft, du bekannst ja keine Religion, da bist doch kein Mensch und sowas. Das muss man erstmal irgendwo verstanden haben. Und ich denke, nur wer sich mit der Geschichte beschäftigt, der wird das wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Und mir ist allerdings kein einziges Denkmal hier in Magdeburg bekannt, was von der Stadt, vom Land oder vom Staat errichtet wurde, um genau jene Geschehnisse. 1631. Nichts praktisch. Und das ist der Grund, warum ich jetzt hier dieses Kriegerdenkmal aus dem Deutschen Krieg dafür missbraucht habe, sozusagen. Was ich weiß, gefunden habe, es gab damals im 16, 19, Entschuldigung, 1931 gab es mal eine Gedenkmünze, drei Reichsmark dürfte es gewesen sein, für genau jenes Geschehenes. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Münze gewesen. Und natürlich kommt es dann, natürlich kann man sich vorstellen, 1931 aus einer Zeit, mit der heute auch wieder keiner was zu tun haben will. Ja, und weil das Ganze sozusagen unter den Teppich gekehrt wird. Aber weil es doch eine sehr starke Nachwirkung damals hatte, als auch heute noch Folgen hat, wollte ich das Ganze hier auch mal erklären. Ich hoffe, ich habe das, auch wenn ich Magdeburger bin, möglichst neutral rübergebracht. Und ihr werdet mir aber wahrscheinlich verzeihen, dass ich jetzt keinen Freudentrans auf irgendwelche Kriegsverbrecher hier jährlich abziehe. Ich bin kein Gläubiger irgendeiner Religion. Und ich bin auch prinzipiell gegen jede Art von Personenkult. Sowohl den, den hier die Stadt betreibt, als auch natürlich jeder andere, der irgendwo, weil es grundsätzlich zu Grund immer. Kein Mensch ist perfekt. Und wenn es hier um Kriegsherren geht, ganz speziell mal in diesem Fall, dann ist diese, ja, hat diese Berühmtheit doch eigentlich nur entstanden, weil sie zahlreiche Menschen ermordet haben. Und ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein sollte. Egal welchen Lagers, das spielt praktisch gar keine Rolle. Es ist ein Kriegstreiber, nichts anderes. Und auch Magdeburg hatte einen, ja, wer sicherlich schon mal etwas von Stolben gehört hat, denke ich, kein ganz Unbekannte, könnte man sozusagen, auch wenn es deutlich später gewesen ist, sozusagen als Pendant zum Tilli oder Wallenstein, wem auch immer, nennen. Aber auch davon halte ich nichts. Auch wenn der hier in einigen Bereichen sehr hoch gelobt wird. Für mich sind es alles irgendwo umstrittene Persönlichkeiten aufgrund halt jener Hintergründe, wenn man sich mal mit denen genauer beschäftigt. Und das war leider nicht das einzige tragische Ereignis in Magdeburg, was stattgefunden hat. Und diese Stadt ist zweimal tatsächlich ausgelöscht worden. 1631 und dennoch mal 1945. Und jetzt war eigentlich der Plan, dass ich, nachdem ich euch jetzt den 30-jährigen Krieg erklärt habe und ich wahrscheinlich dürfte jetzt noch verstanden sein, was ich meinte mit sehr einschneidendem Erlebnis, wollte ich jetzt den Standort eigentlich wechseln, um danach auf das nächste Ereignis zu kommen. Das heißt, wir gucken uns noch ein bisschen was an und dann allerdings hat sich heute durch die Schließung der Johanneskirche praktisch mein kompletter Plan durcheinander gebracht. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren und habe mir jetzt gedacht, bevor wir uns das nächste angucken, weil es dort jetzt keinen Sinn macht zeitlich, ziehe ich praktisch auch das zweite Ereignis jetzt noch hinterher. Ist auch nochmal was, sozusagen, die nächste Auslöschung der Stadt. Ich wollte eigentlich ein bisschen Puffer machen, damit es jetzt nicht so happig hintereinander hinterher kommt. Aber tja, jetzt müsst ihr euch halt entsprechend, ich bitte zu entschuldigen, wer jetzt schon nicht mehr ruhig sitzen kann. Es geht jetzt zum Zweiten Weltkrieg über. Gedauert 1939 bis 1945 und währenddessen hatte die Stadt Magdeburg 38 Luftangriffe der Alliierten, das heißt der Royal Air Force, die in der Regel nachts angegriffen hat und der US Air Force, die in der Regel tags angegriffen hat. Und zwischen 1940 und 1945 haben diese Angriffe zur Zerstörung von ungefähr 90 Prozent der Innenstadt geführt und 70 Prozent der gesamten Stadtfläche. Die Einwohnerzahl durch jene Luftangriffe sank von 335.000 vor dem Krieg auf 90.000 danach. Und wenn wir jetzt die Relation sehen, wie ich sagte, vorher und jetzt hinterher, das ist ist praktisch auch ein extrem fatales Ereignis. Was sich in dem Fall über einen längeren Zeitraum auch noch hinzugezogen hat, der Zweite Weltkrieg, das heißt die Angriffe. Anfangs sind die Angriffsziele tatsächlich wichtige Industrie hauptsächlich gewesen. Aber das ging dann relativ schnell, ich werde am Ende des Zweiten Weltkrieges dazu übergehen, also meiner Schilderung, wodurch, ging das dann tatsächlich eher auf zivile Ziele über. Und zwar nicht nur Wohnhäuser der Zivilbevölkerung, sondern unter anderem auch mit auf den Dächern Rotkreuz gekennzeichneten den 34 Krankenhäuser der Stadt, die alle ausgebombt wurden. Krankenhäuser, Kliniken, 23 Schulen, 15 Kirchen. Also alle Einrichtungen, wo man normalerweise sagt, da geht man eigentlich nicht ran, das ist ein No-Go, auch aus moralischer Sicht, ohne jetzt auf die ganzen Kriegsrechte mal zu achten, sind da praktisch rigoros vernichtet worden. Der verheerendste Großangriff auf eine deutsche Stadt im Zweiten Weltkrieg. Das kann man sich jetzt natürlich drüber, auch wieder so einen Punkt drüber streiten, wo war es jetzt schlimmer und so weiter. Ich denke, das mit dem Dreißigjährigen Krieg ist nicht zu toppen in negativer Hinsicht, aber zumindest das, was ich so gefunden habe, trifft es hier Magdeburg offensichtlich zum zweiten Mal nochmal auf die gleiche Härte, was das angeht. Wieder das schlimmste Ereignis, was es jemals gegeben hat. Soll oder war dann in diesem Fall der 16. Januar 1945, wo zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr jenes Luftbombardement stattfand. Das ist der 16. Januar, ist im Gegensatz zu dem Dreißigjährigen Krieg, von dem heute praktisch nichts mehr erwähnt wird in der Stadtgeschichte oder hier großartig nichts von steht, ist zumindest das, auch wenn da ebenfalls nichts zusteht, das muss man auch dazu sagen, aber zumindest ist es doch ein Gedenktag in der Stadt. Das heißt, da läuten einmal die Glocken und es gibt auch eine Veranstaltung im Theater, soweit ich das weiß, zu Gedenken der Opfer. Ein bisschen ähnlich als parallel könnte man sagen, dass hier die Stadt Dresden das Pendant dazu hatte am 13. Februar. Also für alle, die das schon mal kennen und wer auch in Dresden gewesen ist, die beiden Städte, haben neben dem Stand, neben der Lage, dass da eine Elbe sind, auch noch ein paar weitere Dinge gemeinsam. Dresden hat ebenfalls eine wunderschöne Innenstadt, nur von Magdeburg ist noch weniger vorhanden als von Dresden tatsächlich, also zum heutigen Zeitpunkt zumindest. In dieser Nacht vom 16. Januar 1945 flogen über 5.000 schwere Bombenflugzeuge der Royal Air Force mit über 12.000 Tonnen Munition, das heißt Minen, Spreng- und Brandbomben und Phosphorkanister haben sie abgeworfen und jene Detonationserschütterungen, die dadurch entstanden sind, die hat man auch noch in über 70 Kilometern Entfernung gespürt und die 800 Grad heißen Feuerstürme, die danach durch diese Abwürfe über die Stadt hereingebrochen sind, hat man auch noch jenseits der Grenze des Rheins gesehen. Das muss man sich einmal vorstellen. Das kann man eigentlich, das ist eigentlich, das ist unvorstellbar, aber es ist, die ganze Stadt hat sozusagen gebrannt, war eine einzige Feuerwolke, um das mal so zu sagen. Und allein in dieser einzigen Nacht, ich sagte ja, es sind von 335.000 auf 90.000 über die ganze Zeitraum und allein in dieser einzigen Nacht sind 15.000 Magdeburger oder nennen wir es einfach neutral Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen sind durch jene Feuerstürme so stark zusammengeschrumpft, dass sie auf Puppengröße komprimiert wurden und man hat dort mehrere in einem Sarg entsprechend bestattet. Demzufolge sind auch die Zahlen bezüglich der Opfer mit Vorsicht zu genießen, denn ich habe Quellen gefunden, da wurden einfach nur, wenn man das so sagen kann oder darf, die Särge der Bestattungen gezählt, wenn aber an einem Sarg 20 Menschen liegen. Könnt ihr euch vorstellen. Und jene Zerstörung durch die Bombenangriffe, nicht nur an dieser Nacht, sondern grundsätzlich allgemein, die ja von Churchill, das heißt vom britischen Luftmarktministerium angeordnet sind, war eine, diese sozusagen gezielte Zerstörung nicht allein der Infrastruktur, sondern hier der zivilen Bevölkerung, das heißt die Ermordung von Unbeteiligten an diesem Krieg, war schon zu damaligem Zeitpunkt militärisch von anderen bewertet als militärisch sinnlos. Selbst viele andere Alliierte, nicht nur von den Amerikanern, sondern auch von den Briten selbst, haben sich schon währenddessen stattgefunden, hat davon distanziert. Die Schuldfrage durfte natürlich nie gestellt werden, das kann man sich vorstellen, die Hintergründe sind klar. Deutschland war natürlich der Bösewicht und der hat dann natürlich nicht das Recht, den Mund aufzumachen. Statt hier über die Schuldfrage irgendwo zu reden oder grundsätzlich über die Ereignisse, was ist passiert, sind die Geschehnisse tatsächlich relativiert worden. Das heißt durch die Propaganda, einmal der Besatzungsmächte und dann zusätzlich natürlich auch noch durch die Geschichtsschreiber, die, das machen wir uns auch nichts vor, davon auch natürlich angestiftet sind, ist das Ganze unter den Teppich gekehrt worden. Und das sehen wir ja heute, ist es ja nichts anderes. In Kriegshandlungen werden so oder grundsätzlich solche negativ erschreckenden Ereignisse werden maximal weitestgehend so weit festgehalten, dass man das Notwendigste, versteht ihr, was ich meine? Es ist praktisch wie, solche Vergleiche wurden gezogen, dass Magdeburg, wenn ich jetzt mal bei Magdeburg bleibe, damals das Nagasaki oder Hiroshima Japans gewesen ist. Wer sich da mal, wer sich mit den Atombomben abworfen, der Amerikaner auf Japan beschäftigt hat, der weiß, dass die Atombomben eigentlich für Deutschland bestimmt waren. Der einzige Grund, warum sie auf Japan geworfen sind, weil sie nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Ansonsten hätten wir sie gehabt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und daher auch dieser Vergleich kann man irgendwo nachvollziehen vielleicht. Ja, und nach nationalem, als auch nach internationalem Recht erfüllt, das muss man oder kann man vielleicht mal drüber nachdenken, erfüllt die Billigung einer Relativierung oder sogar die Leugnung von solchen Kriegsverblechen den Strafbestand der Volksverhetzung. Denken viele vielleicht nicht dran, weil solche Sachen werden natürlich gern mit dem Dritten Reich, das heißt der Kriegsschuld selbst, mit Deutschland in Verbindung gebracht. Aber was sich die Alliierten geleistet haben, Vergleiche möchte ich jetzt hier gar nicht anstellen, aber zumindestens erfüllt es den gleichen Tatbestand. Und damit waren dann jene Luftangriffe sowohl Verstöße gegen das Völkerrecht, kann man nachsehen, in der Hager-Langkriegsverordnung, als auch tatsächlich. Und darüber lässt sich jetzt möglicherweise streiten oder ist eine Ansichtssache. Gibt es auch wieder verschiedene Quellen, die ich gefunden habe. Dies aber nach einer Definition tatsächlich auch als Völkermord bezeichnen. Welcher, wenn es dem denn so wäre, tatsächlich im Gegensatz zu den Ereignissen von 1631 auch noch heute beweist, das heißt mit Belegen nachweisbar wäre. Und wer dazu mehr wissen möchte, wer sich damit selbst informieren möchte oder wer das jetzt grundsätzlich in Frage stellt, weil er hier abwinkt, dem kann ich hier nur empfehlen, sich mal mit den Begriffen oder grundsätzlich in die Richtung der Area Bombing Directive oder auch dem D-House Paper zu beschäftigen, was offizielle Unterlagen der britischen Regierung sind, die erst sehr, sehr spät freigegeben wurden, noch gar nicht so lange einsehbar sind. Und da stand genau jenes drin, dieses Moral Bombing. Das heißt, wo Churchill, wenn man sich näher mit Churchill beschäftigt, wird ja auch als eine sehr hohe Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts gehalten. Und ich hatte ja gesagt, was ich zu Personenkult halte, hatte auch, das steht auch außer Frage, auch sehr radikale Ansichten. Und schaut man sich an, was er gesagt und natsächlich niedergeschrieben hat, lässt das mitunter kein gutes Bild über. Und das waren halt jene Angriffe, wo er das hundertprozentig klar gewollt hat. Es war also einkalkuliert, diese Toten. Es gibt Listen, tatsächlich, mag man gar nicht glauben, aber es gibt in jenen britischen Unterlagen Listen, mit wie vielen Verlusten man fest kalkuliert hat, was also das Ziel war. Da muss man darauf hinweisen nochmal. Es wurde nicht als Kollateralschaden eingezählt, wo man sagt, wir betreiben eine kriegerische Handlung und es kommen dann halt irgendwo so und so viel um. Aber das ist dann möglicherweise zum guten Anderer, so wie nämlich tatsächlich auch die Amerikaner, weil ich es gerade hatte, die Bombenangriffe, das heißt die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gerechtfertigt haben, weil sie gesagt haben, ja wenn wir jetzt nur so und so viele umbringen, ist es immer noch besser, als wenn wir jetzt beispielsweise in Japan anlanden, da würden denn noch viel mehr umkommen. Wir haben also mit dieser Tat vermeintlich Leben gerettet. Das ist natürlich für die Opfer eine ganz andere. Und aber genau das soll laut diesen britischen Unterlagen nicht der Fall gewesen sein, wo man sagt, okay, wir nehmen das Billigende in Kauf, um etwas anderes zu reduzieren, sondern es war hier ganz bewusst. Es war die Zielsetzung, wir müssen so und so viele Städte auslöschen, den Boden gleich machen. Da ging es gar nicht mehr um militärische Ziele. Wie gesagt, es geht hier eindeutig um die zivile Bevölkerung unter dem Punkt des Moral Bombings. Und es wurde tatsächlich eingegagiert, jede Stadt hat dann so und so viele Tote und wir müssen halt diese Zahl erreichen. Das heißt, es wurde ganz bewusst an der Zivilbevölkerung gemordet. Ich kenne einige Politiker, die das gesagt haben, die jetzt nicht aus der echten Ecke kommen, falls das jetzt jemand meint, sondern tatsächlich hier in der Stadt Magdeburg. Aber die hatten danach, ich drücke es mal vorsichtig aus, nicht mehr viele Freunde, weil man sie dann, weil man ihnen dann sozusagen, sie hatte man sie zurecht gestützt, das kannst du doch nicht sagen. Was soll ich dazu sagen? Es sind aber die Fakten. Jetzt habe ich leider die beiden negativsten Erlebnisse, Ereignisse hier hintereinander komprimierend bringen müssen. Das war, so hatte ich es nicht geplant, das tut mir leid. Aber wie gesagt, die Johanniskirche hat jetzt hier unter anderem, auch der zeitliche Ablauf hat einiges durcheinander gebracht. Ich wollte jetzt eigentlich mit euch hochgehen auf die Aussichtsplattform der Johanniskirche, dass wir uns die Stadt Magdeburg von oben anschauen hätten können, wo ich euch dann genau jenes nochmal visuell zeigen könnte, wie man sieht, dass praktisch nichts Altes mehr großartig vorhanden ist. Würde man jetzt, also schaut man von oben nach Magdeburg, dann sieht man zum großen Teil über 95% nur moderne Gebäude. Und es könnte berechtigterweise, wenn man jetzt mit anderen Städten in Deutschland vergleicht, die Frage aufkommen, was ist denn hier los? Ist die Stadt erst 300 Jahre alt? So nach dem Motto. Man könnte jetzt natürlich zweifeln, weil hier die ein oder andere Kirche steht oder zum Beispiel der Dom, Sachen aus dem 10. Jahrhundert, 12. Jahrhundert. Aber wenn man ohne diese Hintergründe zu wissen, bekommt man damit unter den falschen Eindruck der Stadt. Und das ist das, worauf ich jetzt hier nochmal kurz zusammenfassen wollte. Die Stadt ist zweimal ausgelöscht worden, wurde zweimal dem Erdboden gleichgemacht. Und davon muss man sich erst mal erholen. Und das bin ich der Meinung, hat Magdeburg auch heute noch dran zu kämpfen. Tatsächlich durch, wenn man das mal vergleicht mit dem einstigen, damaligen, im frühen Mittelalter sozusagen, oder auch noch danach, nach dem, im direkten Mittelalter, durch die, als Handelsmetropole bekannt, als kaiserliche Hochburg, als Hauptstadt Europas, ist es ja nicht übertrieben zu sagen. Ist ja, wie gesagt, Regierungsresidenz von Kaiser Otto hier gewesen. Hatte einen entscheidenden Stempel aufgeprägt. Und schaut man sich das Ganze heute an, was davon eigentlich geblieben ist. Die Entwicklung hätte durchaus eine andere sein können, könnte man jetzt meinen. Denn wäre Magdeburg heute deutlich größer, bekannter, als es es tatsächlich ist. Aber halt durch jene beiden Ereignisse, die einen jedes Mal zurückkatapultiert haben um mehrere hundert Jahre, ist dem halt nicht der Fall. Ja, und das Traurige ist, hatte ich ja schon gesagt, dass daran niemand großartig in der Öffentlichkeit dran erinnert, oder es grundsätzlich irgendwelche Gedenksteine gibt. Du findest in dieser Stadt mittlerweile mehr als 700 Stolpersteine. Und auf diesem kurzen Stück, was wir heute abgegrast sind, habe ich mehrere Mahnmale gesehen, in Richtung Drittes Reich, Holocaust und Juden, die ermordet wurden oder sich selbst getötet haben im Schutzmechanismus und so weiter. Das ist eine ganz schlimme Geschichte, ein ganz schlimmer Teil der deutschen Geschichte. Keine Frage. Aber die Auslöschung der Stadt selbst, in dieser Stadt, das finde ich das Paradoxe daran. Findest du hier nichts? Es steht nicht ein einziges Denkmal. Kein Mahnmal, kein Stein, kein rein gar nichts. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht ganz in Ordnung. Es geht mir nicht darum, etwas zu, nochmals die Bevölkerung zu spalten. Denn das ist ja schon einmal passiert, daraus sollte man ja gelernt haben. Mir geht es aber darum, genauso wie so etwas hier. Die Menschen gehen da rum rum, machen ihr Picknick oder andere randalieren auf den Bänken rum. Aber kein Mensch kennt den Hintergrund dazu. Und das ist etwas, was sozusagen ganz Deutschland betroffen hat. Aber wir sind ja hier nun in Magdeburg. Da könnte man ja auch mal etwas sehr Spezielles aufstellen, was diese Stadt betrifft. Und das ist leider bis heute nie passiert worden. Um genau zu vermeiden, dass so etwas nochmal passiert. Denn das ist ja eigentlich der Grund, oder? Bin ich der Meinung, warum schauen wir zurück in die Geschichte? Doch um daraus zu lernen, oder? Gut. Und wir schauen jetzt mal, wie wir unsere Führung weiter vollziehen. Ila liegt übrigens an der Seite und schläft gerade. Und ich gucke mal in Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit, dass wir jetzt noch, ich muss mal schauen, dass wir das eine noch schaffen, bevor ich natürlich mein Abendmahl den ganzen Tag noch nichts gegessen, nur hier unterwegs und Durst habe ich auch schon wieder. Aber was hier nebenbei auch übrigens gerade die ganze Zeit gemacht habe, ich habe wieder die Akkus der Kamera geladen, dass wir jetzt weiter filmen können während der Fahrt. Das war ja nicht ganz unwichtig. Auf dahin packe ich zusammen und wir sehen uns dann gleich wieder on the way, in der Hoffnung, dass wir auch wieder ein bisschen bessere Stimmung hier rein bekommen. Ja, also meine hat sich jetzt grundsätzlich nicht verändert dadurch, denn ich hatte gesagt, ich möchte hier objektiv und so neutral, wie es noch möglich geht, mir bleiben. Aber man muss es ja, bin ich der Meinung, dennoch mal irgendwo erwähnt haben. Ja, gut. Und dann gucken wir jetzt mal, was Magdeburg sonst noch zu bieten hat, außer Mord und Totschlag. Es ist schon deutlich später jetzt. Wir haben es schon nach halb sieben. Du großer Gott, ja, da wollte ich eigentlich schon wieder zu Hause sein. So ist das, ja, wenn man das alles ein bisschen, naja, okay, was ich euch zeigen wollte, habe ich gerade entdeckt, das kannte ich nämlich auch noch nicht, hier an einer alten Festungsanlage, das heißt Stadtmauer, hinter uns ist der Dom, ja, wieder unser Freund, ich hoffe, den ganzen Tag nicht aus dem Auge, habe ich ja gesagt. Wir haben jetzt hier offensichtlich ein Modell, der alten Festung Magdeburg nachgebaut, ganz interessant, wie ich finde, mit Erklärungen, hier habt ihr eine Treppe und könnte man jetzt runtergehen und sich das anschauen. Was ich hier von hier oben natürlich sehe, ohne Frage, haben wir da hinten natürlich, klar erkennbar, den Dom. Wir haben die Elbe und ja, wir würden jetzt sozusagen dastehen, was man von hier aus nicht sieht. Wollen wir mal rumfahren auf die andere Seite? Gucken wir mal, ob wir denn uns vielleicht ein bisschen besser sehen. Rechts Seelai. So, jetzt stehen wir richtig. Unser Standpunkt wäre, ach der ist sogar eingezeichnet, da seht ihr mal, wir haben mal einen blauen Punkt. Ich hoffe, dass das auf der GoPro drauf ist. Da der blaue Punkt, da stehen wir, das heißt hier genau an der Grenze der Stadtmauer. Und dann kann man sich das jetzt gut, dass wir das noch gefunden haben, ne? Kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen jetzt, wo ich vorhin gesagt hatte, wir sind ja dort gewesen, an einem Stadttor, was es vormals mal gab, ne? Also was denn später gebaut wurde, ähm, ähm, noch bevor. Das ist hier die ganz alte Festunganlage, ne? Das hat sich ja natürlich mehrfach verschoben und das ist einer der, der Nebeneingänge sozusagen gewesen, die dann irgendwann obsolet wurden durch die weitere, ähm, äh, Verfestigung, beziehungsweise des weiteren Ausbaus der Festung, ne? Ja, und, äh, die, das Kloster unserer lieben Frauen, dort, seht ihr in jedem Fall, ist also nur der kleine Bereich der Innenstadt, ja? Die heutige Altstadt, wo wir jetzt gewesen sind, der breite Weg, äh, ist, jetzt muss ich mal ganz stark überlegen, genau, der breite Weg ist ganz klar, diese beiden Doppelten, die da sind, denn genau hier sehen wir auch, wunderbar, Ja, das dürfte die zumindest sein, wo heute das 100-Wasserhaus steht. Wir sehen sozusagen alles, wir sehen ja alles, was wir heute abgegratzt sind. Ja, da steht sozusagen heute an diesem, was aussieht wie so ein Sarg, ne? Hier werde ich Ihnen nochmal was sagen, wenn wir zur DDR-Zeit kommen, ja? Die Geschichte ist noch nicht vorbei und, äh, auch hier fliegen jetzt schon wieder die Bomber übrigens, da oben, na? Falls hier die, wir waren ja gerade beim Krieg gewesen, sind wir wieder nicht weit von entfernt, ähm, und, äh, finde ich ganz interessant, dass man hier mal sieht, wie, wie kompakt, äh, diese Stadt gewesen ist, im Vergleich zu heute, wenn man das so überhaupt vergleichen kann, denn für damalige Verhältnisse, muss man natürlich sagen, ist das ein Riesending gewesen, ja? Und hier natürlich unten, hier werden wir jetzt lang, äh, fahren, ähm, am, am Schleienufer unten, an der Elbe. Das ist jetzt das Stück, was wir jetzt hier runter abgrasen werden, damit wir noch, ein Ziel möchte ich noch machen, äh, äh, ich hatte ja gesagt, bevor, bevor ich was futtere. Es wird dann schon dunkel, aber ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen, ja? Essen können wir nachher am Dunkeln, das ist nicht das Problem. Hier könnte man jetzt, äh, runter, aber da werden wir auch nicht weiterkommen, aber da seht ihr nochmal, hier, wunderschön, die, ähm, die, ähm, die Fässungsanlage mit dem Burggraben und da unten dem, ähm, äh, Burgtümpel hätte ich fast gesagt, dem Graben, ne? Da haben wir auch schön wunderbar tatsächlich Wasser drin, ja? Aber das dürfen, haben sie natürlich, äh, entsprechend modernisiert, ne? Die ist noch gar nicht so alt, dass man das gefunden hat. Ich kann euch nicht sagen, wann es gewesen ist, aber das ist noch keine 20 Jahre her, äh, das Ganze hier ausgebuddelt ist. Äh, wenn ich das jetzt nicht mit einem anderen Bereich verwechsle, äh, ich hoffe nicht, aber zumindestens, dass das hier so im Stand gehalten wird, das will ich damit sagen, Das ist noch relativ Vogelscheiße, das ist tatsächlich noch relativ frisch, ne? Äh, äh, das ist eine gute Sache, einer der mit wichtigsten Standpunkte, finde ich, um die Historie hier so ein bisschen zu verstehen, äh, hätte man jetzt angefangen können, äh, wenn es anders gelegen wäre, ja? Ja, aber für euch wisst ihr, wer in der Magdeburg will, hier in jedem Fall hin, hinterm Dom, seht ihr ja, das alte Ding angucken, und dann wisst ihr, wie, was, wo, und kann man sich besser reinversetzen. Ist eine gute Sache, und wir gucken jetzt mal, jetzt bin ich natürlich gespannt, weil den Weg bin ich hier tatsächlich auch noch nicht gefahren. Eli, kriegst du das hin? Ich hoffe doch, ha? Dass Eli das hinkriegt, dass wir hier rüberkommen. So, die Elbe. Die riecht schon nach Futter, jetzt habe ich Hunger. Und die grillen da aber noch. Seht ihr, das ist ein schönes Grill, das darfst du nicht. Boah, ich hätte hier nicht langweilen dürfen, den Ganzen hat ich nichts gegessen, find's da, ja? Aber hier unten, den Domfelsen, den sieht er ganz gut, wir fahren jetzt hier einmal runter zum Felsen, am Felsen entlang und am Schleinhofer, und hier ist die Treppe, die ich vorhin erwähnt hatte. Ist im Sommer ein sehr beliebter Platz, weil man direkt dann mit der Füße in der Elbe klatschen gehen kann, ne? Oh, das riecht schon nach Elbe. Wunderbar, da riecht das ja nichts. Was ist da? Wunderbar, da riecht das, ja? Oh, das ist da. Das ist ja nicht mehr, ja. Was ist da, so? Der Herr ist da, so? Das ist jetzt, so? Oh, das ist das noch hier. Oh. Oh, das ist das Tadeln, das ist doch so, riecht so. Oh, das ist ja oft! Oh, das ist das, ich wirklich, das wegkriegert. Das, was ich jetzt erwähnt hatte, das ist hier das Schleinhofer. Ihr könnt da unten auch wunderschön spazieren oder halt Fahrrad fahren. Wir haben jetzt ordentlich Banane gemacht. Und zwar so, wie das Ilham erst mal den Beutel vollgeschissen hat. Auch nicht verkehrt. Das ist jetzt wenigstens raus. Und hier ist die offizielle Pegelstelle der Stromelbe. Mit 62 Zentimetern gerade. Das ist nicht besonders viel. Man sieht es daran. Ilya halten wir Stopp. Dass ihr nicht nur den Domfelsen hinten gesehen habt, sondern jetzt hier vorne auch direkt das Ufer schon seht. Beziehungsweise den Grund, Entschuldigung. Und man sieht ja überall das hier. Shallow Water würde der Finne jetzt natürlich sagen. Das ist Rafting sozusagen. WW1. Ansonsten nicht zu unterschätzen. Wir sind hier auch schon ordentlich gepaddelt. Das ist meine bevorzugte Strecke für meine Tour nach der Elbe. Und ich wollte euch kurz zeigen, wo wir immer anlanden, wenn wir uns mal einen frischen Drink gönnen. Und zwar an unserer Strandbar in Magdeburg. Die Doktor ist vielleicht dem einen oder anderen irgendwo schon ein Begriff. Das heißt hier am... Das ist nicht der offizielle Hafen. Der Hafen der Stadt Magdeburg ist deutlich weiter im Norden. Im Stadtteil Rotensee ist mit einer der größten Binnenhäfen überhaupt. Das ist hier sozusagen der Tourismushafen. Für den zivilen Schifffahrtsverkehr, wo er hier mit der Linie, so heißt sie, die weiße Flotte, könnt ihr hier die Elbe hoch und runter fahren. Das ist praktisch genau, wie ich es auch schon erwähnt hatte, das Pendant zu Dresden an der Elbe. Und genau das gleiche läuft hier praktisch in Magdeburg auch ab. Halt, Eli. Noch mal deinen Beutel entzogen. Haltet die Stadt sauber. Das machen wir natürlich. So. Nee, rum, Eli. Rum. So, Eli. Dann kannst du jetzt mal losjaggen. Aber rennt! Jetzt ist er ja leer, ne? Ganz klein. Oh, und jetzt hier unten haben wir. Mit der Seite unsere Strandbar. Hier wo diese Zellchen niedrig stehen. Der weiße Sand ist, sagt man zumindest, extra von der Ostsee hierher gebracht worden. Und wie man auch sieht, es ist seit geraumer Zeit auch ein Stellplatz für Wohnbaden gewohnt. Also jeder, der einen Innenstadtplatz haben möchte, direkt in der City, findet wahrscheinlich keinen besseren als jenen hier. Oh, die Lauer. Wir haben uns hier mal wunderbar passiert gleich. Der Strandbar ist geschlossen aktuell. Deswegen seht ihr da kein Betrieb. Ansonsten ist jetzt natürlich leider auch abgezäunt. Und das sieht aber auch nicht so aus, dass das jetzt normal wäre. Denn eigentlich sollte da noch auf sein. Das verwundert mich. Ich krieg ja jetzt nichts mit, da ich nicht hier wohne. Sonst hätten wir jetzt den weißen Sand da stehen. Geht, wie gesagt, bis runter ans Ufer. Und macht sich wunderbar, kann man sich vorstellen, wenn man sozusagen den Fluss runtergepaddelt kommt. Ja, dann legt man hier mit dem Boot an. Dann machst du in jedem Fall den Boss. Das darf ich jetzt nicht zu laut sagen. Wenn es jetzt im Fernsehen ist. Weil ich nicht weiß, ob das, wisst ihr ja, wie. Aber, back on to expedition. Ja, wisst ihr ja auch. Und ansonsten ist das jetzt hier, der ist wirklich noch nicht lange her, dieser Stellplatz. Und ich bin jetzt entsetzt, wie rammelvoll das ist. Hier oben ist eins dieser Boote, was ich gesagt hatte, was ihr dann nehmen könnt, um so eine kleine Ausflugstouren zu machen. Und wir fahren da links wieder. Links wieder. Das ist zu viel Tourismus. Hier könnt ihr euch wunderschön hinstellen mit eurem Vanlife. Was auch immer. Und wir fahren jetzt. Tila, wo bist denn du hin? 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 Anfall. Ha Autos. Tila! Tila wollte einfach mal ne Treppe hochgeben. Tila! Auch wieder fort. Tila. So wie leid. Mal gucken, ob das hinkriegt. Bist du fit? Ich hab den falschen Gang drin, hier geht's wieder hoch. So wie leid, das musst du jetzt mal alleine machen. Zieh! Zieh! Lauf! 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 Das ist ein Gold-Jungen, ne? Lauf! 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 Deswegen haben wir ihn leid. Boah, ist ein Schatz. Lauf! 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 Ja! Nicht hier! Links, links, links! Wo bist du denn über ihn? Links, links, links! So muss ich fallen. Und los geht's! Das ist ein Fein! Flinja auch, ja! Genau, Flinja weg! Ja, kommt uns heute zu kurz. Und wir fahren jetzt die... wieder zurück zur Johanneskirche. Da, wo wir eigentlich hätten hoch wollen. Denn kurz dahinter ist sozusagen auch noch ein Highlight des Tages. Rechts, die Lauf! Hau in die Liamo! Hau in die Liamo! Lauf! Lauf! Ja! Haut rein die Liamo! Lauf! Ja! Hau weiter in die Liamo! Lauf! Super lange, es partei Geschichte! Und da arbeite... Ja, das ist die Falle. Ja, das ist die Falle. So, Illa, wir wechseln die Seite. Ja, hier ist die Falle. Hier ist die Falle. So ist die Falle. So ist die Falle. Oh ne, da sind wieder zwei von denen gestalten. Das wollen wir uns gerade mal ersparen. Halt, 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 halt. Das ist ein Einkommen. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Das ist unser zweiter Otto. Allerdings mit einem anderen Zusammenhang und deutlich später als der Kaiser-Otto. Das ist unser Otto von Gehricke. Seht ihr ja, wenn ihr das sehen könnt von hier aus, Jahreszahlen 1602 bis 1686. Und Otto von Gehricke, bekanntlich der Erfinder der Experimentalphysik, wenn man das so sagen darf. Der hatte unter anderem die Luftpumpe, die Kolben-Vakuumpumpe. 1649 dürfte es, glaube ich, gewesen sein, bekannt. Sind die Versuche mit den Magdeburger Halbkugeln. Oh nein, wir kriegen schon wieder Versuch. Jetzt also selbst, guckt euch mal an. Punkt 19 Uhr haben wir es jetzt. Und es ist schon wieder Massenandrang. Du wirst die Touristen ja nicht los. Das ist, also heute muss ein Touri-Tag sein. Sehr selten. Ähm, ja. Die nächste Stadtführung kommt hier. Wir wechseln mal kurz den Standort. Leute, heute bist du überhaupt gar nicht sicher. Es ist ja unfassbar. Also offensichtlich, was in jedem Fall einschlägt bei der Stadt, ist das Konzept, die Marketingstrategie, mit der hier geworben wird, touristisch im Hintergrund, Otto-Stadt Magdeburg. Das hat natürlich jene beiden Ottos beinhaltet, das hier. Einmal den Kaiser-Otto und, ihr seht ja, wo sie alle hingehen müssen, natürlich auch zum Otto von Gericke. Der ist, hatte ich jetzt schon gesagt, und hatte, wenn ich mich recht entsinne, auch mit eines der ersten Barometer erfunden, was tatsächlich funktioniert hat. Hatte hier mal am Rathaus, kommen wir gleich zu, eins angebracht, eins noch mit einem Wassertarometer, was über Wasserdruck lief und auch tatsächlich funktioniert hat. Ja, also hat sich sozusagen auch für Dienste gemacht im Bereich der Wettervorhersage. Und hinzu kommt, Astronomie war auch und Elektrizität. Also ist eine ganze Menge drumherum. Und wer mehr zum Otto von Gericke wissen möchte, der kann in das Kulturhistorische Museum Magdeburg gehen. Da sind noch einige Sachen ausgestellt. Und wo wir gerade hängen geblieben sind, dort drüben, ganz bekannt sind ja die Versuche der Magdeburger Halbkugel. Wer das kennt, wo er sozusagen zwei, damals ist es Messing oder Kupfer, kann ich sagen, Bleibronze, was auch immer, metallene Halbkugeln genommen hat, riesengroße, schwere Dinger, hat die mit einer Dichtung vorsehen, zusammengepackt und dann mit seiner selbst erfundenen Kolben-Vakuumpumpe die Luft rausgesaugt und dann wurden auf jeder Seite mehrere Pferdegespanne angesetzt an die Halbkugeln. Wenn ich mir richtig entsinne, es waren acht oder zwölf Pferde pro Seite. Und sollten es dann auch sein, das variiert wahrscheinlich auch von, weil mit dem Ganzen ist er sozusagen Hausierengesang. Es ist in mehreren Städten Deutschlands, also dem heutigen Deutschland, hatte sozusagen eine Rundführung gemacht mit dem Ganzen, hat das eindrucksvoll demonstriert. Daher ist es, denke ich, glaube ich auch bekannt, selbst wenn man jetzt Magdeburg nicht kennt. Aber hier kommt es halt her. Und ja, die Pferde haben es natürlich, wie wir wissen, nicht geschafft, gegen das Vakuum anzukämpfen und waren die Bevölkerung damals, kann man sich vorstellen, wo man das ja noch nicht kannte. Mensch, Wahnsinn, Zauberkünstler oder so. Nein, lediglich Vakuum und hat dann einfach die Luft abgelassen und dann sind ping die Halbkugeln auseinandergefallen. Das war Otto von Gericke und der übrigens zur Zeit, wenn er jetzt aufgepasst hat, geschichtlicher Hintergrund der Jahrestahlen, der war hier zur Zerstörung Magdeburgs durchs Tilli 1631 der Schutzherr der Stadt gewesen. Und einige Jahre danach, später, man sagt ihm auch nach, er wäre wohl einer der Ersten gewesen, der die Angreifer gesehen hat. Aber hier wäre ich wieder vorsichtig, denn es geht um die Huldigung einer Person, da muss man immer aufpassen. Aber zumindest ist er dann einige Jahre später Bürgermeister geworden und ist dann nach Hamburg gegangen, als man hier in Magdeburg ihm sozusagen die Steuervergünstigungen genommen hat. Das heißt, jene, wofür er natürlich auch sicherlich gewohnt hat mit und ist dann zu seinem Sohn gegangen und auch in Hamburg gestorben. Erst sehr, sehr viele Jahre, also mehrere hundert Jahre später, hat dann irgendjemand gesagt, den müssen wir wieder nach Magdeburg holen. Also sozusagen späte Verwandtschaft. Und er ist dann hier wieder bestattet worden, halt nämlich in Jena, und das haben wir uns wieder leider nicht angucken können, in der Johanneskirche. Ursprünglich, aber genauso wie auch damals der Dom, hatte ich ja auch gesagt, in der napoleonischen Zeit missbraucht wurde als Lagerstätte und so weiter, haben das hier praktisch alle Kirchen durch, auch die Johanneskirche. Und da hat man den Otto von Gericke wieder rausgeschmissen und sozusagen umgebettet in ein Massengrab außerhalb der Stadt, weil schlichtweg kein Platz war. Und seitdem gilt der Leichnam von Otto von Gericke sozusagen als verschollen. Aber was hier halt sozusagen für die Magdeburger hängen geblieben ist, war Bürgermeister, einer von denen, ja. Und wir stehen jetzt schon, weil ich sagte gerade Bürgermeister, das ist sozusagen unser Rathaus, das ist nicht sozusagen, das ist unser Rathaus. Und ich wollte da jetzt gerade mit euch hingehen, aber ihr seht ja, was gerade los ist links. Aber was wir hier vorne gerade sehen, vor dem Rathaus, ist das Magdeburger Reiterstandbild. Wir gucken mal einmal rum von der anderen Seite, dass ihr das mal gesehen habt. Aber so sieht zumindest unser Marktplatz aus. Tagsüber sind hier ein paar Stände. Da kann man sozusagen Essen kaufen, Früchte werden hier ausgestellt, wie auch immer. Und also da hätte ich ja mal richtig Bock. Ich bin hier schon bedient, wenn ich mit fünf Leuten eine Tour mache. Aber in der Stadt ist immer was anderes. In der Wildnis ist das ja alles kein Problem. Da können wir ja auch 20 geben. Aber hier ist es halt schwierig, ja. Nun gut, wir stellen uns hier mal so ein bisschen abseits, dass wir die nicht irritieren. Weil ich habe schon gesehen, die gucken ja die ganze Zeit her. Die kriegen ja gar nichts mehr mit, was sie sich eigentlich anhören sollten. So, wichtig ist ja, dass wir jetzt hier stehen. Das Reiterstandbild. Der vergoldete Reiter ist übrigens nicht das Original, muss man dazu sagen. Denn auch wiederum, das steht im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg. Steht einiges, wie ihr es schon mitbekommen wollt. Denn es gibt nur ein großes Museum. Also wenn man sich was angucken möchte, das heißt eigentlich Kultur Naturhistorisches. Also umfasst praktisch alles. Und auch die ersten Flugkünste von Hans Grade. Auch wer auch noch mal so ein Meilenstein nennen. Der hier sozusagen das Fliegen populär gemacht hat. Und er ist dort abgebildet mit zwei Jungfrauen. Das ist mal wieder der Klassiker. Das kennen wir ja schon. Irgendein Herrscher muss immer Jungfrauen an der Hand haben. Und der hat da um eine Summe gleich zwei. Links und rechts steht eine. Wir gehen gleich nochmal rum. Ich mache vielleicht auch ein Bild mal, dass ihr das nochmal seht. Und da wird natürlich spekuliert oder wurde spekuliert. Ich weiß nicht, würde mich immer interessieren, was hier die Stadtführung gerade erzählt. Denn man muss natürlich hier in jedem Fall behaupten, dass es der Otto ist. Es ist sehr wahrscheinlich ist der Otto. Aber es stand noch im Raum, dass es eventuell Karl der Große sein könnte. Wenn ich mir jetzt das Standbild anschaue und auch das Gesicht, was geschnitzt ist, dann tendiere ich allerdings persönlich mehr auf den Otto. Ohne das jetzt glorifizieren zu wollen. Denn es gibt dafür auch noch ein paar weitere Indizien. Zum Beispiel haben die beiden Jungfrauen, die eine von hier aus, von uns her gewandte, die trägt ein Schild mit einem Reichsadler drauf, wenn ich mich da recht entsinne. Und die andere auf der anderen Seite trägt einen Speer, eine Lanze. Und das sind ja bekanntlich zwei in Tasien, wenn man das so sagen darf, zumindest zwei symbolische Gegenstände für den Kaiser. Und da liegt es dann natürlich nahe, dass es sich hier um den Kaiser Otto handelt. Von der Geschichte her, wo ich jetzt sagte, das Original steht im Museum, ist es ungefähr, sagt man, das Original, wie gesagt, aus dem Jahre 1240. Pi mal Daumen. Und die Kopie, die jetzt hier steht, ist von 1966. Und ist auch erst sehr viel später vergoldet worden. Die war noch nicht immer so. Und am Original übrigens, das seht ihr hier auch nicht, da muss man sich, wer das mal interessiert, oder vielleicht suche ich mal ein Bild irgendwo raus. Ich dürfte nur eins haben in großelterlichen Unterlagen. Schwarz-Weiß natürlich. Sie wurde unten im Bereich des Sockels des Denkmals, das hat man verzichtet daraus hier. Leider muss ich sagen, das fehlt eigentlich, stehen noch vier Fürsten. Was denn auch nochmal dafür sprechen würde, dass es halt der Kaiser Otto war. Weil sich natürlich auf dem Großfürstungentum sich ja das Königreich aufgebaut hat. Also die ihn sozusagen tragen, im übertragenden Sinne. Und das ist, wie gesagt, gepflegt worden und erst sehr viel später vergoldet. Das ist noch gar nicht so lange her, dass man das gemacht hat. Ob das Originale vergoldet war, das kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Und von der zeitgeschichtlichen Epoche passt es, denke ich, auch ganz gut hier zum Rathaus, wo wir jetzt vorstehen. Denn jenes soll aus ungefähr, auch so Pi mal Daumen 1244 ist es zumindest, es ist erstmals erwähnt worden. Wenn man jetzt natürlich bedenkt, dass das Reiterstandbild vor dem Rathaus aufgebaut wird, müsste das Rathaus eigentlich älter sein. Aber es gibt auch wieder darüber keinen Nachweis. Denn wir hatten das durch die Kriege, ist viel zerstört worden. Vor allen Dingen durch die Feuer ist viel abgebrannt worden. Und 1800, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube 1889 müsste es gewesen sein, hat man aufgrund von Platzmangel ein zweites Rathaus gebaut. Und das ist genau jenes dort. Man sieht auch den Baustiel unverkennbar. Und da ist heute drin das Stadtarchiv und das Ordnungsamt. Und hier im Rathaus habt ihr jetzt, ich werde die Gruppe jetzt gleich mal sprengen, gibt es nämlich noch etwas zu sehen und auch zu hören tatsächlich. Und zwar handelt es sich hier um ein Glockenspiel. Stündlich dürfte aber nur, ich glaube, bis 18 oder 16 Uhr. Also zumindest bis zum späten Nachmittag, das weiß ich. Von morgens um 10. In diesem Zeitraum spielt hier das Glockenspiel. Und freitags muss es gewesen sein, wird es auch gespielt von einem professionellen Spieler. Also das ist nicht automatisiert. Und das Besondere daran an diesem Glockenspiel ist, das war damals das erste in der DDR aus dem Jahr 1974, durch die Vielzahl der Glocken, die hier verbaut sind. Sehen wir vielleicht gleich nochmal oben auf dem Dach stehen das Glockenspiel. Es handelt sich da um 47 Glocken, die haben ein Gewicht, alle zusammen, also einzelne im Bereich von 10 Kilo bis einer Tonne. Das ist also eine ganze Menge, was da oben dran hängt. Könnte ich mir vorstellen, dürfte man wahrscheinlich den Dachstuhl mal etwas verstärkt haben da dort. Das sieht man von hier unten, glaube ich, ganz gut, die Glocken. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, sonst werde ich jetzt mal ablegen und ich mache einfach mal ein Bild. Denn ich wollte euch auch noch etwas direkt am Rathaus zeigen. Er hier zum Beispiel, war ein bisschen lockerer drauf. Er hat uns gerade tatsächlich auch Platz gemacht und sogar auf meine fotografischen Hintergründe hingewiesen. Das fand ich mal wirklich nett. Aber der andere hier, die linke Truppe, die haben die Arschkarte. Das sind die Verlierer des Tages in jedem Fall. Sie durften auch nicht auf die Johanneskirche bestimmt. Und das soll ja jetzt nicht böse sein, aber bei dem Punkt bin ich ja abgebrochen. Es gibt Stadtführer, die sind ein bisschen cool, die sind ein bisschen locker und die geben mitunter auch ein paar Informationen. Die nicht ganz so regulär sind. Und der Kram, der sozusagen nicht im Geschichtsbuch steht, könnte man jetzt auch meinen. Und dann, da gibt es auch solche wie ihn hier, der mich sozusagen des Platzes verwiesen hat. Der hat tatsächlich gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dabei war ich schon gerade beim Zusammenpacken. Er wollte mich loswerden, das war ganz offensichtlich. Das haben selbst, ich habe es in den Gesichtern der anderen auch gelesen, weil die hätten gerne noch einen coolen Spruch von mir gehört. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, nein, wir sind da durch. Das war ja Sinn und Zweck der Sache. Ich wollte durch das Rad durch sein, mit unserem Marktplatz davor. Und neben dem Rathaus übrigens, jetzt wäre es eh zu dunkel, da kriegen wir nicht mehr viel hin. Und, Eli, es geht links lang. Neben dem Rathaus, das heißt, wo ich gerade rausgefahren bin, gibt es sonst den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Also grundsätzlich hat Magdeburg auch den Weihnachtsmarkt. Und ein Teil davon ist der mittelalterliche. Und auf dem, wie der Name schon sagt, sind das so alte Stände. Hier ist der Boden so ein bisschen mit Heu ausgelegt, da stehen ringsherum Fackeln. Ihr könnt da so lustige Spiele machen, wie Messer werfen und Axt werfen. Da sollte man natürlich kein Glühwein getrunken haben. Da sind schon so die ein oder anderen Dinge passiert. Ein bisschen Leckeressen gibt es auch. Und das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist, dass es der mit den längsten Öffnungszeiten in Deutschland ist. Tatsächlich. Der hat, also rund um die Uhr hat er auch nicht auf, aber du kannst hier bis in die Puppen stehen. Und natürlich, vielleicht auch das nicht ganz unwichtige, hat eine Gemeinsamkeit mit dem Magdeburg-Dom. Er kostet nichts. Eintritt frei, sozusagen. Aber weil das natürlich alles auf diesem Markt ist, ist das mitunter sehr eng. Ich mache das für alle, die es interessiert, einmal im Jahr. Wenn ich es mir denn erlauben kann, preise ich da mal was zu essen. Sowas hatte ich vorhin übrigens auch schon. Nette Straßenbahnfahrer, die einen dermaßen anklingeln, dass hier das Ohr abfällt. Obwohl ihr natürlich schon gemerkt habt, dass da eine Straßenbahn stinkt. Das gehört auch zum Stadtbild. Sollte man nicht unerwähnt lassen. Es gibt hier einige, nicht nur Taxifahrer, sondern auch vor allen Dingen auch Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen. Die sind mitunter sehr rabiat. Aber gut, das ist die Zeit der Information. Und wie gesagt, der Weihnachts... Wird hier gar nicht grün heute? Was ist denn da los? Der Weihnachtsmarkt, wie gesagt, kann man mal anguckt haben. Ist eine schöne Sache. Ist relativ familiär im Vergleich zu anderen Großen in Deutschland, die ich so kenne. Da ist eher so eine... Also hier trifft sich sozusagen die Stadt. Du verabredest dich sozusagen mit Bekannten oder Familienmitgliedern, mit Freunden zum Treffen. Einen kleinen Umfutsch auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist hier eigentlich so der Standard. Und ich will ihn deswegen nicht loben. Ist auch teuer, wie viele andere. Das ist jetzt kein Unterschied dahingehend. Aber du musst zumindest noch zusätzlich für einen Eintritt bezahlen. Das ist wenigstens das Positive. Und du kannst dich nicht verlaufen. Weil das sehr kompakt ist. Und jetzt sind wir hier in der Innenstadt. Vielleicht halten wir das mal fest. Wir sind jetzt hier an den großen Einkaufszentren. Hinter mir seht ihr noch eines dieser Gebäude. Vielleicht könnt ihr das mal optisch festhalten. Abspeichern. Man sieht das ja schon. Dieser Baustil des Klassizismus. Das heißt... Oder Stalinismus könnte man sagen. Es wird jetzt hier laut in der Stadt. Logisch. Die Dekolletiers werden immer freier. Wo es cooler wird. Das ist so was ich meine. Das ist eigentlich nicht mehr so meins jetzt hier. Aber wir müssen ja noch futtern gehen. Und dieser Baustil. Hatte ich ja gesagt. Werde ich noch auf diesen Bereich kommen. Ich muss mir jetzt überlegen. Wo ich es abdecke. Denn eigentlich wollte ich das jetzt schon durchgefrühstückt haben. Aber ich sage ja. Die Hannesgörche hat es mir versaut. Die zeitgeschichtliche Sache. Aber da kommen wir noch mal hin. Das heißt der Bereich. Der mir noch nicht ganz unwichtig war. Und der das Stadtbild. Das geht es ja. Der das Stadtbild heute sehr geprägt hat. Wir waren jetzt alle bei dem. Was ist sozusagen weggebombt worden. Was gab es mal. Eli halt. Halt. Wir müssen rechts rüber. So ist es fein. Das ist ein feiner Eli. Ähm. Und äh. Und äh. Ja. Der ganze Wiederaufbau. Nach dem Krieg sozusagen. Ne. Das ist das. Wo wir noch drauf hinausgehen müssen. Und ihr seht das vielleicht auch schon. Das ein oder andere Haus. Hier. Auf der anderen Seite. Dieses pinkfarbene. Ja. Wir fahren jetzt wieder den dreiten Weg hoch. Wo wir heute früh begonnen haben. Hassigerweise. Aber ich werde nochmal auf dieses Kapitel irgendwie eingehen. Ich überleg mir wie ich das jetzt mache. Aber jetzt ist es eh zu dunkel. Jetzt können wir nichts mehr besehen. Ich brauche mich nicht mehr hinsetzen. Irgendwas zu filmen. Zum Beispiel. Das wäre schlechtes Licht. Jetzt können wir noch so die letzten Lichter der Stadt genießen. Und ich freue mich jetzt schon. Denn ich habe heute deutlich zu wenig getrunken. Und äh. Und nichts gegessen. Ja. Ja. Bellema. Das ist die Satze von Hass. Ähm. Ja. Und ihr seht übrigens. Jetzt kann man vielleicht nochmal den Unterschied sehen. Tag und Nacht ist auch nicht verkehrt. Das Wunderwasserhaus ist praktisch äh. Ja. Wie der Rest der Stadt. Das muss man einfach so sagen. Ähm. War jetzt gar nicht beabsichtigt euch das so zu zeigen. Aber man sieht doch ja auch was. Ähm. Auch was Interessantes. Äh. Es ist praktisch tot. Das äh. Um mal was negatives zu sagen. Ähm. Ähm. In der Stadt werden ab einer gewissen Zeit hier die Bordscheine hoch. Beklappt. Und ähm. Dann kannst du verhungern. Du findest ja nichts mehr zu essen großartig. Und äh. Wir hatten das ja auch schon. Die Ampeln werden ausgeschaltet. Logisch. Eine schöne Sache. Aber auch äh. Beleuchtungsmäßig ist jetzt auch nichts mehr da. Kann man jetzt natürlich auch sagen. Schön wegen Strom sparen und der Umwelt zuliebe. Ja. Daumen hoch. Keine Frage. Aber nicht einmal. Das ist der Punkt. Die Wahrzeichen der Stadt. Ja. Auch der Dom ist. Hm. Die Beleuchtung des Doms. Darüber kann man ja streiten. Der ist partiell beleuchtet. Aber ich muss sagen. Sau miserabel. Also für alle Menschen. Deswegen dachte ich, dass die hier zum Beispiel auch mit so einem Kasten solche gegenbrennen. Wie ich gerade. Äh. Da. Da wüsste ich nicht wirklich viele Motive. Natürlich kann man Bilder auch im Dunkeln machen. Ja. Die schön aussehen. Aber wisst du was ich meine? Wie. Wo wir gerade den Vergleich hatten. Hier steht der in Dresden vor der Semperoper. Ja. Der Klassiker. Da kriegen wir ein schönes Bild hin. Mit all diesen schön strahlenden Lampen da ringsrum. Und das seht ihr jetzt ja vom Dom. Wenn ihr jetzt mal rüber seht. Auf die andere Seite. Das ist alles was ihr an Lampen habt. Da oben. Ja. Ich hoffe das ist noch so ein bisschen zu erkennen. Das ist also nicht so pompös angestrahlt wie der Kölner Dom. Wie man das kennt. Ja. Der ist einfach nur beleuchtet. Vielleicht. Ich lichte das mal ab für euch. Hier sind wir ja noch gerade. Schön. Hier komm her. Komm her. Alles gut. Wir machen mal ganz spontan ein Bild. Dass ihr noch mal seht was ich meine. Wie es aussieht. Das ist jetzt kein Highlight. Aber ich versuche mein Bestes zu geben. Die Kinder auf zwei Rädern sind auch unterwegs. Das Bild was ich euch jetzt einblende ist jetzt hier original gemacht. 35mm mit 2 8er Blende. Und ja. Kann ja jeder selbst entscheiden ob das eine sehenswerte Beleuchtung ist. Ob es die einen jetzt anreizt. Oder ob es einfach nur leicht heller ist als es vorher war. Und jetzt werden wir hier einkehren. Ich bin schon sehr gespannt. Und die Kamera muss ich jetzt hier vorne ausmachen wenn ich hochfahre. Nicht dass wir wieder am Polizeirevier hier mit der Kamera vorbeifahren. Und dann auch ohne Licht am Fahrrad. Muss ich noch anmachen. Ich wollte es euch noch schnell zeigen. Da ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Denn das ist ja das Positive hier an Magdeburg. Zumindest was jetzt die Highlights angeht. Es ist sehr überschaubar alles. Flächig. Das Kulturhistorische Museum von Magdeburg ist praktisch auch nur ein Katzensprung. Ein paar Meter vom Dom entfernt. Also gleich dahinter könnt ihr alles mit einfallen. Und würde ich auch empfehlen. Objektiv unparteiisch. Weil es eigentlich das Einzige ist. Großartig. Also wir haben noch ein Technikmuseum. Wir haben noch ein bisschen was anderes. Aber das ist doch das wo am meisten irgendwo abgebildet und ausgestellt ist. Also es lohnt sich wirklich zumindest aus der Zeit wo ich das letzte Mal da war. Ich gehe jetzt nicht jedes Jahr ins Museum. Es ist schon einige Zeit her. Ich hoffe dass es in dieser Zeit nicht verunstaltet wurde von innen. Das weiß man ja nie. Aber als ich das letzte Mal drin war. Das muss so ungefähr zehn Jahre her sein. Da war es. Da war es auch okay. Ja. Und das ist hier mit eines. Auch nicht mehr im Originalbaustil. Auch dieses hat nach dem Krieg gelitten. Denn das hatte hier vorne mal einen riesengroßen Turm. Das war mal ein ziemlich monströses Gebäude. Stach sehr heraus. Es sieht jetzt immer noch alt aus. Das ist richtig. Aber nicht mehr ganz so wie vorher. Und dann wären wir jetzt. Ich denke das Licht geht jetzt auch deutlich zu Ende. Wir fahren jetzt zu unserer Futterbutze. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Ich hoffe dass dort da nicht die ganzen Touristen eingekehrt sind. Die wir jetzt gerade hier an unseren Standorten immer gesehen haben. Das wäre ja fatal. Heute Nachmittag war das Ding komplett leer. Da war kein Mensch drin. Das ist natürlich die Idealvorstellung die ich mir wünschen würde. Die wir jetzt vielleicht auch wieder bekommen. Wir gucken uns das mal an. Und dann können wir jetzt eigentlich die Szeneecke. Die ich euch da vorhin noch mal im Dunkeln. Aber das lassen wir lieber. Das lassen wir in jedem Fall. Denn was soll ich sagen. Es gibt friedlichere Ecken. Da brennt jetzt nichts an. Ja es ist jetzt ein Spaß. Nein kann man angucken. Man kann sich da an den Haselbachplatz im Dunkeln hinsetzen. Und da auch sein. Was wessen ich genieße. Ja es ist durchaus drin. Aber ich habe jetzt einfach mal Appetit. Weil ich schon über ein Jahr. Tatsache. Das ist kein Witz. In einem Restaurant essen wir. Und jetzt würde ich gerne mal. Wollen wir hier bleiben? Ne hier ist es nicht ne. Noch eine weiter hier. Noch eine weiter. Und jetzt würde ich gerne mal vietnamesisches essen. Ganz einfach. Und mal was Neues ausprobieren. Denn ich war da noch nicht drin. In diesem Laden. Immer mal was anderes. Deswegen bin ich ja auch hier. Um mal was herauszufinden. Wenn du immer in den gleichen Laden gehst. Das ist eine schöne Sache. Ich kenne noch ein richtig gutes. Aber. Davon wären wir ja auch nicht klüger. Wenn wir das gleiche nehmen. So wie gesagt. 50 Sekunden Alarm. Ja. Der hat auch mich ausgelastet. Und dann sind wir jetzt auch schon da. Ich bin sehr gespannt. Das ist gut. Rechts hinein. Rechts. Oh. Es ist in jedem Fall beleuchtet. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo kriegst du mein Fahrrad an? Ähm. Hier gibt es nicht einen Fahrrad. Schänder weit und breit. Und ich hatte sie erwähnt. Wir sind hier in Magdeburg. Hatte ich das erwähnt? Ich hatte mit der Touristin vorhin darüber gesprochen. Weil die sich gewundert hat. Mensch. So viele Schlösser. Ja. In Magdeburg wird die Klaut. Räder ohne Ende. Mit einem Spitzenreiter in Deutschland. Gefällt mir jetzt hier gar nicht. Aber ich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Dass. Dass diese Laterne sicher ist. Jetzt wird doch wohl keiner die Dreistigkeit haben. Und den Beton hier weg zu flexen. Ja. Gut. Das Fahrrad ist soweit gesichert. Den Sattel könnte man jetzt noch mitnehmen. Hatte ich jetzt kurzzeitig überlegt. Weil mehr Schlösser als hier kriegst du sowieso nicht ran. Ähm. Machen wir das auch noch. Und dann kann man, bin ich der Meinung, nichts mehr abmontieren. Es sei denn. Man hat irgendwelches Werkzeug bei. Und baut noch die Schaltgriffe ab. Ja. Das geht natürlich immer. Aber zumindest. Das wisst ihr was ich meine. Hier. Fangen wir mal auf der, auf der rechten Seite an. Das ist die Nummer 73. Machen Chau. Ein vietnamesischer Rahmen. Erfischig. Fruchtig und cremig zugleich. Sehr beliebtes Getränk in Saigon. Das wäre der hier. Testen wir den mal durch. Tatsächlich. Angkorat. Wunderbar. Der ist fruchtig. Das in der Mitte ist ein Ginger Ale. Und bei dem anderen habe ich einen Tee genommen. Ich wollte noch einen Kaffee nehmen. Kommt noch. Wir haben hier, kurz überlegen. Ja hier. Tra Hong Hong. Haben wir hier aus der vietnamesischen Hochland stammenden, duftenden, rosa fahrenden Rosen und Knospen. Blüten. Fein abgeschmeckt mit grünem Tee, Apfel, Honig. Schmeckt zum Verlieben. Das wollen wir mal testen. Die Kamera, kannst du schlecht halten. Das ist ein bisschen wackelig leider. Ich versuch's dennoch hier ja. Ahm. Oh, dankeschön. Guten Appetit. Danke. Das kannst du machen, weil es nicht was uns zu kissen hat. Das ging aber auch schnell. Ja. Das ist jetzt sozusagen ein Teil der Vorspeise. Der Hauptspeise kommt ansonsten. Es schmeckt wie grüner Tee. In jedem Fall mit irgendeiner Blüte sonst noch drin. Das könnt ihr hier wahrscheinlich diese Rosenkuchen. aus dem Blüte sein, ja? Was auch immer das ist. Man sieht die auch hier drin. Glaub ich, ja? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu sehen. Aber ich muss sagen, der Shake ist der Oberbrennung. Der ist ziemlich fruchtig. Total lecker. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich glaube, ich nehme noch einen. Und das wäre ein, ähm, ich hätte fast gesagt, sie hat das Steck vergessen. Aber das haben wir hier natürlich. Besteck gibt's hier. Ähm, so. Das wäre ein, ähm, ein Mangosalat. Der Originale war leider nicht da. Ich wollte einen Lobby-Salat haben, ne? Aber, ähm, hatten wir nicht. War aus. Hm. Ich hoffe, dass die Mangospausse dennoch gut sind. Und ich habe jetzt schon... Mh. Mh. Mit einer kleinen Garnele dabei. Und Erdnüssen. Das ist ja auch so ein... Mh. Mh. Kompletter geschmacklicher Super-Mix. Mh. 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 Schwarzer Sesam ist da drin. In jedem Fall. Aber ob das ein Krabben-Schick, das kann ich auch nicht wirklich... Könnte sein, ja? Mh. Es kommt aus der Marne." Mh. presenting das Location auf dem places her. Mh. 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 Adhnüssen. Mh. 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 Stimmen. Mh. Mh. in jedem Fall aufholt, was wir heute vergessen haben zu trinken. Also vergessen habe ich es ja nicht, ich habe es einfach bewusst unterlassen, weil ich für Ila alles mit hatte. Und das ist Ginger E. Und das ist auch Porno. Guck mal. Die haben hier... die haben total stroberen Seelstahl. Kann man den bieten? Ne, der sieht nur so aus. Das ist keine Knickstelle. Ist schon so. Gut, ich esse dann mal an Ruhe weiter. Ich habe mich schon gewundert, wo mir ein Holzlöffel drin steckt. Die wollen, dass ich hier die Blüte esse. Dann werden wir das einfach mal tun. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine Hopfenblüte. Ich hoffe, sie schmeckt besser. Also ich schluck sie nicht hinter, ich kau hier nur drauf rum. Die ist parfümiert. Die ist in jedem Fall parfümiert. Wenn sie jetzt natürlich wäre, dann hätte ich sie tatsächlich nicht geschluckt, aber so nicht. Und da ist ein Aroma drin. Also zumindest schmeckt es ganz stark danach. Aber eine ganz interessante Mischung mit dem Tee. und so auch ein wenig. that way to the other food. Ja! Und dann müsste sie auf dem Tee. Warum ist das denn so? Ich habe die Tee. Sehr schönes Femmchen. Das ist voll. Auf dem Boden war der Zucker, offensichtlich. Jetzt nur umrühren, sonst sieht er das. Gelingen ein paar noch nicht aufgelöste brauner Rohzucker. Hätte man aber gar nicht reinmachen müssen. Also der Tee braucht keinen Zucker. Als bestens. Der Shake ist wirklich lecker. Ich habe hier die ganzen Zeitioden dran rumgerusselt. Muss ich nochmal umrühren. Super fruchtig. Also ich bin schon gespannt. Ich habe als Hauptgang, habe ich genommen, eine knusprig gebackene Eiernudeln mit zartem Rindfleisch, Garnelen und Saisongemüse, aromatisiert mit Probarhose. Auf Wunsch auch mit Tofu. Ich habe die normale Version genommen. Klassischerweise nehme ich mal das teuerste Hauptgericht. Und dann spreche ich in jedem Fall noch mit dem Kaffee, müssen wir mal nehmen. Vietnam ist sehr bekannt für Kaffee. Und dann schauen wir mal, ob noch eine Vorspeise reinpasst. Wir müssen in jedem Fall die Kalorien wieder reinkriegen. Wir sind eine ganze Menge geradelt, gestrampelt. Also gestern auch schon. Und hatte ich das eigentlich erzählt? Ich hatte gestern gefastet. Damit ich mir das heute erlauben kann. Ilai kriegt auch gleich Schmackguss. Für Ilai habe ich natürlich hier die Tüte Leckerlis. Aber die darf ich erst rausholen, wenn das Hauptgericht kommt. Oder mindestens auf die Vorspeise müssen wir noch warten. Sonst steht der nachher Spalier, wenn ich hier meine gebratene Nudeln nahe. Ist das nicht ein Gold, Junge? Was macht man denn noch? Eine halbe Tüte hat er eben schon gehabt. Da ich ja jetzt meinen ersten Hauptgang habe. Mit schönen Spitznacken. Ist auch so fein. Kriegt er jetzt natürlich noch eine. Das sind hier Schmackguss-Tüten. Also wer Ilai verköstigen möchte. Immer ran damit. Das ist eigentlich so ein Belohnungs- Was macht man dafür? Eigentlich ist das so ein Belohnungs-Ding. Aber wir haben jetzt nichts anderes passiges mit. Das ist jetzt hier seine... Das ist auch für ihn nur ein Tropfen auf den Hals. Das sind Tropfen auf den Hals und Stein. Gibt es zuhause nachher natürlich noch ein bisschen was. Das hat er sofort aufgefordert. Und ich bin jetzt hier bei meinen gebratenen Eiernudeln. Die muss man vorher ein bisschen einweichen. Der Teller dreht sich hier lustigerweise. Der Wok, der steht nur auf einem Punkt in der Mitte. Das ist so ein Drehtick. So ein bisschen ungünstig. Das war bestimmt nicht beabsichtigt. Das sind diese billige Dinge aus China. Die auch komplett rund sind. Die müssen eigentlich ein bisschen plan sein. Zumindest für den Tisch. Sollen wir nicht meckern. Alles gut. Und ich hatte eben schon hier... Das ist ja Rind. Bin ich der Meinung. Schmeckt zumindest so. Das ist was ganz Mildes. Wir hätten die jamesische Küche nicht kennt. Das ist nochmal eine Spur deutlicher milder als die thailändische zum Beispiel. Also die Schärfen, die du in Thailand kriegst. Zum Beispiel von dem grünen Chili. Das kriegst du so in Vietnam normalerweise nicht. Gibt es natürlich auch. Gehört aber nicht wirklich zum Standard irgendwo. Ich versuche jetzt hier mal die Nudeln in der restlichen Soße aufzuweichen. Das ist ein bisschen... Das gibt es doch nicht. Ich will ja noch einen mitnehmen müssen. Ich hatte ja darauf spekuliert. Manchmal funktioniert das. Wenn wir ins Restaurant gehen. Dass sie Mitleid mit dem Hund haben und ihm auch was zu essen geben. Das hatten wir mal... Ich weiß gar nicht wo das das letzte Mal war. Ist schon ein bisschen her. Und deswegen habe ich es vergessen. Bei irgendeinem Restaurant. Da haben sie... War mal deutsch essen. Da hat er tatsächlich... Ich glaube es war in Berlin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Da haben sie ihm tatsächlich gebratene Steaks gegeben. Ist kein Witz. Ich hatte ihm extra was mitgenommen. Und hab ihn unter dem Tisch schon so ein bisschen verrüttert. Aber er sieht ja immer so hungrig aus. Ich glaube aber das funktioniert hier heute nicht. Wenn dann soll er wahrscheinlich einen Reiskorn kriegen oder so. Das ist natürlich für ihn ein Witz. Mh. 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 Ansonsten ist er übrigens auch. Für alle die das nicht wussten. Wenn ich ihm eine Tom-Yang-Bung-Sücke mache. Mh. Also mit... Mit gutem Schärfedraht. Dann zieht er sich die auch rein. Und da ist er... Da kennt er nichts. Mh. Er ist ja multikulturell aufgewaschen. Internationale Küche ist für Eli... Gehört zum guten... Zum guten Gaumen bitte zu. Mh. 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 Und... Ich muss sagen. Für mich ist es auch nur ein Tropfen von Hansenstein. Und wir werden die Karte noch ein bisschen durchgehen heute. In jedem Fall. Ich freu mich. Schmeckt aber gut. Kann man nicht mehr gern. Hast du doch nicht. Nein. Es ist natürlich immer Teil mit Brühlein. Ist ja wirklich eine ganze Menge Fleisch hier drin. Hätte ich nicht gedacht. War ganz außergewöhnlich. Sonst kennt ihr ja üblicherweise... ...die ganze Füllstoppe. Und dann liegen da 5 Stücken drin. hier war eigentlich mehr Fleisch drin als alles andere. Das ist gut. Also wenn man jetzt kein Vegetarier ist, meine ich. So volle Punktzahl, was das angeht. Für meinen Geschmack hätte man jetzt noch mehr asiatisch wirksen können. Sehr mild hier. Das geht in jedem Fall. Wir sind hungrig, aber wir haben auch einiges nachzuhoben. Ich bin gespannt, was das Süßes kommt. Also ich muss natürlich erst mal bestellen, was ich in der Karte finde, meine ich. Ich habe grundsätzlich eine Ahnung, dass wir die Einzelnen sind, die hier was essen. Und die anderen, die quatschen alle bloß und halten sich an irgendeinem Getränkfest. Wahrscheinlich haben wir heute den ganzen Umsatz des Tages für das Restaurant. Aber sei es drum. Einer muss das immer ja machen. Also der Shake ist wirklich lecker. Der ist lecker. Kann man jetzt sagen. Akkorat. Und ihr könnt euch jetzt ruhig mit, dass wir jetzt mal so die Eich kriegen. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Weltpremiere bei Backend Show Explosions. Hatten wir das schon mal, dass ich euch live mit dem Restaurant mit habe? Ich glaube noch nicht. Und da würde ich jetzt, wenn wir jetzt so richtig eine Live-Abstimmung machen würden, würde ich euch jetzt aussuchen lassen. Wasserdominogen aus der Karte. Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt bei den Hauptgerichten eigentlich, ja was hätten wir noch? Der Klassiker. Eine knusprige Ente. Ja, kennt ihr ja. Ich suche halt irgendwas, was Kalorien hat. Wisst ihr? Der Rest sind halt kleine Speisen wie sowas eben. Die anderen sind noch kleiner. Das ist das Problem. Davon wäre ich ja nicht satt. Ich muss ja wieder nach Hause kommen. Und Ilai vor allen Dingen auch. Ilai kriegt natürlich noch ein Döschen nachher. Das dürfte klar sein. Bam. Aber jetzt hier. Ich muss noch mal reinschauen. Wir haben noch eine ganze Menge Vorspeisen. Die würden noch gehen. Ilai ist schon so hungrig. Der sucht hier schon vom Boden auf. Ilai hat schon den ganzen Staub abgerosselt hier unter mir. Traurig aber irgendwie. Er kriegt nichts mehr irgendwie. Ich gucke mal, was sich noch finden lässt hier. Ob er vielleicht noch ein bisschen teilen könnte. Ich habe gerade mal die Örtlichkeit aufgesucht. Um mal die Hände zu waschen. Jetzt warum fertig sind wir beim Essen? Gute Nummer eigentlich. Und in der Zeit, ich war nur drei Minuten weg. Tatsache. Ging razzi fanzi. In der Zeit kam offensichtlich ein Mokka. Das ist geil. Ganz frisch. Seht ihr noch? Ist sozusagen gerade durchgerieselt hier. Kann ich noch ein bisschen nachdrücken. Ist aber schon alles raus. Ich bin jetzt natürlich gespannt. Weil das soll jetzt natürlich ein vietnamesischer sein. Für alle. Espresso. Aber am Osten sagt man Mokka. Und da gibt es auch einen ganz kleinen Unterschied. Tatsache. Wir machen noch mal ein Carreer-Video. Wollte ich ja eigentlich mal. Und da müssen wir jetzt durch sein. Ich bin jetzt sehr gespannt. Sehr gespannt. Auf dem Boden ist nämlich etwas gezuckerte Kondensmilch. Wer sich so in Südostasien ein bisschen auskennt. Kulinarisch. Ich habe jetzt keine Nachspeise gewählt. Denn die Süße, die man in Südostasien bei den Nachspeisen macht, die ist mitunter ziemlich penetrant. Das ist ja Geschmackssache. Ich sage, kann man ja darüber streiten. Meins ist es nicht. Viele Süßen sind einfach so was von süß, dass hier der Schnabel abfällt. Da wird übrigens auch mit gezuckerte Kondensmilch gearbeitet. Wobei die an sich noch geht. Also das ist nicht alles. Das wäre Peanuts. Da sind auch ganz andere Süßen. Und ich wollte nur sagen, hier ist in jedem Fall gezuckerte Kondensmilch im Espresso. Sieht man glaube ich auch. Ich mache erstmal die Hälfte klar. Kochen wir wieder ohne. Naja, das ist ein klassischer Espresso. Das ist jetzt kein... Ja, was soll ich jetzt sagen. Ist das jetzt nicht etwas super besonderes, was man sucht? Aber es schmeckt. In jedem Fall. Jetzt machen wir es ruhig mal ein bisschen süßer. Ich hätte sonst am liebsten noch einen Cocktail genommen. Ja, das ist doch lecker. Mit Erdbeerpüree. Und Rum. Ja, ich weiß, wir müssen Fahrrad fahren, ne? Ja, je. Das sind ja Kalorien, die habe ich wieder abgestampelt. Wir müssen damit tatsächlich noch... Noch 10 Kilometer können wir noch adeln. Bis zum Nachtquartier zumindest. Da kann ich... Da kann ich noch ein bisschen gebrauchen, bin ich der Meinung. Aber ich habe mich für den Kaffee entschieden. Ja. Ist okay. Kann man trinken. Ist nicht stark übrigens. Und auch nicht zu süß. Eigentlich ein ganz normaler Mocker, würde ich jetzt sagen. Hätte mir jetzt den so einer vorgesetzt, hätte ich nie gesagt, dass er beim Vietnamesen herkommt. Die sagen jetzt ein typisch Vietnamesischer. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen, ob das wirklich eine vietnamesische Bohne hier ist. Das... Und die Bedienung ist jetzt nicht so mit... Mit dem Deutsch leider. Ja. Aber die vorne an der... Sollte die beim rausgehen an der Kasse noch stehen. Die Dame, die mich auch reingelassen hat. Die spricht... Etwas flüssiger so, dass ich es verstehe. Da würde ich mal fragen, ob das... Mein Vietnamesisches ist ein bisschen angerottet. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen üben dran. Wer weiß, wo es noch hingeht. Aber ist okay. Und lasst euch überraschen, was ich jetzt als... Als Nachtisch bestellt habe. Ich bin sehr gespannt. Wie... Wie groß es ist. Lassen wir hier noch ein bisschen rieseln. Ich drücke hier noch ein bisschen rum. Kommt aber nichts mehr raus. Kleiner... Paar Tropfen. Paar Tropfen kriegen wir noch. Kann ich drücken. Nein. Das war's. Und Ila ist fertig. Muss ich nicht sagen. Guck dich den armen Jungen mal an. Na ja. Ich brauche mich. Ich brauche mich. Ich brauche mich. Was haben wir bestellt? Ja, das ist schon wieder ran. Sobald ich hier die Hölzeln hern nehme, geht das los bei Ihnen. Was haben wir bestellt? Einen gemischten Fruchtspeisenteller habe ich mir gegönnt mit vietnamesischen Köstlichkeiten für zwei Personen. Wir sind ja zwei, ist doch logisch. Ich hatte gehofft, dass ich hier noch mit die größte Auswahl von dem Restaurant noch mal so ein bisschen abgreife. Ich habe geschwankt zwischen der Entenbrust. Das ist ja, kennen wir. Ich glaube das ist hier in jedem Fall abwechslungsreich. Darauf kommt es hier drauf an. Ich möchte hier so viel wie möglich durchtesten, damit wir uns hier auch ein möglichst kompetentes Urteil erlauben können. So, da bin ich gespannt. Das ist hier in jedem Fall die Erdnuss. Das ist hier unsere Süßsauber. Und das wird, wie der Klassiker sein, Fischsauce. So, und dann schauen wir mal, wohin wir an. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Das sieht aus wie ein Riesengarnie. Wollen wir hier mit anfangen? Das könnte eine sein. Man weiß es nicht. Ich habe es jetzt absichtlich mal an den Fallchen getrunken. Ich weiß, ich muss eigentlich nähern. Ganz interessant. Schmeckt außen nach Fisch. Schmeckt wie diese Kramschipps. Das ist ein Kramschipp. Aber außen rum. Außen ist es Krabbe und innen ist es Reis. Aber süßer Reis. Das ist ein Kramschipp. Ganz komisch. Und die haben aber eine komische Erdnuss. Die schmeckt ja... Da ist nur ein kicken Erdnuss drin. Das meiste ist tatsächlich... Oh, naja, aber die ist ja außergewöhnlich. Das ist gar keine Erdnusssoße. Also das ist eine Soße mit Erdnuss, aber schmeckt eigentlich ganz anders. Komisch. Siehst du, sind auch mal ein bisschen überrascht worden. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich hoffe, dass das jetzt hier... Vielleicht ist es auch keine süße. Könnte ich auch sagen, ne? Doch, ist es. Was nehmen wir als nächstes? Was meinte, was das ist? Ein bisschen lang in der Sonne könnte man malen, ne? Den nehmen wir erstmal ohne Soße, um zu gucken, was das ist. Oh, das Köttboller. Köttboller in Seegras eingewickelt. Mit Alge. Und jetzt ohne Mist, das Hackfleischbällchen. Mit Kümmel tatsächlich auch drin. Und Koriander, würde ich sagen, ist das. Und... Hip-Hip-Zap. Nehmen wir jetzt mal süß. Passt auch mal wieder gar nicht, aber wir müssen ja jetzt hier alles durcheinander machen. Ein vietnamesischer Köttboller. Das ist natürlich spannend. Das ist aber auch früher. Das dauert ja als Völliger. Ich lasse mal von jedem einen über, natürlich. Damit wir gucken können, was wir Elia nachher geben. Ja, das ist ein wunderbar. Jetzt gucken wir mal, was das für ein Salat ist. Das sieht aus wie... Wie sind Cäsar's Chicken. Natürlich nicht. Mh, Zitronengras. Es gibt ja ein paar asiatische Gewürze. Damit kann man mich ziemlich weit vom Restaurant entfernt halten. Und... Ich esse eine Weile Zitronengras. So ungefähr zwei Wochen lang. Und dann bin ich mal voll. Für die nächsten mindestens zwei Jahre. Dann kann ich das Zeug nicht mehr sehen. Damit wir es lange nicht hatten, passt das hier. Alles kein Problem. Aber für jemanden, der es nicht mag, wäre das jetzt in jedem Fall ein sehr starker Überraschungssalat sozusagen. Salat Surprise. Also sehr grasig in jedem Fall. Der Saat selbst ist süß. Die Karotte ist auch mit drin. Schmeckig. Ein paar Erdnussbrösel. Und... Mh... Auch eine Essigsauce. Ist bei. Die dominiert den Nachgeschmack. Den Essig. Aber es ist ein milder Salat. Es ist nichts, was... Was sehr dominant ist. Kann man... Das ist was für jedermann, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, wie der... Was ist für ein Ess? Steht jetzt... In dem Gericht steht er nicht bei. Aber in der Karte ist er bestimmt einzeln. Und... Ähm... Chia-Pilz. Was auch immer. Also noch ein paar vertrocknete Pilze sind auch mit bei. Gehen wir zur nächsten Rolle über. Das ist diese hier. Die ist schon extra halb angeschnitten. Damit das ist also keine Royal Surprise. Ich kann mich jetzt immer nicht anscheinend, wo wir rein tunken. So. Oh. Auch ein sehr außergewöhnlicher Geschmack. Mh. Da muss ich nochmal direkt ohne. Mh. 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 Rücksicht nehmen, die vielleicht um die Zeit schon im Bett liegen, weil sie morgen früh arbeiten wollen, man weiß es nicht. Gut, denke ich eher soweit. Vielleicht haben sie auch weiter gedacht, das kann ich nicht sagen. Und den Nissen, den Nissen. Das sieht aus wie eine Wandantische. Oh, das ist mit Huhn. Die hat Huhn drin. Reis mit Huhn. Auch ganz interessant. Hast du jetzt ein bisschen ruhiger geworden? Komm her, komm her. Reis mit Huhn. Ich habe ja jetzt auch für zwei genommen. Lass ich jetzt hier mal ein bisschen halbieren. Was hatten wir jetzt noch nicht für euch? In jedem Fall hier, die hier. Das sind ja, glaube ich, die Highlights des Tages. Guckt euch, die habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben. Die sind hier mit einem Glasnudelblatt eingepackt, sozusagen. In der Klarsichtfolie. Und das sieht, geschnittener Tofu mit drin. Das sieht nach einer veganen Rolle aus. Ich bin gespannt, aber die schreit in jedem Fall nach Fischsauce. Das dürfte klar sein. So, gucken wir mal. Oh, die ist sehr frisch. Die ist sehr frisch. Und Zitronengras. Es ist Zitronengras drin. Was wäre die südostasiatische Küche ohne Zitronengras? Ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu dekadent rüber. Wie gesagt, ich gehe sehr, sehr selten irgendwo essen, weil ich es mir A eigentlich gar nicht leisten kann. Und andererseits hatte ich heute geplant, mit Mama essen zu gehen. Und da die keinen Bedarf hatte, dachte ich mir, naja, denn es ist ja so für zwei. Und wie gesagt, ich habe gestern gar nichts gegessen. Und heute auch den ganzen Tag nicht. Also ich will das jetzt nicht, ohne will zu Willen. Es ist allgemein so, wenn ich irgendwo essen gehe, dann versuche ich natürlich, dass es typisch ist. Das muss nicht teuer sein. Das kann auch im Ausland total billig sein. Die letzte Hinterhof stand irgendwo in Südostasien zum Beispiel, wenn wir da gerade mal sind. Das heißt, irgendwo einer, der auf dem Erdboden was verkauft. Frittierte Käfer. Oder machen wir es ein bisschen. Welche schönen Taschen gebraten. Oder geplättete Tintenfische getrocknet mit einer Soße dazu. Spielt keine Rolle. Hauptsache, es ist typisch. Und darum ging es jetzt mir hier. Ich wollte einfach mal schauen, wie nah sind die hier dran. Und von den 48-40, ich habe das beobachtet, wie unser Gegenübertisch, habt ihr jetzt nicht gesehen, da saßen welche, als die bezahlt haben. Und auch die neben mir saßen, als die bezahlt haben. Also ich habe mitbekommen, was sie hätten bezahlen müssen. Die Kellnerin sagte sie auch mal schön laut. Und ich habe auch gesehen, was sie gegeben haben. Und da muss ich sagen, dafür sinke ich immer so ein bisschen im Wohnen aus. Ja, was soll ich dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es typisch deutsch ist. Das kann man so nicht sagen. Aber manchmal ist es ganz schön traurig. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, 48-40 und er sagt, und er gibt ja einen 50er. Das kann man ja machen. Wir sind immerhin 1,60 Euro. Aber das entspricht nicht der internationalen Norm, wenn man das mal so sagen darf. Und wenn ich sehe, die Leute sitzen hier die ganze Zeit, ich gucke mir die Sachen an, was sie also tragen, wie viel Geld sie haben, sehe, was sie für Telefone auf den Tisch legen, mit welchen digitalen Medien sie rumspringen und was sie für Autos steigen, wenn sie zumindest vorhin angekommen sind. Da habe ich natürlich auch welche gesehen. Also Fahrzeuge im Wert von 80.000 Euro. Ob das jetzt ihre eigenen sind oder Firmen waren, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber eins ist Fakt, wenn ich dann 2,40 Euro Trinkgeld gebe und ich habe mich hier die ganze Zeit nur an irgendwelchen Trinks festgehalten, wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie nicht meins. Also wenn, dann versuche ich das auch entsprechend zu schätzen. Wenn es jetzt ein absolutes Highlight gewesen wäre und die Bedienung hätte Ila noch was serviert, weil das ist das, was tatsächlich gefehlt hat. Ich meine, Sie haben jetzt gesehen, Ila hatte Wasser. Sie hat vorhin gefragt, ach, Ila hat schon Wasser. Also er hat gesagt, hat der Hund schon Wasser mitgebracht? Ich habe gesagt, ja, ich habe ein eigenes. Wäre schön gewesen jetzt ja noch und ein Hammer wäre gewesen, wenn Sie ihm was zu essen gegeben hätten. Vielleicht haben Sie jetzt schlecht gewissen, das weiß ich nicht. Denn hätte ich vielleicht sogar noch 3 Euro draufgelegt. Also ganz bestimmt. Und jetzt muss man sagen, wir chancen sozusagen, das Restaurant hat seit 5 Minuten geschlossen. Das sind jetzt die Vorvorletzten. Es sitzen auch noch andere, die sich hier. Alles gut. Aber sie geht jetzt schon rum. Sie hat schon bei allen abkassiert und sie macht jetzt auch schon leicht Druck bei hinten. Jetzt wird man mal kurz dran erinnert. Brauchen Sie noch eine sehr wertvolle. Ich packe jetzt aus, das ist ja mal nennen Sie noch weg. Meine Bewertung von Coba. Das könnte sehr umfangreich werden, wenn ich jetzt ins Detail gehe. Ich gebe die Endnote ab. Von 0 bis 5 erreichbaren Sternen würde ich geben eine 3,75. 3,8 können wir uns einnehmen. Es war ja nichts schlecht dabei, aber es ist auch kein Highlight gewesen. Bedienung war okay, wie man es erwarten könnte. Jetzt müssen wir gehen und schmeißen uns hier alle raus. Ich packe zusammen und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Fahrt ist noch da, wie ihr seht, es fehlt auch keine Luft, auch kein Teil, ganz offensichtlich, weil Sattel hat sich ja vorher schon abgebaut, ist alles wieder montiert, wir sind jetzt startklar und ich war kaum raus, also das ist, das glicht schon einem, das darf man so sagen, einem indirekten Drauswurf praktisch, siehst du schon, wir waren denn wirklich die Letzten und kaum, dass wir aus der Tür raus sind, hat er hinter mir zugemacht, also den Vorhang und ist 10 Sekunden später selber rausgekommen und damit ist Licht dunkel, da ist auch keine, keiner mehr drin und ich weiß nicht, ob es der Eigentümer gewesen ist oder ob es ein Freund der vietnamesischen Bardame war, das kann ich nicht beurteilen, aber war arabischer Natur und fuhren ein gutes Auto, dann wisst ihr, was ich meine, ja, und äh, damit sind wir durch und ich bin froh, dass wir so reichhaltig gegessen haben, denn jetzt ist es schon doch deutlich frischer geworden, äh, seht ihr auch, ich habe eine Jacke an und äh, ja, ich habe Eli soweit gut, das ging natürlich auch abgegeben, ja, also tatsächlich den, den Salatteller jetzt, äh, wo ich gesagt hatte, so spaßenshalber, ne, für zwei, den habe ich wirklich mit ihm geteilt, das kann man nicht anders sagen, hat von allem die Hälfte bekommen und vorher natürlich auch schon was abgekommen und seine Krümel, das ist jetzt nicht der übliche Kilo, den er sonst so zum Abendbrot isst, ne, aber zumindest ist es erstmal besser als nichts und wir haben hier jetzt noch 10 Kilometer zu radeln und jetzt überlege ich natürlich ganz stark, ob wir, ob wir, ob wir könnten nochmal eine kleine Runde um Kiez fahren, ich weiß nicht, ich gucke mal vorne auf der Straße, ob noch was los ist, ansonsten, äh, würde ich jetzt wie auf den Rückweg, äh, machen, ja, ihr seht ja, also wir haben es jetzt hier 22, 20, damit ist, ist sozusagen der Tag gegessen und wir können hier mal gucken, was noch auf hat, aber ich glaube, wie ich es schon gesagt hatte, der Bürgersteig ist hochgeklappt worden, ne, das war jetzt hier auch das letzte Etablissement, könnte ich mir sehr gut vorstellen, außer vielleicht noch eine Bar am Kiez, ne, gut, und, äh, äh, der Bauch ist ein bisschen dicker geworden, aber der Göttel passt noch, das ist ja alles gut, ne, ich hätte nochmal auf Toilette gehen können, aber, gut, das, äh, hatte man uns jetzt nicht gegönnt, das ist kein Problem, so, ein bisschen fit, Eli, sieht gut aus, ne, na, denn, ah, da machen wir jetzt hier, Stadtführung im Dunkeln, ha, das ist auch mal was anderes, das ist nämlich das, was sehr wahrscheinlich die, äh, oh, es ist nur noch Polizei unterwegs jetzt, hahaha, das ist wahrscheinlich das, was die, äh, die anderen Stadtführungen heute nicht mitbekommen haben, das heißt, äh, die, also, die, die den etwas, äh, koscheren Führer hatten, die haben wahrscheinlich sowieso nicht besonders viel mitbekommen, und, wie man sieht, ne, halt, halt, da ist Straße, es ist noch ein bisschen was los, wir haben fast Vollmond, wir fahren nochmal hoch zum, äh, äh, zum Haselbachplatz, ja, das machen wir ruhig mal, ich lass die Kamera, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, ja, ähm, nicht, dass wir hier unter uns den falschen filmen, du wisst doch, was ich meine, das kann ins Auge gehen, ja, ähm, aber man sieht fast gar nicht, dass ich filme, ich hätte, müssen jetzt noch die LEDs eigentlich ausmachen, ach Gott, ja, da verzichten wir jetzt, und, äh, boah, jetzt füllen wir schon an mir auf, ah, alles gut, ich lass euch einfach mal bei Lauf, äh, von hinten, denn trägt das nicht so auf, ja? was jetzt nicht so auf, ich werde dir da draußen Championships um mal durch den Tre был dann in H Cristi zu compañern, es ist leer irgendwas, es ist leer irgendwas, es ist leer, Dankeschön. Oh, nein. Die Sachen flogen werden. Oh, nein. Wow. Das ist doch so toll, Alter. Das ist nicht passiert, ne? Sieht gut aus. Ist auch ziemlich ausgestorben. Wir haben hier mitten in der Woche. Seht ihr? Sonst wäre deutlich mehr los. Und ich guck mal, ob ich jetzt hier den Vollmond nochmal drauf bekomme. Gilei, du passest schon das Fahrrad auf. Lass nichts anbrennen. Schön bleibt Gilei. Von hier sieht es gut aus. Die Gang. Hier machen wir mal ein Bild. Die Gang. Könnt ihr das noch lesen? Ich hoffe, dass die Kamera das noch ein bisschen einfängt. Es ist schon etwas dunkler jetzt, ne? Hier ist das Dommuseum Ottonianum. Muss man erstmal aussprechen, Ottonianum und der Scharnwerfer dort oben leuchtet an, ich konnte es nicht lassen, wir mussten da wo der Tag angefangen hat, also zumindest mehr oder weniger für euch, hier wo wir den ersten großen Step gemacht haben, wollte ich mir das Ganze jetzt nochmal live, da wir ja sowieso schon mit der Kamera hier sind, im Dommel noch anschauen, das ist sozusagen der bestrahlte Dom, von der Seite ist er hell, wir gucken auch gleich natürlich nochmal auf die andere Seite, erstmal mache ich natürlich ein Foto. Ich habe ein paar schöne Bilder gemacht, also dafür, dass es jetzt hier so freihand, ungeplant raus ist, ist es jetzt nicht verkehrt, ne, und bin ich der Meinung zumindest, kann sich fast schon sehen lassen, und was ich noch sagen wollte, ich wollte das vorhin an diesem Platz nicht ansprechen, weil wir hatten da zu viel, die ringsrum beisaßen, ne, und das, ich wollte es nicht provozieren, aber da jetzt hier schon ein paar Fahrzeuge umhergefahren sind, eine Kategorie, wie soll ich sagen, ohne Auspuff, allerdings auf die, auf die Geldadel-Variante, also sprich, das italienische Pferde, Enzo, Cayenne, SL, AMG 500, aufwärts und so weiter, ne, wisst ihr, was ich meine, die, die Fahrzeugführer waren tatsächlich, das ist eine ganz neutrale Feststellung, nicht deutscher oder europäischer Abstammung, das ist so eine, davon haben wir schon wieder wahrscheinlich einen davon, man weiß es nicht, und in diesem Zusammenhang, die Anwohner des Haselbachplatzes, als auch die, das war nicht wirklich, als auch die, die dort regelmäßig einkehren, das heißt, Einwohner, die sich in der Region aufgehalten haben, weil sie vorher etwas eingekauft haben, weil sie da gar nicht mehr essen gegangen und so weiter, denen hat dieser Wandel in den letzten Jahren davon in der Region überhaupt nicht gefallen, nicht, dass das hier fremdenfeindliche Gedankengut wäre, um Himmels Willen, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass mit gewissen Menschen auch die Kriminalität einen Zug gehalten hat, die es so vorher nicht gegeben hat, das muss man sagen, denn ich kenne so gut wie keine Ecken, wo ich nachts jetzt mich besonders speziell fürchten müsste, da lang zu gehen, ja, das hat es so vorher nicht gegeben und das sind so Ecken, wo du damit rechnen konntest, du hast abends am Esstisch gesehen und dann kam plötzlich eine Meute von fünf maskierten, schwarz getragenen Leuten, die sind mit drei Kayenz angereist und haben dann sozusagen ein paar Leute mit einem Baseballschläger zusammengelegt, auf öffentlicher Straße, Schüsse und Schüsse sind auch gefallen, das hat es so vorher alles nicht gegeben. Das möchte ich jetzt um Himmels Willen nicht überwerten, denn ich denke, das gibt es in vielen Großstädten, dürfte mittlerweile zum guten Tun gehören, aber die Anwohner haben sich schwer damit getan, dass hier, das kann man schon sagen, eine gewisse Clangesellschaft eingezogen ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das besser wird, ganz im Gegenteil, wenn man sich anschaut, wem die Etablissements da gehören, das heißt die Geschäftsbereiche, ja, denn der Hintergrund da, es gab tatsächlich Konzepte, also Wünsche von den Anwohnern, als auch von regionalen Investoren, die dort gern etwas machen wollten. Fragt mich nicht nach den Gründen, ich kenne das nicht, denn ich sitze nicht im Stadtrat und ich kenne auch nicht deren Hintergründe, wie es entschieden wurde, warum man das alles, na man kann gar nicht sagen durchgehen, sondern das ist eigentlich schon fast gefördert worden, ja, kuriose Hintergründe irgendwie und dafür hatte man eigentlich etwas Besseres im Sinn gehabt, beziehungsweise etwas anderes, wo man auch als, ja, als Tourist zum Beispiel, ja, du kommst jetzt, sagen wir mal, nach Magdeburg und möchtest, keine Ahnung, jetzt irgendwie so ein paar deutsche Knödel essen, ja, oder so ein, was weiß ich nicht, vielleicht eine preußische Köstlichkeit oder, wisst ihr, was ich meine, ja, irgendwas typisch Regionales. Ich habe mir jetzt hier heute den Vietnamesen rausgesucht und das war, ich will nicht sagen, das war noch so mit das Regionalste, das kann man so nicht sagen, aber der Rest ist alles Kategorie Shisha Bar und Cocktails natürlich und dann Spätkauf und Co. Das ist möglicherweise ja ein internationaler Wandel, der überall vollzogen wird, das kann ich nicht beurteilen, in anderen Städten ist das schon ganz normal, aber es hätte wahrscheinlich auch gar keiner hier etwas dagegen, wenn wir mehr Internationalität gehabt hätten in einem gesunden Mischverhältnis, wisst ihr, das meine ich, also wo man sagt, okay, ich kriege das, aber ich kriege auch noch das. Mittlerweile sind wir so, dass du eigentlich so gut wie fast nur noch die eine Kategorie dort bekommst, ja, naja, und wie gesagt, das in dem Zusammenhang mit der Kommunalität, das finde ich jetzt ein bisschen schade irgendwie, weil es das so vorher nicht gegeben hat und ich hatte mich auch immer gefragt, was ist mit den alten Geschäften allen passiert, warum sind die alle raus? Das ist ja nicht so, dass es da vorher nichts gegeben hatte, ne? Da könnte man auch mal drüber nachfragen, ja, aber wahrscheinlich wird einem da keiner eine ehrliche Antwort geben, was da passiert ist, ja. Gut, das waren nun mal die Worte abschließend jetzt, weil wir da gerade herkamen und da wollte ich nicht so laut darüber reden, hier sind wir ja relativ ungestört und dann gehen wir jetzt noch einmal um den Drumherum rum und wo wir jetzt schon so gut drin sind, vielleicht kriegen wir von der anderen Seite noch mal bunte Bilder hin. Ila ist übrigens komplett fertig, aber wir haben es jetzt 11 Uhr, da muss er durch, ja? Wir machen noch ein paar Meter. So, sieht er mich überhaupt noch? Hier ist zumindest ziemlich dunkel, wie ihr seht und ich stehe hier mitten in der Stadt. Es ist genau der gleiche Platz, wo wir heute Vormittag angefangen haben. Auf dem Domplatz bin ich gerade, aber den Dom werdet ihr da wahrscheinlich noch sehen. Das ist jetzt die Ansicht von heute Mittag und das ist das, was ich meinte. Du hast die erstrahlte Westfront von dort, aber der Witz daran ist, die siehst du eigentlich praktisch nur, wenn du direkt vor der Front stehst oder halt, wenn du den breiten Weg auf dieser Straße unterfährst. Aber das machen nachts die wenigsten Menschen, wenn sie den Dom beleuchtet sehen wollen. Ein Klassikermotiv ist das, was ihr vielleicht auch irgendwo aus dem Internet oder von Postkarten kennt, eigentlich genau von der gegenüberliegenden Seite, das heißt von der Elbe aus. Das ist ein sehr beliebtes Motiv, dass man so ein bisschen den Fluss mit drauf hat. Und wenn du genau von dort guckst, dann sieht der Dom ziemlich, ja, trist fast schon aus, könnte man sagen. Und hier habt ihr jetzt von der Seite so einen kleinen Eindruck, was das angeht. Das Schiff ist praktisch, ja, mäßig beleuchtet, muss auch gar nicht mehr. Würde ich jetzt vielleicht jemandem recht geben, wenn das einer sagt, ist nicht das Problem. Aber man muss sich halt vorstellen, weil das so ein Postkarten-Motiv ist und weil es natürlich unser Wahrzeichen ist. Wenn du weiter weg gehst, siehst du von der ein bisschen beleuchtet, so gibt die gar nichts mehr. Das ist der Punkt. Und dann rast du von weitem entfernt, siehst du bloß noch die beiden hellen Turmspitzen oben. Und das, das sieht, also, was soll ich dazu sagen? Wer zum Beispiel mal, weil ich den Vergleich jetzt heute schon ein paar Mal gebracht habe, machen wir es ruhig zum Schluss ruhig nochmal. Wenn du in Dresden über die Elbe gehst und es ist eigentlich egal, von welcher Brücke du fotografierst und dann in Richtung Zwinger guckst, ne, das heißt die ganze Elbuferpromenade mit Frauenkirche im Hintergrund und die Semperoper so ein bisschen rechts, ne, wer das Motiv kennt, ist ein Klassiker. Hast du ein, hast du den Fluss drauf mit einer, da brauchst du nur eine Sekunde belichten, nicht mal eine riesen Langzeitsache. Hast du den Fluss drauf und die Gebäude sind so weit erstrahlt, dass man sagt, das sieht gut aus, das sieht wirklich schick aus, da kann man nichts sagen. Wenn du das bei der Elbe in Magdeburg versuchst, kriegst du eine Dunkelaufnahme. Das ist leider schade, ähm, tja, nur wie, wie sagt man, in der Elbsache, ne. Die Aufnahmen, die ich jetzt hier gemacht habe, sind übrigens weniger als oder gerade. Das längste, was ich habe, auch nur eine Sekunde, alles hier mit Blende 4 und 20 Millimeter, ja, das ist kein großer Aufwand, das ist sozusagen alles aus der Hand fotografiert. Man kann jetzt natürlich einen betreiben mit Stativ, könnte ich jetzt rausholen, muss ja auch ehrlich sagen, habe ich keine Lust geradezu, ne. Der Landtag, der reizt mich jetzt auch überhaupt nicht zu fotografieren, das ist kein Highlight. Man kann tatsächlich machen, wenn man entsprechende Objektive hat, die einzelnen Laternen hier um den Domplatz herum mit der Allee, aber da stören dann auch wieder die Autos drauf. Ansonsten gibt das einen schönen Sterneffekt, das waren mal so gut beliebte Bilder. Wisst ihr, da die Straßenbeleuchtung hier noch nicht so penetrant ist, wisst ihr? Mit den LED-Leuchten, da brauchst du gar nicht mehr anfangen. Heutzutage moderne Nachtbeleuchtung auf der Straße ist für einen Fotografen eigentlich ein grauen. Die alten Glühlampen, das waren gute Motive, da konnte man noch schöne Bilder machen. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, weil hier die Beleuchtung noch relativ warm gehalten ist, bisschen gelblich. Das Schlimmste wäre, wenn man jetzt diese Sandsteinfassade mit dem starken Kontrast, das heißt dem hellen Punkten und den vielen schwarzen, wenn man die weiß anleuchten würde. Das ist ja Ansichtssache, das ist ja alles subjektiv. Ich möchte jetzt nicht rummeckern, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Heute im Zeitalter, wo man sagt, Beleuchtung sollte eigentlich eingedämpft werden, aufgrund von Stromspar- und Energiemaßnahmen bin ich auch da voll dabei. Aber das bisschen, was man beleuchtet hat, das meine ich. Und da sollte man vielleicht auch so ein bisschen an die Lichtfarbe mitdenken. Und hier haben wir mal so einen Klassiker. Jetzt vorm Land, hier, sowas zum Beispiel. Hier sind riesengroße Strahler am Boden eingelassen. Die blenden hier ein, wirklich, wenn du darüber gehst, wirst du blind. Und jetzt frage ich mich natürlich, warum muss ich jetzt hier die Linde von unten beleuchten? Guckt euch das mal an. Ihr seid jetzt mal mittendrin in so einer Strahlkabine. Hier. So. Warum? Ich weiß nicht. Das sind so Sachen, die hätte man sich wirklich sparen können. Denn ihr seht ja auch, was hier nachts los ist. Ich weiß, wir haben jetzt wochentags, aber könnt ihr mir glauben, am Wochenende sitzt hier auch keiner in der Nacht und guckt sich die Linden von unten an. Auf den Bänken ist hier kein Mensch sonst. Also irgendwo kann man wirklich abschalten. Guckt da nicht rein, Ileit. Und dafür könnte man aber woanders ein bisschen effektiver. Das heißt nicht, dass man den Dom jetzt, dass man 27 mehr Lampen aufstellen will. Das meine ich gar nicht, sondern man sollte sie vielleicht etwas überlegter positionieren. Das meine ich einfach nur. Gut, da haben wir jetzt genug Lichtkritik geäußert. Aber der, warte mal jetzt, nee, Ileit, ich sehe gerade den, wo ich gerade nicht bei Licht gewesen bin. Ich hatte den Vollmond gerade eben gar nicht gesehen, weil der noch hinterm Schiff war. Alt Ileit, wir müssen noch mal gucken, ob das ein Motiv ist. Denn wenn wir das wirklich normal probieren. Den, den Vollmond hören wir jetzt sogar mit aufkriegen. Aber das stören jetzt, jetzt stören hier die Linden. So ein bisschen, warte mal da. Schimmer bleib. Aber versuch noch mal ein Bild mit dem Mond zu bekommen, aber ohne Bäume im Vordergrund. Da müsste dann eigentlich noch, ja doch, der guckt noch drüber. Das kriegen wir noch hin. So sieht es noch ganz gut aus von hier. Nicht wegfahren, Ileit. Oh, ich kriege jetzt mal einen Blindeffekt. Machen wir hier noch mal ein. Ja, hier noch mal ein Bild über den ganzen Domenplatz. Und dann gehen wir auch weiter. Das Bild, was ich hier, denke ich mal, einblende vom Domenplatz, ist eine Langzeitbelichtung. Durch 30 Sekunden die Kamera auf den Boden gestellt, Blende 4, ISO 500 mit meinem Steinzeitobjektiv. Mit dem Mond ist, glaube ich, ganz gut geworden. Also ist zumindest das Hellste, was man hinbekommen kann. Und deswegen, was ich hier noch mal zeigen wollte, hier, wir sind wieder am 100-Wasserhaus. Das Dunkle mit den Bäumen, könnt ihr euch daran erinnern? Hier haben wir hier noch, das hatte ich vorhin gar nicht gesehen, weil ein bisschen war ich zu abgelenkt, waren zu viele Leute da. Da haben wir hier noch mal ein Modell von der St. Nikolai-Kirche. Das heißt, die, die hier sozusagen vorher mal gestanden hat, vor etlichen Jahren. Und da gibt es auch so eine ganz winzige Historie zur Kirche. Er baut 1573, ab 1810 Zeughaus, 1945 ausgebrannt und 1959 gesprengt. Und auf dieses Gesprengte würde ich dann in jedem Fall im Laufe dieses Video noch mal eingehen, sozusagen mein fehlender Inhalt, weil das ist natürlich die Zeit nach Krieg, DDR-Regime in Magdeburg. Dazu müssen wir noch was sagen und da geht es dann natürlich auch mitunter um Kirchen. Und jetzt schauen wir mal, die Innenstadt ist komplett leer. Eigentlich fast so ähnlich, wie heute früh, als wir angekommen sind. Es ist nichts mehr zu los hier. Keine Autos mehr, keine Menschen. Wir haben es jetzt allerdings auch schon 23.30 Uhr. Und es ist werktags, immer dran denken. Es ist auch ausgebrannt hier. Aber dafür können wir jetzt umso ungestörter fahren, dürfte uns jetzt, außer natürlich die Polizei. Die gibt es natürlich immer noch, denke ich. Aber eigentlich, ja, wie soll ich sagen, hier ist ja nichts mehr los. Streife kann man immer fahren. Man könnte noch ein paar harmlose Radfahrer anhalten. Das würde noch gehen. Aber ansonsten, glaube ich, kommen wir jetzt ganz gut nach Hause. Wenn wir unterwegs noch irgendetwas sehen, dann was Sehenswertes, dann gebe ich Meldung, sofern man das überhaupt noch erkennen kann. Aber ihr seht ja schon, das Hundertwasserhaus hat keine Beleuchtung. Die unten, die Geschäfte, in den Geschäften, ja. Aber das Haus selber nichts. Muss wahrscheinlich auch mal. Wusch, Arsch. Ich bin gerade, wenn man vom Teufel redet, ja. Das sind die, die gerade durch die 30-Zone hier gefahren sind mit 75 km. Das war die Polizei. Wir wollen hoffen, dass sie im Einsatz waren. Wir hoffen trotzdem, dass nichts passiert. Gut. Auch da hin geht es durch die Innenstadt, Illa, ne? Wir sind hier gerade durch den dunklen Park. Naja, Park ist nicht wirklich, aber ein bisschen Grünanlage ist es. Wir fahren alles voller Ratten. Also Illa hat richtig Jagd gemacht. Das ist erstmal so eine 10er Meute, denn vielleicht nochmal so 15. Ihr kennt das ja, ne? Die Leute, die nachts durch die Großstadt gehen, da schwirren die ja aus. Das ist auch nicht. Deswegen liege ich Städte, weil es praktisch eine Ansammlung von Dreck ist. Bakterien, Abfällen, da fühlen sich natürlich richtig wohl. Und da braucht man sich natürlich auch nicht wundern. Ist praktisch wie im Mittelalter. Hat sich eigentlich seitdem nichts geändert. Ja, wie immer noch. Wo viele Menschen auf einem Haufen wohnen, da ist die Anzahl der Infektionskrankheiten, die Gefährlichkeit, potenzielle Ansteckungsgefahr wahrscheinlich mit am größten. Zumindest ist es stärker als bei mir im Wald. Und ja, da ist ordentlich was los. Und hier wollte ich euch nochmal zeigen, ist der, ich würde mal sagen, die zweitwichtigste Kreuzung in Magdeburg. Was ist zu nennen? Geil. Es ist kein Platz, so wie wir es jetzt hatten am Hasselbachplatz oder ganz heute früh am Damaschkeplatz, wo wir jetzt auch gleich wieder durchfahren. Sondern das ist hier die Kreuzung Otto-von-Gericke-Straße, Schrägstrich Ernst-Reuter-Allee. Die Otto-von-Gericke-Straße, hatte ich hier gesagt, wir hatten ja vorhin Otto-von-Gericke gehabt, habe ich gar nicht erwähnt. Aber natürlich hat Otto-von-Gericke hier ein paar Namensgebungen hinterlassen, beziehungsweise die Stadt hat ihm hier ein paar gewidmet. Das ist einmal die Otto-von-Gericke-Straße, wenn er die praktisch hochfährt, dann kommt er auch zum Hasselbachplatz. Genau das gleiche ist die Parallele, wo wir gerade herkommen, zum breiten Weg. Die münden sozusagen beide am Hasselbachplatz. Und die Otto-von-Gericke-Straße kreuzt sich hier mit dem T-Stück von der Ernst-Reuter-Allee. Das ist auch die, die dann sozusagen auch über den breiten Weg rüber geht. Und das sind eigentlich so die drei, wenn man das so nennen darf, die drei größten, bekanntesten Straßen direkt in der City von Magdeburg. Und hier ist eigentlich das am meisten noch vertreten, was ich vorhin auch schon mal, also am Anfang des Tages angeklungen habe. Dieser Baustil hier des, ja, Klassizismus oder Stalinismus, das was aus der sowjetischen Ära hier praktisch übernommen wurde, haben wir hier am stärksten, genau auf dem Stück, und zieht sich dann praktisch hoch. Die ganze Ernst-Reuter-Allee in der Innenstadt habt ihr diese Häuser. Würde ich denn nochmal im Video darauf eingehen, die bekannteste Pendant in Berlin fällt mir da gerade an Bock ein, wäre da ja in Karl-Marx-Straße, beziehungsweise Frankfurter Allee. Sieht ja da ähnlich aus mit dem Frankfurter Tor, ganz bekannt, natürlich ein bisschen pompöser noch, noch protziger gebaut, aber das habt ihr hier. Und da sind wir auch wieder, wo wir angefangen hatten heute früh, hier ist das City-Carré, das Einkaufszentrum, und dort hinten war gerade das andere, wo wir hergekommen sind, das Allee-Center, und dann wäre dort hinten wieder der Damage geplatzt. In die Richtung fahren wir jetzt wieder mit der Unterführung. Ich hatte mir jetzt gerade überlegt, wo ich die Ratten gesehen habe, dass ich mich da irgendwo hinsetzen könnte, und dann würde ich die Kamera tatsächlich nochmal aufstellen, dass ich dazu nochmal ein bisschen was sagen könnte. Oh, wir haben gerade grün, Bilei. Du hast das gesehen. Das nutzen wir erstmal aus, und nicht, dass wir noch angenagt werden von hinten, aber die Beleuchtung reicht nicht aus. Tatsächlich ist es zu dunkel. Selbst wenn ich jetzt das Stativ aufstelle, das wird ein chriseliger Film, da haben wir mit einer grauenhaften ISO-Würmer da arbeiten, das will keiner sehen oder hören, also hören vielleicht, aber auf keinen Fall ist es sehenswert, deswegen... Wow! Zu viel gegessen, offensichtlich. Hier, wir haben schon wieder grün, andere Seite, rüber, 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 rüber. Ja, so ist so fein, das ist so fein, Ailei. Ja, seht ihr nochmal, das protzige Ding, auch auf der Rückseite, da habt ihr auch so ein Gebäude. Die schienen ja alle so verstreut, also da auf sowas steht, findet man ja im Westen Teil der Republik praktisch nicht, aus gutem Grund. Hier gibt es noch ein paar davon. Und dann bin ich jetzt gespannt, weil das ist jetzt auch ein Novum für mich, hier bin ich so noch gar nicht gewesen, weil, wie gesagt, hier neu ist. Schauen wir uns mal die Unterführung, beziehungsweise die neue Brücke, an, die Unterführung von oben, sozusagen, haben da mal ein Stück Platz. Und ihr seht ja, ist praktisch nichts los hier. Ist tote Hose. Aber ein schöner breiter Radweg, das gefällt mir, das sieht gut aus. Von hier links ist wieder der Hauptbahnhof, ne? Ein bisschen Baustelle ist noch in jedem Fall, das sieht man. Ila, schön langsam, du musst deswegen nicht schneller laufen. Ila hat schon wieder Bluthierarche. Oh, das sieht aber sehr schimpel. Hier könnten wir uns hinsetzen mit der Kamera. Hier ist hell genug. Aber wenn hier ein Auto vorbeifährt, wo da irgendwas anderes lautes ist, da waren wahrscheinlich irgendwelche Jugendlichen kommen, sobald ich die Kamera aufgestellt habe. Das ist dann weniger schön. Ja, hier wird noch ein bisschen gebuddelt. Ordentlich was da ist. Hier ist noch was zu tun, in jedem Fall. Aber die Brückenverkleidung, das war sonst hier vorher alles offen. Das, was hier gerade über mir ist, waren die alten Brücken, das sind noch genetete Stahlbrücken. Kennt ihr? Die mit den 10.000 Popknähten sozusagen. Das war hier gewesen und das hat sie erklärt. Das ist ja Grund, weswegen man hier nicht bauen konnte, weil man die nicht höher setzen konnte. Ich weiß nicht, ob sie die komplett neu gemacht haben. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Oder ob das nur abgestützt und verkleidet ist. Da müsste ich mich mal informieren. Das interessiert mich jetzt auch. Das ist ja an mir vorbeigegangen. Aber jetzt stehen wir schon wieder im Dunkeln, wie ihr seht. Das war es auch wieder. Einmal kurz. Aber das muss man sagen, das ist ein... Also hier, da ich mich jetzt ein bisschen Kritik geäußert habe, hier muss ich mal was Positives sagen. Die Reizsache und die Furze, Fußgänger-Sache, das haben sie gut gelöst. Weil nämlich die Autos weg sind. Das heißt, hier oben fährt praktisch bloß noch die Straßenbahn lang. Das ist eigentlich eine sehr freundliche Sache. Kann man... Also für Fahrrad... Das ist der erste Radweg tatsächlich jetzt, den ich in Magdeburg kenne, der dermaßen breit ist. Das erinnert mich fast schon an amerikanische Verhältnisse. Da gibt es ja auch wahnsinnig breite Radwege für... Auch nicht nur für Fahrradfahrer, sondern auch für Skateboarder, Inliner und so weiter. Die ganzen Trendsportarten. Also das ist eine schöne Sache hier. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder... Am Damasky-Platz. Da, wo wir schon mal nachts gewesen sind und wo wir auch schon mal am hellen... angefangen haben heute. Wie ausgestorben, ne? Das ist hier der Europa-Ring. Also eine sehr bekannte, frequentierte Straße in jedem Fall. Wir kreuzen gleich die B1. Was ist denn nichts los, ne? Nur der Mond scheint. Wir haben gerade wieder Ratten gesehen. Das ist ganz interessant, ne? Wenn man in der Nacht mal durch die Stadt fährt, die ja sonst eigentlich ist so ungewohnt, ne? Man ist... Tagsüber wirst du praktisch über einen Haufen gerumpelt, dann musst du zwischen Menschenmassen durchführen und nachts... Wahnsinn, ne? Gleich ein komplett anderes Bild. Ich mache ab jetzt nur Nachtführung. Was haltet ihr davon? Wir müssen jetzt praktisch bloß noch mit den ganzen Bediensteten und Gebäudereihen ja nicht, ich weiß nicht, was sie da drehen, dass sie für uns neue Öffnungszeiten machen, ja? Aber dann steht zumindest keiner am Weg und ihr habt klasse Fotomotive. Also zumindest die, die a beleuchtet sind und für die, die entweder mit dem Smartphone telefonieren oder aber natürlich ein Stativ bei haben, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein Brenner ist. In einigen Städten spielt es tatsächlich keine Rolle, ob man tagsüber nachts geht, was jetzt so sehenswürdig angeht, die man fotografieren möchte, wenn es nur darum geht. Besichtigung geht natürlich da nicht, ne? Aber hier gibt es halt ziemlich viele dunkle Ecken. Halt! 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 Wir müssen das mal gucken. Nicht, dass wir wieder von der Ratte überfahren werden hier. Und links rüber. Wahnsinn. Ich finde das nicht, ich leck. Du wolltest es schon wieder wahnsinnig gestörter. Wir nehmen mal... Nehmen wir eine Abkürzung? Ne, wir nehmen den normalen Weg. Das ist Ass rein hier, ne? Und vor allen Dingen, Ila geht es auch richtig gut. Guck euch, ich nehme an, hier. Der war richtig Banane. Hast du einen Run, Ila? Hey! Dreckig! Bin mir auch ein Ila. Hahaha! Das ist los, ja. Das ist die Boss! Ich bin da ja nicht nach Hause hier, aber auf jeden Fall. Der weiß, wo es hingeht. Auf jeden Fall! Langsam, langsam, langsam. So ist sie fein! Das ist die Feine, die Beine. Schon wieder grün, die Leine. Wir haben die grüne Phase. Und links gleich. Nee, nee, nee. Links hier nach. So ist sie fein. Langsam, langsam, langsam. Und da sind wir. Das ist die B1. Bundesstraße 1. Und wenn man die jetzt von Stadt einwärts reinfährt, das spielt keine Rolle. Die geht ja einmal von Ost nach West oder West nach Ost, wie man es nimmt. Und aus jeder Richtung bei der Stadt Einfahrt guckt ihr die B1 runter. Das ist sehr markant für Magdeburg. Und guckt genau auf den Dom. Das heißt, ihr fahrt über die Bundesstraße in die Stadt rein und denkt, ihr fahrt auf den Dom zu. Da verschwindet der natürlich klassischerweise, je weiter man in Richtung Dom kommt. Aber je weiter man weg ist, desto gut, besser sieht man den noch. Das ist halt sehr bekannt. Und da gibt es auch ein, ich glaube, das heißt Hochhauskonzept der Stadt. Dass man bemüht ist, dass man nichts in zwischen die Sichtachse des Wahrzeichens baut. Das heißt, genau diese Blickwinkel freilässt, dass man von allen Seiten den Dom sehen kann. Gleiches gilt übrigens auch für die Nord-Süd-Verbindung. Magdeburg nicht ganz so toll, muss ich sagen, weil da die Straße sich mehr schlängelt und etwas anderen. Aber so ähnlich kann man sagen. Magdeburg hat ja ein Straßenkreuz. Die Tangente, das heißt, die von der A2 vom Norden bis einmal runter wieder Richtung A14 durchgeht. Das ist die Nord-Süd-Verbindung. Da könnte die Stadt praktisch innerhalb von dem Auto einmal quer durchfahren, wenn frei ist. Wenn kein Stau ist, seid ihr in 15 maximal 20 Minuten einmal durchgefahren. Und gleiches gilt auch für die B1. Auch die einmal quer durch Magdeburg von Ost nach West oder West-Ost. Aber da das natürlich keine Schnellstraße ist, sondern natürlich quer durch die Stadt mit Ampeln geht, dauert es ein bisschen länger. Wenn alles frei ist, naja, 30, 35 Minuten, Pi mal Daumen. Aber da das nie frei ist, habt ihr da Rushhour, dauert das länger. Aber das ist mal so eine kleine Nebeninformation. Man sieht den Dom von vielen Achsen. Und wenn jetzt hell wäre, dann würden wir den... Na, wir müssen noch ein paar Meter fahren wie eins runter. Ein paar müssen wir noch fahren, vielleicht noch einen Kilometer. Dann würden wir den Dom sehen. Aber ich glaube, den haben wir heute genug gesehen. Also ich hoffe, dass ihr genug vom Dom habt, von innen und außen. Und jetzt ist mir auch die Eingabe gekommen, wie wir das Video weiter vollziehen. Also die fehlenden Teile, die ich heute aufgrund der spontanen Planänderung... Hier, Vorsichtig, Ampel, 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 Ampelanlage. So ist es so fein. Wenn wir das nicht machen konnten, habe ich mir schon ein Viertel nehmen. Das wird morgen ganz gut passen, denke ich. Ja, auch von der historischen Sache her. Denn wir sind ja jetzt eigentlich rausgekommen nach dem Krieg. Das war ja sozusagen das Letzte. Und alles sozusagen Nachrichtsjahre bis nach der Wende. Diesen Zeitabschnitt, den würden wir dann auf morgen legen. Und da fassen wir, da waren wir jetzt eigentlich genau das richtige Viertel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das genau an jenen Bauten machen, die ich euch jetzt gerade eben nochmal gezeigt hatte. Die aus der stalinistischen Sowjet-Epoche. Aber wir machen das jetzt sozusagen an einem etwas anderen. An einem etwas anderen Bausziel, der aber ich denke doch auch für die meisten Bürger sehr bekannt ist. dass dem zumindest der Osten sehr stark zugerechnet wird. Das wird dann unser morgiger Teil. Und für heute Abend, wir sind nämlich gleich da. Noch drei Kilometer. Sind wir, glaube ich, ganz gut durch. Ich bin in jedem Fall fast satt geworden. Ich muss noch ein bisschen nach trinken. Und Ila kriegt jetzt nochmal Futter. Der hat sich heute wacker geschlagen, in jedem Fall. Der hat einiges gelaufen. Und für alle, die jetzt schon sagen, Mensch, du mir nicht, warum hast du Ila nicht mehr Essen mitgenommen? Auf der letzten Tour, wer das nicht gesehen hat, unsere Elbe-Schwimmerei. Da hatte nur Ila etwas dabei. Und ich musste schon von Ilais trockenem Pferdefleisch was nagen. Weil ich praktisch gar nichts hatte. Da bin ich leer ausgegangen. Naja, Ila ist jetzt nicht leer ausgegangen. Aber er hätte ein bisschen mehr vertragen können. Das hole ich ihm jetzt gleich nach. Und dann gebe ich euch Brief und Siegel. Innerhalb von fünf Minuten liegt er um. Und hat die Augen zu. Der hat heute genug. Und wir freuen uns schon, dass wir morgen den restlichen Teil abhaken können. Auf da hin. Gute Nacht erstmal in Magdeburg. Ja, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!